Scott stieg langsam aus und starrte den Mann an, der zweifellos O'Connells Vater war. Der Mann schwang bedrohlich den Axtstiel. Scott trat aus der Reichweite der Waffe zurück und holte Tiefluft, während er sich wunderte, weshalb er so ruhig war. »Ich weiß nicht, ob es so klug ist, mich damit zu bedrohen, Mr. O'Connell.« Der Senior zuckte und ächzte. »Sie haben sämtliche Nachbarn abgeklappert und über mich ausgehorcht. Also kriegen Sie das hier zu spüren, sobald ich weiß, wer Sie sind.« Scott fixierte den Vater. Er kniff die Augen zusammen und schwieg mit ausdruckslosem Gesicht, bis der Mann sagte, »Ich warte auf eine Antwort.« »Das ist mir klar. Ich überlege nur noch, was für eine Sie bekommen werden.« Das verwirrte O'Connells Vater. Er trat zurück, dann wieder vor und schwang den Axtstiel erneut, während er wiederholte, »Wer sind Sie?« Scott starrte seinen Gegner an, indem er ihn langsam von oben bis unten musterte, als hätte er von dem Prügel, der auf seinen Kopf zielte, nicht das Geringste zu befürchten. Der Mann war zugleich weich und kräftig gebaut. Ein Bierbauch wölbte sich über der verfleckten Jeans, und auf dem muskulösen Arm prangte eine Reihe verschlungener Tattoos. Über der Hose und den Stiefeln trug er nur ein schwarzes T-Shirt mit dem Harley-Davidson-Logo, als könnten ihm die frostigen November-Temperaturen nichts anhaben. Sein dunkles, kurzgeschnittenes Haar hatte graue Strähnen. Ein Tattoo mit dem Namen »Lucy« an seinem Unterarm war vermutlich alles, was, abgesehen von Sohn und Haus, von seiner Ehe übrig geblieben war. Scott schätzte, dass der Mann getrunken hatte, auch wenn er weder torkelte noch leite. Wahrscheinlich hatte er nur so viel Indus, dass es ihm die Hemmungen löste und sein Denken benebelte, was für Scott nur von Vorteil sein konnte. Scott verschränkte langsam die Arme und schüttelte den Kopf, um zu unterstreichen, dass er Herr der Situation war. »Ich könnte Ihnen den größten Ärger Ihres Lebens machen, Mr. O'Connell, und zwar mit ausgesprochen schmerzhaften Begleiterscheinungen. Andererseits könnte ich auch von großer Hilfe für Sie sein. Das wäre eine Gelegenheit für Sie, sich eine nette Summe nebenher zu verdienen. Was von beidem darf es sein?« Der Axtstiel senkte sich ein Stück. »Reden Sie weiter.« Scott schüttelte den Kopf. Er improvisierte. »Ich verhandle nicht auf der Straße, Mr. O'Connell. Und dem Mann, den ich vertrete, wäre es ganz bestimmt nicht recht, wenn ich seine Geschäfte vor der ganzen Nachbarschaft ausbreite. Wovon zum Teufel reden Sie? Gehen wir ins Haus, dann können wir ein bisschen unter vier Augen plaudern. Sonst steige ich wieder in meinen Wagen, und Sie sehen mich nie wieder. Allerdings könnte es sein, dass jemand anders Ihnen einen kleinen Besuch abstattet. Und dieser Jemand, oder besser gesagt, diese Jemande, Mr. O'Connell, werden ganz bestimmt nicht annähernd so zugänglich sein wie ich. Die haben vollkommen andere Verhandlungsmethoden. Scott ging davon aus, dass O'Connell einen Großteil seines Lebens damit zugebracht hatte, Drohungen einzustecken oder auszuteilen, sodass er diese Sprache verstehen würde. »Wie sagten Sie noch gleich, war Ihr Name?«, fragte O'Connell. »Ich habe ihn nicht genannt. Habe ich auch eigentlich nicht vor.« O'Connell zögerte und ließ den Axtstiel noch tiefer sinken. »Was soll das?«, wollte er wissen. Doch sein Tonfall verriet ein gewisses Interesse. »Es geht um Schulden. Mehr werde ich Ihnen für den Augenblick nicht verraten. Die Sache könnte sich für Sie lohnen. Es könnte einiges Geld dabei rausspringen, oder auch nicht, liegt ganz bei Ihnen. »Wieso sollten Sie mir was zahlen?« »Jemandem was zu zahlen, ist immer leichter als die Alternative.« Scott ließ O'Connells Vater darüber brüten, was wohl mit der Alternative gemeint war. Wieder hielt O'Connells Vater inne. Dann ließ er den Axtstiel vollends an seiner Seite baumeln. »Meinetwegen. Ich kaufe Ihnen diesen Quatsch zwar nicht ab, aber von mir aus kommen Sie rein. Sagen Sie mir, worum es geht. Spucken Sie es aus, was Sie von mir wollen.« Damit machte er Scott mit dem Axtstiel Zeichen, ihm über die Straße ins Haus zu folgen. Jenseits eines Feldwegs parallel zum Westfield River gibt es unterhalb der Chesterfield Gorge im Wald eine Stelle, an der zu beiden Ufern zwanzig Meter hohe graue Felsplatten aufragen, die prähistorische seismische Erdverschiebungen einst aufgetürmt haben. In den kälteren Monaten ist diese Stelle bei Jägern, in der wärmeren Jahreszeit bei Anglern beliebt. An den heißesten Sommertagen machten sich Ashley und ihre Freunde zu dieser Stelle auf, um im kühlen Wasser nackt zu baden. »Ich denke, du solltest beide Hände benutzen«, erklärte Catherine streng. »Halte die Waffe ruhig in der rechten Hand, faß mit der linken nach, ziele und drücke ab.« Ashley grätschte die Beine ein wenig, legte die linke über die rechte und spannte den Zeigefinger am Abzug die Muskeln an. »Los geht's«, meinte sie ruhig. Sie drückte ab, und die Waffe in ihrer Hand machte einen Ruck. Der Schuss heilte durch den Wald, und an der Eiche, auf deren Stamm sie gezielt hatte, splitterte Rinde ab. »Wow, das kribbelt im ganzen Unterarm!« Catherine nickte. »Ich glaube, du musst fünf, sechs Mal abdrücken, während du ruhig zielst, sodass alle sechs Schuss dicht beieinander treffen. Kannst du das versuchen?« »Es fühlt sich an, als wollte das Ding in alle Richtungen springen, als wäre es lebendig. Wahrscheinlich kann man sagen, dass es eine eigene Persönlichkeit hat.« Ashley nickte, und Catherine fügte hinzu. »Und keine besonders nette.« »Ich versuch's noch mal.« Wieder nahm sie eine schussbereite Stellung ein und packte diesmal mit der linken fest dazu, um die Waffe ruhig zu halten. »Auf ein Neues!« Sie feuerte die übrigen fünf Schuss hintereinander ab. Drei trafen den Baumstamm in einem Abstand von sechzig bis neunzig Zentimetern. Die anderen beiden gingen daran vorbei in den Wald. Sie hörte sie zischen und ein paar Äste mit den letzten tiefhängenden Blättern knistern. Die kahlen Bäume ringsum schienen das Echo der Schüsse zurückzuwerfen, sodass es ihr in den Ohren dröhnte. Sie atmete mit einem gedehnten Pfeifen aus. »Nicht die Augen zumachen!«, sagte Catherine. »Ich glaube, ich sollte es noch mal versuchen. Ashley ließ die Trommel aufschnappen und die leeren Patronenhülsen auf den Nadelboden fallen. Bedächtig nahm sie das nächste halbe Dutzend Kugeln und legte sie ein. »Ich werde das Ding nur ein einziges Mal benutzen.« »Ja, und nur dann, wenn du keine andere Wahl hast.« »Genau!« Ashley drehte sich halb um und zielte erneut auf den Stamm. »Nur im äußersten Notfall.« »Wenn dir nichts anderes übrig bleibt!« »Wenn mir nichts anderes übrig bleibt!« Es hätte dazu eine Menge zu sagen gegeben, doch beide Frauen scheuten sich laut auszusprechen, was sie dachten, selbst in der stillen Anonymität des Waldes. Scott lief langsam den etwa dreißig Meter langen, sperrlich mit Schotter bedeckten Weg zu O'Connells Haus hinauf. Es war ein einstöckiges, weißes Holzhaus, auf dessen Dach neben einer neueren Satellitenschüssel eine eingeknickte Fernsehantenne, wie der gebrochene Flügel eines Vogels, hing. Vor dem Haus stand ein verblichener roter Toyota, an dem eine Tür fehlte und dessen eine Achse auf einem Stein aufgebockt war. Das Blech war überall rostig verfleckt. Vor einer Seitentür parkte, zur Hälfte durch ein Flachdach aus gewähltem Plastik geschützt, ein neuerer schwarzer Pick-up. Das Dach machte den Platz darunter zu einer Art Carport, den sich der Wagen allerdings mit einer ramponierten roten Schneefräse und einem Schneemobil ohne Tretwerk teilen musste. Als Scott an dem Pick-up vorbeikam, fielen ihm außerdem eine Aluminiumleiter, ein hölzerner Werkzeugkasten und einiges Bedachungsmaterial ins Auge, das achtlos herumlag. O'Connell verwies ihn auf den Nebeneingang, auch wenn es an der Vorderfront einer Haustür gab. Vermutlich wurde sie selten benutzt. »Gibt sicher auch noch eine Hintertür«, dachte Scott und nahm sich vor, das zu überprüfen. »Hier lang. Ist ein bisschen unaufgeräumt, ich hab nicht mit Besuch gerechnet«, sagte O'Connells Vater grimmig. Scott trat durch eine Aluminiumfliegengittertür, dann durch eine zweite aus massivem Holz, und gelangte in eine kleine Küche. Unaufgeräumt war vornehm ausgedrückt. Pizzaschachteln, Fertiggerichte für die Mikrowelle, drei Kästen Coors Light in Silberfolienverpackung, eine Flasche Johnny Walker Black Label auf dem Tisch ergänzte die Phalanx an Dosen. »Gehen wir ins Wohnzimmer, da können wir uns setzen, Mr... na schön, wie immer Sie heißen. Wie soll ich Sie nennen?« »Smith, wäre mir recht«, meinte Scott. »Und falls Sie sich das nicht merken können, tut's auch Jones.« O'Connells Vater prustet ein wenig. »Meinetwegen, Mr. Smith oder Jones, wo ich Sie jetzt schon mal zu mir eingeladen habe, wäre es, finde ich, an der Zeit, dass Sie sich da drüben hinsetzen, wo ich Sie im Auge habe und mir klipp und klar sagen, was Sie wollen, damit ich nicht doch noch das Gefühl habe, mein Axtstil sollte ein paar Takte mit Ihnen reden. Und am besten kommen Sie möglichst schnell zu dem Teil, wie ich mir ein paar Mäuse nebenher verdienen kann. Ein Bier?« Scott betrat ein kleines Wohnzimmer. Es war mit einem abgewetzten Sofa, einem Lehnstuhl und einer großen rot-weißen Kühlbox ausgestattet, die als Beistelltisch diente und nahe bei einem überdimensionierten Fernseher stand. Der Boden war mit Zeitungen, pornografischen Heften sowie Reklameblättern von Lebensmittelketten und Katalogen von Jagdgeschäften übersät. Auf einem klapprigen Tisch stand ein betagter Computer. Von einer Wand klotzte Scott der ausgestopfte Kopf eines Hirschs mit Glasaugen entgegen. An einem seiner Geweihenden war ein T-Shirt aufgehängt. Er versuchte sich vorzustellen, wie es in den Jahren ausgesehen hatte, als O'Connell noch hier lebte, und erkannte das Potenzial eines normalen Zuhauses. Wenn man das Gerümpel aus dem Garten räumte, drinnen den ganzen Müll wegwarf, das Sofa reparierte, Stühle beschaffte, ein paar Poster an die Wände hängte und alles mit Farbe auffrischte, wäre es halbwegs akzeptabel gewesen. Der ganze Unrat sagte ihm viel über den Vater und wenig über den Sohn. Wahrscheinlich hatte der Senior seine tote Frau und seinen abwesenden Sohn durch dieses Chaos ersetzt. Scott setzte sich auf einen Stuhl, der gefährlich knarrte und zusammenzubrechen drohte, bevor er sich an O'Connells Vater wandte. »Ich habe die Leute hier befragt, weil Ihr Sohn etwas hat, das der Person gehört, die ich vertrete. Mein Klient will es wiederhaben.« »Dann sind Sie ein Anwalt?« Scott zuckte die Achseln. O'Connell ließ sich auf einen Polstersessel fallen und legte sich den Axtstiel über die Beine. »Und wer mag wohl dieser Boss von Ihnen sein?« Scott schüttelte den Kopf. »Namen tun wirklich nichts zur Sache.« »Na schön, Mr. Smith. Dann sagen Sie mir wenigstens, womit er sein Geld verdient.« Scott setzte das gemeinste Grinsen auf, das er zu Wege brachte. »Mein Klient verdient einen Haufen Geld.« »Legal oder illegal?« »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen raten kann, diese Frage zu stellen, Mr. O'Connell. Und falls ich sie beantworten würde, dann wäre es ohnehin eine Lüge.« Scott hörte sich reden und war über die Leichtigkeit, mit der er eine Figur und eine Geschichte dazu erfand, um den Senior reinzulegen, selbst entsetzt. »Gier,« dachte er, »ist eine starke Droge.« O'Connell lächelte. »Sie wollen also mit meinem eigensinnigen Bengelkontakt aufnehmen. Können ihn in der Stadt nicht auftreiben, weh?« »Nein, er scheint abgetaucht zu sein.« »Und da schnüffeln Sie hier herum.« »Nur eine von mehreren Möglichkeiten.« »Meinem Jungen gefällt's hier nicht.« Scott hob die Hand, um O'Connells Vater das Wort abzuschneiden. »Halten wir uns nicht mit dem Öffentlichen auf,« sagte er gespreizt. »Können Sie uns dabei helfen, Ihren Sohn zu finden?« »Wie viel?« »Wie viel Hilfe können wir von Ihnen erwarten?« »Kann ich nicht sicher sagen. Wir reden nicht viel miteinander.« »Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?« »Vor ein paar Jahren.« »Wir verstehen uns nicht allzu gut.« »Und während der Feiertage?« O'Connell schüttelte den Kopf. »Ich sage ja, wir verstehen uns nicht gerade toll.« »Was hat er denn geklaut?« Scott lächelte. »Noch einmal, Mr. O'Connell, solche Informationen würden Sie in eine, wie soll ich sagen, prekäre Lage bringen. Verstehen Sie, was ich meine?« »Ich bin ja nicht blöd, sicher verstehe ich Sie. Und wie prekär genau, Mr. Jones?« »Spekulationen sind unergiebig.« »Ich meine, wie tief sitzt er in der Scheiße? So tief, dass er mit einer Menge Prügel zu rechnen hat? Oder mit einer Ladung Blei?« Scott holte Luft und überlegte fieberhaft, wie weit er die Geschichte treiben durfte. »Sagen wir mal, er kann den Schaden, den er angerichtet hat, wieder gut machen.« »Eber das erfordert Kooperation. Es geht um eine heikle Angelegenheit, Mr. O'Connell. Und wenn wir noch länger warten müssten, könnte es wirklich problematisch werden.« Scott fühlte sich innerlich eiskalt. »Was, Drogen? Hat er jemandem Drogen geklaut oder Geld?« Scott lächelte. »Mr. O'Connell, ich will es mal so sagen. Sollte Ihr Sohn versuchen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, und Sie würden uns darüber in Kenntnis setzen, dann würden wir uns dafür erkennlich zeigen.« »Wie viel?« Das fragten Sie bereits. Scott stand auf, ließ den Blick durchs Zimmer schweifen und entdeckte einen Flur, der zu den Schlafzimmern im hinteren Teil des Hauses führte. »Er war schmal,« stellte er fest, »und bot wenig Bewegungsspielraum.« »Verständigen wir uns einfach darauf, dass es ein hübsches Weihnachtsgeschenk wäre.« »Falls ich den Jungen finde, wie kriege ich dann Sie zu fassen? Haben Sie eine Telefonnummer für mich?« Scott sprach so überheblich wie möglich. »Mr. O'Connell, ich hab's nicht so mit Telefonieren. Man hinterlässt Spuren, kann zurückverfolgt werden.« Er deutete auf den Computer. »Können Sie mir eine E-Mail schicken?« O'Connell atmete heftig aus. »Wieso nicht? Aber eins müssen Sie mir schon versprechen, Mr. Jones oder Smith. Verflucht noch mal, dass mein Junge dabei nicht draufgeht.« »Meinetwegen,« log Scott mühelos, »das kann ich Ihnen gerne versprechen. Sobald Sie von Ihrem Jungen hören, schicken Sie an dieser Adresse eine E-Mail.« Er ging zu dem Tisch, fand eine offene Telefonrechnung und einen Bleistiftstummel. Dann erfand er aus dem Stehgreif eine E-Mail-Anschrift und schrieb sie auf. Er reichte O'Connell den Zettel. »Verlieren Sie die nicht.« »Und unter welcher Telefonnummer kann ich sie erreichen?« Der Senior ratterte die Nummer herunter, während er auf die E-Mail-Adresse starrte. »Okay«, meinte O'Connells Vater. »War's das?« Scott lächelte. »Wir werden uns nicht wiedersehen. Und falls irgendjemand Sie fragt, sind Sie bestimmt so vernünftig und sagen, dass dieses kleine Treffen nie stattgefunden hat. Sollte Ihr Sohn dieser jemand sein, nun ja, dann gilt diese Warnung natürlich umso mehr. Haben wir uns verstanden?« O'Connell sah sich noch einmal die Adresse an, grinste und zuckte die Achseln. »Geht klar.« »Gut. Bleiben Sie sitzen, ich finde selbst hinaus.« Scotts Puls raste, als er langsam zur Tür ging. Er wusste, dass irgendwo hinter ihm nicht nur der Axtstiel war, sondern auch eine Pistole, von der ihm die Nachbarn berichtet hatten, und darüber hinaus aller Wahrscheinlichkeit nach eine Schwerkaliberflinte. Der glaseugige Hirschkopf an der Wand legte das nahe. Er musste darauf vertrauen, dass O'Connells Vater nicht so geistesgegenwärtig war, sein Kennzeichen zu notieren, auch wenn der markante kleine Porsche ohnehin nicht schwer wiederzuerkennen war. Scott schaffte sich auf dem Weg zum Auto jeder Einzelheit ein. Gier war eine schreckliche Sache, und jemand, der sein eigenes Kind für Geld ans Messer lieferte, musste von einer Grausamkeit sein, die jenseits seiner eigenen emotionalen Reichweite lag. Er merkte, wie ihn eine plötzliche Woge der Übelkeit überkam. Immerhin konnte er noch klar genug denken, um kurz um die Ecke hinters Haus zu schauen und die zusätzliche Tür zu entdecken, mit der er gerechnet hatte. Dann machte er kehrt und lief zügig die Einfahrt zurück zur Straße. Am Horizont zogen graue Wolken auf. Michael O'Connell fand, dass er sich in den letzten Tagen entschieden zu rar gemacht hatte. Wenn er Ashley zwingend klar machen wollte, dass niemand außer ihm sie beschützen konnte, dann mußte er ihr zeigen, wie gefährdet sie und ihre Familie waren. Das Einzige, was sie daran hinderte, das ganze Ausmaß seiner Liebe zu erkennen und zu sehen, wie leidenschaftlich er sich danach sehnte, sie an seiner Seite zu haben, war der Kokon, den ihre Eltern um sie gesponnen hatten. Und wenn er an Catherine dachte, dann hatte er einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Sie war alt, sie war gebrechlich, und sie lebte allein da draußen. Und er hatte es trotzdem versäumt, sie auszuschalten, obwohl es ein leichtes gewesen wäre und er sie direkt vor sich gehabt hatte. Er beschloss, diesen Fehler nicht noch einmal zu begehen. Er saß an seinem Computer und spielte ziellos mit dem Cursor, ohne zu merken, wie still es um ihn war. Der Laptop war neu. Nachdem Matthew Murphy seinen Alten zertrümmert hatte, war ihm nichts anderes übrig geblieben, als augenblicklich für Ersatz zu sorgen. Nach einer Weile fuhr er den Computer herunter und wandte sich vom Schreibtisch ab. Er hatte das unbezwingbare Bedürfnis, etwas Überraschendes zu tun, etwas, womit er Ashley auf sich aufmerksam machen würde, etwas, das sie nicht ignorieren konnte und das ihr begreiflich machte, wie sinnlos es war, vor ihm davonzulaufen. Er stand auf und streckte die Glieder, indem er die Arme hinter dem Kopf verschränkte, den Rücken krümmte und dabei unbewusst die Katzen im Hausflur nachahmte. Michael O'Connell fühlte sich plötzlich unglaublich stark. Er musste Ashley einmal wieder einen Besuch abstatten, und wenn auch nur, um sie daran zu erinnern, dass er noch da war und auf sie wartete. Er nahm seine Winterjacke und seine Autoschlüssel. Ashleys Familie hatte keine Ahnung, wie nahe, Liebe und Tod beieinander lagen. Er lächelte bei dem Gedanken, dass sie offenbar nicht im Mindesten begriffen, wer von ihnen eigentlich der Romantiker war. Nicht immer konnte man Liebe mit Rosen und Diamanten zum Ausdruck bringen, oder mit süßlichen Liebespostkarten. Es war an der Zeit, sie wissen zu lassen, dass sich an seiner Hingabe nichts geändert hatte. Ihm schwirrten alle möglichen Ideen durch den Kopf. Das Telefon klingelte, als Scott gerade zur Haustür hereinkam. »Scott?« Es war Sally. »Ja?« sagte er. »Du klingst so außer Atem. Ich hab das Telefon klingeln gehört. Ich war draußen, ich komm gerade heim und muss ins Haus rennen. Ist alles klar bei euch?« »Ja, einigermaßen.« »Wie meinst du das?« »Na ja, es ist nichts Dramatisches passiert. Ashley und Catherine waren tagsüber weg, aber sie wollen nicht sagen, was sie gemacht haben. Ich war in der Kanzlei und hab versucht zu sondieren, welchen Weg wir am besten einschlagen. Das Ergebnis ist durchwachsen. Hope sagt kaum ein Wort, seit sie aus Boston zurück ist. Sie besteht nur darauf, dass wir alle uns unverzüglich noch einmal zusammensetzen. »Kannst du jetzt direkt rüberkommen?« Hat sie angedeutet, wieso? »Nein«, sagte ich doch. »Hörst du mir nicht zu?« »Aber es hat mit dem zu tun, was sie in Boston vorgefunden hat, als sie O'Connell observierte.« »Ich hab sie noch nie so missmutig gesehen.« »Sie sitzt nebenan, starrt ins Leere und sagt immer nur, dass wir alle sofort miteinander reden müssen.« Scott fragte sich, was vorgefallen war, damit Hope so in sich gekehrt war. Das passte nicht im Mindesten zu ihr. Er versuchte nicht, auf den nahezu hysterischen Unterton zu reagieren, den er bei Sally herauswörte. Sie war offenbar mit den Nerven am Ende. Das erinnerte ihn an ihre letzten gemeinsamen Momente, bevor er von ihrer Affäre mit Hope erfuhr, als er jedoch schon längst auf einer tieferen, instinktiven Ebene wusste, dass zwischen ihnen so ziemlich alles falsch lief. Er nickte unwillkürlich und erklärte, »In Ordnung, ich hab auch eine Menge über O'Connell rausgefunden und weiß Gott nichts Gutes.« Wieder schwieg er einen Moment, denn zum ersten Mal, seit er quer durch den Bundesstaat gefahren war, nahmen die ersten Ansätze einer Idee in seinem Kopf diffuse Gestalt an. »Ich weiß noch nicht, wie wir den besten Gebrauch davon machen sollen, aber...« »Also, ich bin gleich bei euch. Wie geht's, Ashley?« »Sie wirkt geistesabwesend, fast apathisch. Als psychologischer Laie würde man wohl sagen, das sind die ersten Anzeichen einer ausgewachsenen Depression. »Es ist wie eine richtig schwere Krankheit, diesen Karl in seinem Leben zu haben. Wie Krebs.« »Du solltest zu etwas nicht sagen,« entgegnete Scott. »Du meinst, ich sollte kein Realist sein? Erwartest du mehr Optimismus von mir?« Scott schwieg. Sally konnte verdammt schwierig sein und einen mit ihrer direkten Art in den Wahnsinn treiben. Doch in der gegenwärtigen Situation, mit den Problemen ihrer Tochter, machte es ihm Angst. Er hätte nicht sagen können, ob er richtig lag, wenn er an der Hoffnung festhielt, einen Ausweg zu finden, oder ob Sallys Einschätzung, dass sie in den größten Schwierigkeiten steckten und alles nur schlimmer wurde, der Wahrheit näher kam. Er hätte schreien können. Stattdessen biss er die Zähne zusammen und antwortete. »Wie gesagt, ich bin gleich da. Du kannst, Ashley...« Wieder unterbrach er sich. Er spürte, dass Sally schwer Luft bekam. »Was? Soll ich ihr sagen, alles wird gut?« fragte sie bitter. »Ach, und Scott, ich hoffe, du hast unsere nächsten Schritte im Gepäck, oder wenigstens eine Pizza.« »Sie wollen immer noch nicht,« erklärte sie. »Verstehe,« antwortete ich, »auch wenn ich nicht wusste, ob es stimmte. Trotzdem muss ich wenigstens mit einem von Ihnen reden, sonst wird keine runde Geschichte daraus.« »Na ja,« sagte sie langsam, offenbar jedes Wort abwägend, »einer von Ihnen ist bereit, ja sogar darauf erpicht, Ihnen zu sagen, was er weiß. Ich bin nur nicht sicher, ob Sie wirklich auf eine solche Unterhaltung gefasst sind.« »Das leuchtet mir nicht ein. Einer will reden, aber was? Die anderen wollen es verhindern, um sich zu schützen, oder wollen Sie alle beschützen?« »Sie sind nicht sicher, ob Sie Ihre Lage wirklich verstehen.« »Machen Sie sich nicht lächerlich. Ich habe schon mit allen möglichen Leuten gesprochen, habe das Ganze von allen Seiten beleuchtet. Sie waren in einer verzweifelten Lage. Was Sie auch getan haben, um da irgendwie rauszukommen, scheint mir gerechtfertigt zu sein.« »Wirklich? Finden Sie, dass der Zweck die Mittel heiligt?« »Habe ich das gesagt?« »Ja. Also eigentlich wollte ich nur sagen, sie unterbrach mich mit der erhobenen Hand und stand auf, um über den Garten und eine Reihe Bäume hinweg auf die Straße zu schauen. Sie seufzte tief. Sie waren am Scheideweg. Sie mussten sich entscheiden. Wie so viele ganz gewöhnliche Menschen hatten auch Sie eine Wahl zu treffen, die tiefgreifende persönliche Konsequenzen nach sich ziehen würde. Das müssen Sie begreifen. Aber welche Wahl hatten Sie denn? »Gute Frage,« antwortete sie mit einem kurzen, gequälten Lachen. »Sagen Sie es mir.« Als Gott den Fußweg zum Haus seiner Ex-Frau hochging, plagten ihn tausend Zweifel und Ungewissheiten. An der Haustür hob er die Hand, um zu klingeln, zögerte jedoch. Er drehte sich noch einmal um und starrte in das Dunkel auf der Straße. Er war Michael O'Connell inzwischen bedeutend näher gekommen. Doch er wusste, dass er sich immer noch vor ihm versteckte. Er fragte sich, ob seine Zielperson ihn umgekehrt ebenso aufmerksam studierte. Er wusste nicht, ob es möglich war, einen Vorsprung zu erzielen. Er hatte seine Vorbehalte. Nach allem, was er wusste, stand O'Connell wahrscheinlich just in diesem Moment in der vollkommenen Dunkelheit und beobachtete ihn. Scott fühlte eine Woge blanker Wut. Am liebsten hätte er laut aufgeschrien. Er fragte sich, was wäre, wenn O'Connell alles, was Scott bei seiner Erkundungsfahrt herausgefunden und was er für so undurchschaubar gehalten hatte, in Wahrheit vorhergesehen und in sein Kalkül längst einbezogen hatte. Er konnte dem Gedanken nicht loswerden, dass der Kerl von allem, was er unternommen hatte, bereits wusste. Er stöhnte leise auf und merkte, wie ihm der Schweiß unter die Achseln trat. Er machte einen Schritt von der Tür zurück, um den Mann zu stellen, der ihn vermutlich beobachtete, doch er riss sich zusammen. Hinter ihm ging die Tür auf. Es war Sally. Einen Moment lang folgte sie Scotts Blick in die Nacht. Im selben Moment verstand sie, wonach er suchte. »Meinst du, er ist irgendwo da draußen?« Ihre Stimme war ausdruckslos und hart. »Ja und nein.« »Was denn nun?« »Ich denke, er versteckt sich da draußen im Schutz der Dunkelheit.« »Oder auch nicht.« »Wir können es nicht sagen, also sind wir in beiden Fällen aufgeschmissen.« Sally legte ihm die Hand auf die Schulter. Eine kleine Geste überraschender Zärtlichkeit, die sich seltsam für sie anfühlte, während sie sich bewusst machte, dass sie den Mann, mit dem sie einmal das Bett geteilt hatte, seit Jahren nicht mehr berührt hatte. »Komm rein«, sagte sie. »Drinnen sind wir genauso aufgeschmissen, aber wenigstens ist es wärmer.« Hope trank ein Bier und hielt sich immer wieder die kalte Flasche an die Stirn, als hätte sie Fieber und brauchte Kühlung. Ashley und Catherine wurden in die Küche beordert, um etwas zu essen zu machen. Das jedenfalls war Sallys allzu offensichtliche Erklärung, um sie aus dem Zimmer zu komplimentieren, während sie ihre Pläne schmiedeten. Scott stand immer noch unter einer gewissen Anspannung, als ob dieses Gefühl draußen auf der Eingangstreppe sich hartnäckig eingenistet hätte. Sally dagegen war gut organisiert. Sie wandte sich an Scott und deutete auf Hope. Sie hat seit ihrer Rückkehr kaum ein Wort gesprochen, aber ich glaube, sie hat etwas entdeckt. Bevor Scott etwas erwidern konnte, stellte Hope ihr Bier lautvernehmlich auf den Tisch. »Ich glaube, es ist schlimmer, als wir gedacht hatten«, brach sie ihr Schweigen. »Schlimmer? Wie kann es denn noch schlimmer sein?« Hope stand plötzlich ein Bild vor Augen, die grinsende Totenmaske einer tiefgefrorenen Katze. »Er ist krank und pervers. Er foltert und tötet gerne kleine Tiere.« »Woher weißt du das? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen.« »Gott im Himmel«, entfuhr es Scott. »Ein Sadist?« fragte Sally. »Teils ja, sieht jedenfalls ganz danach aus. Aber das ist nur die eine Seite von ihm. Da ist noch etwas.« Hopes Ton war hart wie Granit. »Er hat eine Pistole.« »Hast du die auch gesehen?« »Ja.« »Ich konnte in seine Wohnung, als er nicht da war.« »Wie hast du das geschafft?« »Was tut das schon zur Sache?« »Ich hab mich mit einer Nachbarin angefreundet, die wiederum zufällig einen Schlüssel hatte. Und was ich drin gesehen habe, hat mir klargemacht, dass es nur noch schlimmer werden kann. Nicht besser.« »Er ist ein ganz und gar bösartiger Mensch.« »Bösartig genug, um Ashley zu töten?« »Ich hab jedenfalls nichts gesehen, das mir das Gegenteil nahelegt.« »Er hat verschlüsselte Computerdateien über sie. Eine nennt er Ashley Liebe und eine Ashley Hass.« »Das sagt ja wohl alles.« »Aber damit nicht genug.« »Er hat auch welche über uns.« »Ich hab keine Ahnung, was da drin ist.« »Obsession beschreibt jedenfalls das, womit wir es zu tun haben, nur sehr unzulänglich.« »Also, jetzt seid ihr dran.« »Er ist krank, er ist entschlossen, er ist besessen.« »Worauf läuft das hinaus? Können wir uns davor verstecken?« »Wir geht das überhaupt?« »Was willst du uns sagen, Hope?« fragte Sally. »Ich will damit sagen, dass alles, was ich gesehen habe, dafür spricht, dass ein tragischer Ausgang unausweichlich ist. Und ihr wisst, was das bedeutet.« Hope hatte Mühe, die Bilder aus O'Connells Wohnung abzuschütteln. »Tiefgefrorene Katzen, eine Schusswaffe im Schuh, kahle, mönchische Wände, eine schmuddelige Bleibe, die nur einem Zweck gewidmet ist.« »Ashley« Sie ließ sich gegen die Lehne fallen, als sie merkte, wie schwer es war, den handgreiflichsten Gedanken zu vermitteln. O'Connell kannte nur einen einzigen Lebensinhalt. Sally wandte sich ins Gott. »Wie war's bei dir? Hast du was in Erfahrung bringen können?« »Eine Menge, aber nichts, was Hopes Eindruck im Mindesten widersprechen würde. Ich hab gesehen, wo er aufgewachsen ist. Ich hab tatsächlich mit seinem Vater gesprochen. Einen so miesen, verdorbenen, gewissenlosen Scheißkerl findet man nicht alle Tage.« Sie ließen Scotts Worte sinken. Es gab vieles zu sagen, doch sie wussten alle drei, dass es im Grunde nur auf das hinauslief, was sie bereits ahnten. Sally brach das Schweigen. »Wir müssen...« Je mehr sie gehört hatte, desto kälter fühlte sie sich innerlich. Fast kam es ihr so vor, als ob ihr Herzschlag an einem Monitor jetzt kaum mehr als eine gerade Linie bilden würde. »Ist er ein Mörder?« platzte sie heraus. »Sind wir uns da sicher?« »Woran erkennt man einen Mörder? Ich meine, woher sollen wir das wissen?« »Sicher wissen,« fragte Scott. »Alles, was wir bisher in Erfahrung gebracht haben, sagt mir, dass die Antwort auf deine Frage Ja lauten muss. Aber bevor er nicht etwas Handgreifliches tut...« »Er könnte Murphy umgebracht haben.« »Er könnte auch Jimmy Hoffer oder JFK umgebracht haben, nach allem, was wir bislang haben,« erwiderte Scott düster. »Wir müssen uns auf das konzentrieren, worüber wir Gewissheit haben.« »Na ja, Gewissheit haben wir nicht eben im Überfluss,« antwortete Sally. »Genauer gesagt, ist es das, was wir am wenigsten haben. Wir wissen eigentlich gar nichts, außer, dass er ein gefährlicher Mensch ist und dass er irgendwo da draußen lauert. Und dass er Ashley etwas antun könnte. Oder auch nicht. Dass er sie in alle Ewigkeit verfolgen könnte. Oder auch nicht. Bei dem Karl müssen wir verflucht noch mal mit allem rechnen.« Wieder verfielen sie in Schweigen. Hope kam der Gedanke, dass sie in einer Art Irrgarten gefangen waren und, egal welchen Weg sie nahmen, nie zum Ausgang finden würden. Nach geraumer Zeit sagte Sally im Flüsterton, »Es muss jemand sterben.« Das Wort ließ den Raum gefrieren. Scott war der Erste, der sich fing, auch wenn seine Stimme heiser klang, als habe er Schmerzen. Er sah Sally an. Der Plan sah vor, eine Straftat zu finden und sie O'Connell anzuhängen. Das solltest du recherchieren. Wenn wir Gewissheit, Gott, wie ich das Wort hasse, erlangen wollen, dann können wir uns entweder etwas sehr Kompliziertes ausdenken, wozu uns möglicherweise die Zeit fehlt, oder Ashley muss lügen. Ich meine, wir könnten sie verprügeln und dann behaupten, das wäre O'Connell gewesen. Das wäre ein tätlicher Angriff und würde ihn wahrscheinlich für eine ganze Weile hinter Gitter bringen. Natürlich müsste ihr einer von uns die Blutergüsse beibringen und ihr ein paar Zähne ausschlagen und die eine oder andere Rippe brechen, damit es ein richtig ernstes Verbrechen ist. Wie gefällt euch das Szenario? Und wenn die Sache platzen würde, sobald ein Kommissar ein paar Fragen stellt, schon gut. Aber was? Uns bleibt immer noch die Alternative, zur Polizei zu gehen und uns eine einstweilige Verfügung zu besorgen. Glaubt irgendjemand in diesem Raum, dass so ein Fetzen Papier sie schützen wird? Nein. Können wir nach allem, was wir bis jetzt wissen, ernsthaft glauben, dass er gegen die Verfügung verstößt, ohne Ashley etwas anzutun, sodass wir wiederum strafrechtlich gegen ihn vorgehen könnten? Was nicht zu vergessen ein langwieriger Vorgang ist, währenddessen er auf Kaution frei herumlaufen würde. Nein, verflucht noch mal, murmelt es Gott. Sally sah ihm ins Gesicht. Der Mann, den du getroffen hast. Der Vater. Ein absoluter Mist, Karl. Bösartig im höchsten Maße. Sally nickte. Und sein Verhältnis zu seinem Sohn? Er hasst sein Kind. Sein Kind hasst ihn. Sie haben sich seit Jahren nicht mehr gesehen. Was weißt du über diesen Hass? Er war gewalttätig, sowohl gegenüber O'Connells Mutter als auch gegen seinen Sohn. Der Typ, der sich volllaufen lässt und dann freigebig Schläge ausstellt. In der gesamten Nachbarschaft verschrien. Wie jedes Kind muss er ein Albtraum gewesen sein, von O'Connell ganz zu schweigen. Sally schnappte nach Luft und bemühte sich nach Kräften, das, was sie zu sagen hatte, weniger verrückt klingen zu lassen, als es tatsächlich war. »Würdest du sagen«, formulierte sie mit Bedacht, »dass dieser Mann gewissermaßen aus psychologischer Sicht der Grund dafür ist, dass O'Connell so geworden ist?« Scott nickte. »Keine Frage. So viel kann jeder Hobbyfreudianer sagen.« »Gewalt bringt Gewalt hervor«, resümierte Sally. »Ja.« Sally ist demnach dieser bedrohlichen Lage, weil dieser Mann vor Jahren bei seinem eigenen Kind ein ungesundes, wahrscheinlich mörderisches und obsessives Bedürfnis geweckt hat, geliebt zu werden. Jemanden unter seine Kontrolle zu bekommen. Ich weiß nicht. Ihn zu zerstören oder zerstört zu werden, wie immer man es ausdrücken mag. Genau das war mein Eindruck. Er kam jetzt langsam in Schwung. Und da ist noch etwas. Die Mutter, die wahrlich auch kein Engel war, ist unter fragwürdigen Umständen gestorben. Es könnte durchaus sein, dass er sie getötet hat. Man konnte es ihm nur nicht beweisen. »Dann hätte er nicht nur einen Mörder herangezogen, sondern wäre selbst einer«, hakte Sally nach. »Ja, so könnte man es sagen.« »Wenn wir uns also für einen Moment in die Vergangenheit zurückversetzen«, fuhr Sally fort und offenbarte ihre ganze Verzweiflung in ihren Worten, »würdest du dann nicht auch sagen, dass die Gefahr, die O'Connell für unsere Ashley darstellt, ihren psychischen Ursprung in seinem Vater hat?« »Ja.« »Dann«, sagte sie abrupt, »ist es einfach.« »Was ist einfach?« fragte Hope. Sally lächelte, auch wenn an dem, was sie zu sagen hatte, absolut nichts Erfreuliches war. »Statt, dass wir Michael O'Connell töten, bringen wir seinen Vater um und finden einen Weg, es seinem Sohn anzuhängen.« Wieder herrschte Schweigen im Raum. »Das ist nur logisch«, schub Sally hastig nach. »Der Sohn hasst den Vater, der Vater hasst den Sohn. Folglich wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn ein Zusammentreffen zwischen den beiden tödlich enden würde.« Scott nickte bedächtig. »Sind nicht die beiden zusammen ziemlich eindeutig die Wurzel der Gefahr für Ashley?« Bei diesen Worten wandte sich Sally an Hope, die ebenfalls nickte. »Sind wir zu einem Mord fähig?« fragte Sally. »Könnten wir, selbst aus den allerbesten Motiven, jemanden ermorden und dann am nächsten Tag aufwachen und so weitermachen wie bisher? Als wäre nichts geschehen?« Hope sah zu Scott. »Keine leichte Frage in seiner Situation«, dachte Hope. Jedes weitere Wort von Sally war eine Uhrfeige. »Machen wir uns nichts vor. Mord verändert alles. Aber der entscheidende Punkt wäre, dass wir Ashley helfen, wieder an ihr Leben vor Michael O'Connell anzuknüpfen. Das wäre wahrscheinlich zu schaffen. Vorausgesetzt, wir halten sie fast gänzlich aus allem raus. Was nicht gerade leicht sein wird. Aber wir drei, wir schmieden das Mordkomplott. Uns wird es verändern, nicht wahr? Denn in diesem Moment, mit dieser Unterredung, überschreiten wir eine Grenze. Bis zu diesem Punkt sind wir alle die Guten gewesen, die versuchen, Ashley vor dem Bösen zu beschützen. Denn egal, was Michael O'Connell getan haben oder was er planen mag, wie reagieren wir? Er wird von nachvollziehbaren psychischen Kräften getrieben. Seine Bösartigkeit stammt aus seiner Kindheit und Jugend, aus seinen häuslichen Verhältnissen, was weiß ich. Wahrscheinlich kann er im Grunde nichts dafür, dass er so geworden ist. Er ist das unbewusste Ergebnis von traumatischen Erfahrungen und Deprivation. Folglich hat alles, was er uns angetan hat und was er Ashley vielleicht noch antun wird, eine Art moralischer und emotionaler Basis. Es mag noch so Unrecht sein, aber es gibt eine Erklärung dafür. Wir dagegen, also ich will damit nur sagen, dass wir kaltblütig und egoistisch vorgehen müssen, ohne dass wir eine Entschuldigung für unser Verhalten hätten. Außer vielleicht einer. Hope und Scott hatten Sallys Ausführungen konzentriert zugehört. Sally war unruhig in ihrem Sessel herumgerutscht und hatte sich gewunden, als bereite ihr jedes Wort eine Qual, so frostig kalt sie ihr auch über die Lippen kommen mochten. »Und die wäre?« fragte Hope vorsichtig. »Ashley wäre in Sicherheit.« Wieder senkte sich die Stille über den Raum. Sally schnappte hörbar nach Luft. »Das heißt, unter einer entscheidenden Voraussetzung«, sagte sie fast im Flüsterton. »Nämlich«, fragte Scott, »dass wir uns nicht erwischen lassen.« Es war Nacht geworden und wir saßen auf zwei Gartenstühlen auf ihrer Terrasse. Harte Sitze für harte Gedanken. Bei mir hatten sich so viele Fragen aufgestaut, dass ich mehr denn je darauf aus war, mit den Hauptpersonen oder zumindest mit einer von ihnen zu sprechen, um mir von dem Augenblick ein Bild zu machen, in dem sie von Opfern zu Verschwörern wurden. Doch so wütend sie mich auch machte, ließ sie sich nicht überfahren, sondern starrte nur in die feuchte Sommernacht hinaus. »Bemerkenswert, nicht wahr? Wozu man bereit ist, wenn man in die Enge getrieben wird«, sagte sie. »Na ja«, antwortete ich vorsichtig, »mit dem Rücken an der Wand?« Sie stieß ein freudloses Lachen aus. »Das ist es ja gerade«, meinte sie unvermittelt. Sie glaubten, sie stünden mit dem Rücken an der sprichwörtlichen Wand. Aber wie kann man sich da sicher sein? Ihre Ängste waren berechtigt. O'Connell stellte eine offensichtliche Bedrohung dar. Wissen konnten sie es natürlich letztlich nicht. So vor die Wahl gestellt, sich für eine von verschiedenen unbekannten Größen zu entscheiden, haben sie die Dinge selbst in die Hand genommen. Wieder lächelte sie. Aus ihrem Mund klingt es so einfach und überzeugend. Wieso sehen sie es nicht mal von der anderen Seite? Wie meinen sie das? Also, stellen sie sich vor, sie betrachteten das Problem aus Sicht der Polizei. Sie haben es mit einem jungen Mann zu tun, der sich verliebt hat und die Mädchen seiner Träume nachstellt. Kommt alle Tage vor. Sie wissen so gut wie ich, dass er ein Stalker ist. Aber was könnte ein Kriminalbeamter tatsächlich beweisen? Meinen sie nicht auch, dass Michael O'Connell seine kleinen Computerattacken auf unsere Hauptpersonen so gut versteckt hatte, dass niemand sie bis zu ihm zurückverfolgen konnte? Und wie hatten sie reagiert? Mit einem Bestechungsversuch? Mit Drohungen? Sie haben ihn sogar zusammenschlagen lassen. Wenn sie als Polizist mit dieser Situation konfrontiert wären, wer ließe sich wohl leichter vor Gericht bringen? Ich denke, Scott Salley und sogar Hope. Sie haben schon an diesem Punkt gelogen. Falsche Tatsachen vorgespielt. Selbst Ashley hat schon gegen das Gesetz verstoßen und diesen Revolver in ihren Besitz gebracht. Und nun planen sie gar einen Mord. An einem Unschuldigen. Aus psychologischer oder auch moralischer Sicht mag er nicht wirklich unschuldig gewesen sein, aber trotzdem. Und sie wollen sich nicht erwischen lassen. Welchen moralischen Ansprüchen hätten sie zu diesem Zeitpunkt noch genügt? Ich erwiderte nichts. Mir schwirrten eigene Gedanken im Kopf herum. Wie hatten sie es geschafft? Erinnern sie sich noch, von wem sie hören mussten, etwas zu sagen und es zu tun, seien zweierlei Paar Schuhe? Wer hat ihnen klargemacht, wie schwer es ist, tatsächlich abzudrücken? Ich lächelte. Ja, ich weiß. O'Connor. Sie lachte bitter. Ja, das hat er zu der Unerschrockensten von ihnen gesagt. Derjenigen, die am wenigsten zu verlieren gehabt hätte, wenn sie ihm eine Schrotladung in die Brust gejagt hätte. Sie, die ihr Leben größtenteils schon hinter sich hatte und das geringste Risiko eingegangen wäre. In diesem entscheidenden Moment hat sie versagt. Nicht wahr? Sie schwieg eine Weile und starrte in die Dunkelheit. Einer von ihnen musste jedoch den Mut aufbringen. Sally meldete sich als erste wieder zu Wort. Wir müssen die Aufgaben benennen und verteilen. Wir brauchen einen Plan. Und dann müssen wir uns daran halten. Peinlich genau. Sie konnte ihren eigenen Worten nicht glauben. Sie waren so eiskalt und berechnend, dass es ihr fast erschien, als kämen sie nicht von ihr, sondern einem Unbekannten. Sie konnte sich keine unwahrscheinlicheren Mörder denken als ihr Trio. Sie hegte immense Zweifel daran, dass sie tatsächlich das ausführen würden, was sie vorgeschlagen hatte. Hope sah auf. Ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Bisher habe ich noch nicht mal ein Knöllchen wegen erhöhter Geschwindigkeit bekommen. Ich lese nur selten Krimis oder Thriller. Zuletzt habe ich am College Schuld und Sühne in einem Seminar und kaltblütig in einem anderen gelesen. Scott lachte etwas verlegen. Na, großartig. Im Ersten treiben Schuldgefühle den Mörder fast in den Wahnsinn, sodass er sich am Ende stellt, und im Anderen, na ja, da landen die Bösewichte am Galgen, weil sie keinen blassen Schimmer haben. Vielleicht sollten wir uns die Bücher nicht unbedingt zum Vorbild nehmen. Wahrscheinlich hatte er einen ganz netten Witz gemacht, doch niemand konnte auch nur darüber schmunzeln. Sally winkte ab. »Wisst ihr was?« sagte sie schroff. »Wir sind keine Mörder. Wir sollten nicht einmal daran denken.« Scott brach das kurze Schweigen. »Mit anderen Worten, wir warten, bis etwas passiert und hoffen, dass es keine Tragödie ist?« »Nein.« »Ja, ich weiß nicht.« Sally schwankte plötzlich in ihren Gefühlen wie in ihrer Stimme. »Vielleicht vertrauen wir den juristischen Mitteln zu wenig. Vielleicht sollten wir doch eine einstweilige Verfügung anstreben. Manchmal funktioniert es.« »Ich kann nicht erkennen, was das in unserem Fall helfen soll«, sagte Scott. »Damit ist nichts gewonnen. Wir wären weiterhin ständig in Angst. Vor allen anderen Ashley. Wie kann man so leben?« »Und selbst wenn es O'Connell dazu bringt, Abstand zu halten, wird jeder Tag, an dem er scheinbar verschwunden ist, die Unsicherheit nur noch vergrößern. Das bringt keine Lösung. Bestenfalls schafft es die Illusion von Sicherheit. Und selbst wenn es tatsächlich Sicherheit brächte, woher könnten wir wissen, ob es so ist?« Sally stieß einen langen Seufzer aus. »Du bringst überzeugende Argumente, Scott, die nicht von der Hand zu weisen sind. Sag mir eins. Wirst du abdrücken und jemanden töten?« »Ja«, brach es aus ihm heraus. »Machst du es dir nicht ein bisschen zu leicht? Aus dir spricht die Leidenschaft, nicht die Vernunft. Und du, Hope, würdest du jemanden, einen Fremden töten, um Ashley zu schützen? Oder würdest du dich in dem entscheidenden Moment nicht doch vielleicht fragen, was mache ich hier eigentlich? Schließlich ist sie nicht mein Kind.« »Nein, natürlich nicht«, erwiderte Hope. »Wie gesagt, mir scheint, wir antworten ein wenig vorschnell.« Scott überkam eine Woge der Frustration. »Und was ist mit dir, Advocatus Diaboli? Machst du's?« Sally runzelte die Stirn. »Ja. Nein. Ich weiß es nicht.« Scott lehnte sich zurück. »Dann wüsste ich gerne eins. Als Ashley klein war. Hast du da, wenn sie krank waren, nicht mal gebetet, »Lass es mich sein? Mach mich krank und sie gesund?« Sally nickte. »Ich denke, jede Mutter hat es schon empfunden. Würdest du für dein Kind dein Leben geben?« Sally merkte, wie ihr die Emotionen die Kehle zuschnitten. Sie nickte. Sie schluckte schwer, um sich zu fassen. »Ich kann es«, sagte sie langsam. »Ich kann ein Verbrechen entwerfen. Ich weiß genug darüber. Und vielleicht funktioniert es sogar. Vielleicht aber auch nicht. Aber selbst wenn wir alle ins Gefängnis gehen, haben wir zumindest versucht, sie zu verteidigen. Das ist wenigstens etwas. Ja, aber nicht genug. Scott war ein wenig überrascht, wie steif das klang. Sag mir, was du denkst.« Sally wechselte unruhig die Stellung. »Was ist eurer Meinung nach O'Connells wundester Punkt?« »Das müsste was mit dem Vater zu tun haben«, erwiderte Scott. »Genauer gesagt«, fuhr Sally fort, »ihr schlechtes Verhältnis. Ich schätze, diesen Hass wird O'Connell nicht unter Kontrolle haben.« Scott und Hope verfielen beide in Schweigen. »Da bietet er Angriffsfläche. So wie es ihm gelungen ist, unsere neuralgischen Punkte aufzuspüren, so müssen wir gegen ihn vorgehen. Haben wir nicht schon ein paar Lektionen von ihm bekommen? Er hat herausgefunden, wo er uns am leichtesten treffen kann. Und das hat er sich zunutze gemacht. Dasselbe hat er mit Ashley getan. Er stellt alles auf den Kopf, um Kontrolle auszuüben. »Wozu sitzen wir hier zusammen?« »Weil wir glauben, dass er ihr was antun wird. Sie vielleicht sogar töten wird, falls seine Frustration eskaliert. Wenn ich versuche, die Dinge mit etwas Abstand zu sehen, dann denke ich, dass wir mit ihm nur machen, was er bereits mit uns gemacht hat. Wir richten enormen Schaden an, ohne eine Spur zu hinterlassen.« Wieder erwiderten die anderen beiden nichts. Doch alles, was Sally sagte, schien ihnen logisch. Scott und Hope betrachteten die Frau, die sie einmal geliebt hatten oder noch immer liebten und sahen jemanden, den sie kaum wiedererkannten. »Wir müssen Vater und Sohn zusammenbringen. Das wäre von entscheidender Bedeutung. Sie müssen miteinander konfrontiert werden. Hoffentlich gehen sie sich an die Gurgel. Sie müssen etwas tun, das die Polizei nachweisen kann. Ich meine, es müsste klar erwiesen sein, dass sie sich getroffen und geprügelt haben. Und in diese Wut müssen wir uns einmischen, heimlich, ohne die geringsten Spuren zu hinterlassen. Ganz und gar unsichtbar. Außer für den Mann, den wir töten.« Sally sah jetzt nicht mehr Hope und Scott an, sondern starrte zur Decke. Sie sprach in einem nachdenklichen, beinahe spekulativen Ton. »Seht ihr? Das wäre nur logisch. Sie hassen und misstrauen einander. Ihre Beziehung ist von Gewalt geprägt. Sie haben noch ein paar Rechnungen offen. Was wäre da naheliegender, als dass der Sohn im Zorn den Vater tötet?« »Stimmt«, pflichtet es Gott bei. »Eine Gerechtigkeit wie in der griechischen Tragödie. Aber sie gehen sich seit Jahren aus dem Weg. Wie wollen wir...« Sally hob die Hand. Sie sprach leise. »Falls er annimmt, dass Ashley im Haus seines Alten ist.« »Du willst sie als Köder benutzen?« platzte Scott heraus. Er schüttelte den Kopf. »Aber das ist unmöglich.« »Was für einen Köder hätten wir denn sonst?« antwortete Sally mit einer Gegenfrage. »Ich dachte, wir wären uns darin einig, Ashley aus allem rauszuhalten.« antete Hope ein. Sally zuckte die Achseln. »Ashley könnte einen Anruf machen, ohne zu wissen, wozu. Wir könnten ihr in den Mund legen, was sie sagen soll.« Hope beugte sich vor. »Nur mal angenommen. Rein hypothetisch. Wir könnten sie beide in dasselbe Zimmer bestellen. Und dann kreuzen wir plötzlich auf. Wie sollen wir ihn da töten?« Sie war verblüfft, als sie ihre eigenen Worte hörte. Sally überlegte. »Wir sind nicht stark genug.« Plötzlich wirkte ihr Gesicht wie versteinert. »Du sagst, O'Connell hat eine Pistole?« »Ja, in seiner Wohnung versteckt.« Sally nickte. »Die müssen wir verwenden. Nicht nur ein gleiches Modell, genau die. Seine eigene Waffe. Mit seinen Fingerabdrücken und vielleicht seiner DNA. Und wie kommen wir da ran?« fragte Scott. Hope griff wortlos in ihre Jeans-Tasche und hielt den Schlüssel zur O'Connells Wohnung hoch. Die anderen beiden starrten sie an. Und obwohl keiner von ihnen etwas sagte, dachten sie beide dasselbe. Es war immerhin möglich. Sally blieb allein zurück, während Scott und Hope sich zu Catherine und Ashley geselten, um zu essen, was die beiden vorbereitet hatten. Ein Teil von ihr war wie elektrisiert, fieberte geradezu dem Mord entgegen. Angesichts der Ironie des Ganzen hätte sie laut lachen können. »Wir sind dabei, etwas zu tun, das uns für immer verändern wird, damit wir uns nicht ständig ändern müssen.« Sie hörte Hopes Stimme aus der Küche und musste unwillkürlich denken, dass sie nur wegen Michael O'Connell und seines Vaters wieder an den Punkt kommen konnten, an dem sie sich noch liebten. Sie fragte sich, ob der Weg zum Leben über den Tod führen konnte. Zweifellos lautete die Antwort ja. Soldaten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Polizisten, sie alle wissen, dass sie eines Tages vor diese Wahl gestellt sein könnten, dass sie sich möglicherweise einmal selbst opfern mussten, damit andere überlebten. Waren sie nicht in einer ähnlichen Situation? Sie griff nach ihrem gelben Kanzleiblock und einem billigen Kugelschreiber. Sally machte sich daran, Ideen zu notieren. Zunächst erstellte sie eine Liste mit Dingen, die sie brauchen würden, sowie mit Details, die der ermittelnden Polizei zwingend einen bestimmten Tathergang nahelegten. Während sie die Aufstellung ergänzte, wurde ihr immer klarer, dass der Schuss als solcher weniger entscheidend war als die nachträgliche Wirkung. Wie eine eifrige Studentin, der während der Examsprüfung plötzlich die richtigen Antworten einfallen, arbeitete sie sich in umgekehrter Reihenfolge durch das Verbrechen. Erfinde einen Mord, sagte sie sich. Sie hielt sich die Hand vors Gesicht. »Wir sind dabei, das zu werden, was wir immer gehasst haben«, dachte sie. Langsam ballte sie die Hand zur Faust. Nur, dass es sich für sie anfühlte, als legte sie die Finger um O'Connells Hals. Sie spürte förmlich, wie ihm die Luft ausging, und er von einem Moment zum anderen unter ihrem Würgegriff erstickte. Es war spät geworden, und ich stand unschlüssig in der Haustür. Man hört etwas. Jemand hat einem eine Geschichte erzählt. Worte im Flüsterton. Und mit einem Schlag kommt es einem so vor, als würde es zwangsläufig immer mehr Fragen als Antworten geben. Sie musste das irgendwie gespürt haben, denn sie sagte, »Ahnen Sie jetzt, weshalb Sie davor zurückschrecken, mit Ihnen zu reden?« »Ja«, antwortete ich, »natürlich. Sie wollen keine Strafanzeige riskieren. Mord verjährt nicht.« Sie schnaubte. »Das versteht sich von selbst, und zwar von Anfang an. Sie müssen versuchen, über die offensichtlichsten praktischen Erwägungen hinauszuschauen.« »Na schön, weil der Verrat, um den es ja auch geht, Sie erschreckt.« Sie schnappte nach Luft, so als hätte sie vor etwas Angst. »Und worin, bitteschön, besteht dieser Verrat, wie Sie es so elegant formulieren?« Ich überlegte einen Moment. Sally hatte Jura studiert. Sie hätte mehr Respekt vor der Kraft des Gesetzes haben sollen. »Ja, ja«, räumte sie ein und nickte. »Sie stand im Dienste des Gesetzes. Aber sie konnte in diesem Fall nur die Unzulänglichkeiten des Gesetzes sehen, nicht seine Stärken. Fahren Sie fort.« Und Scott? Nun ja, er war Geschichtsprofessor. Mehr als irgendjemand sonst hätte er sehen müssen, wie gefährlich es ist, einseitig zu handeln. Er hätte sich einen Sinn für die soziale Gerechtigkeit bewahren müssen. »Ein Mann, der Gewalt verabscheute und plötzlich zu diesem Mittel griff?« fragte sie. »Ja. Selbst als er sich in jungen Jahren zum Kriegsdienst meldete, war das eher so etwas wie ein politischer Akt oder eine Gewissensentscheidung als ein Hurra-Patriotismus gewesen. Nur so ist es ihm gelungen, sich die Hände nicht oder kaum schmutzig zu machen. Aber Hope? »Was ist mit Hope?« fragte sie prompt. »Ich habe das Gefühl, dass man bei den Dreien, wie soll ich sagen, von ihr am wenigsten erwarten würde, sich auf etwas Kriminelles einzulassen. Schließlich war sie am wenigsten involviert.« »Meinen Sie«, stand für sie nicht auch mehr auf dem Spiel als für die anderen? Eine Frau, die eine andere Frau liebt und die ganze gesellschaftliche Last auf sich nimmt, die das mit sich bringt, hat sie nicht aus Liebe das größte Risiko auf sich genommen? Hatte sie es nicht aufgegeben, eine eigene Familie zu gründen, sich der Welt als normal zu präsentieren und deshalb Ashley quasi als ihr eigenes Kind adoptiert? Erkannte sie in ihr einen Teil von sich selbst, ein Leben, das ihr vielleicht auch einmal offen gestanden hatte? Hat sie Ashley beneidet, geliebt? Hat sie sich mit ihr auf eine so tiefe Weise verbunden gefühlt, dass es mit dem, was wir natürlicherweise von einer Mutter oder einem Vater erwarten, wenig zu tun hat? Und liegt es nicht nahe, dass sie als die Athletin, die sie schließlich war, dazu neigen würde, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen? Ihr plötzlicher Wortschwall erdrückte mich, so wie das Dunkel der Nacht. »Ja«, gab ich zu, »das kann ich nachvollziehen.« Hope hatte in ihrem ganzen Leben nie das Risiko gescheut, sie war immer ihrem Instinkt gefolgt, das machte ihre Schönheit aus. »Von der Seite hatte ich es nicht gesehen. Meinen Sie nicht, dass Hope in gewisser Hinsicht der Schlüssel zu allem war?« Ich schüttelte, wenn auch kaum merklich, den Kopf. »Ja und nein.« »Wie soll ich das verstehen?«, fragte sie. Der Schlüssel war von Anfang bis Ende Ashley. Ashley drückte gegen das Kopfbrett ihres Bettes und stützte die Füße auf das Brett am Fußende. Sie hielt die Spannung so lange, bis ihr vor Anstrengung die Muskeln zitterten. Als Teenager hatte sie das immer gemacht, wenn ihr Körper sich selbst davon zu rennen drohte und sie unter ständigem Wachs weh litt, so als passten ihre Knochen nicht mehr in ihre Haut. Sport, hartes Lauftraining am Nachmittag unter Hopes Aufsicht hatte geholfen. Doch viele Nächte lang hatte sie sich im Bett hin und her geworfen und darauf gewartet, dass ihr Körper endlich ausgewachsen war. Es war noch früh, und so drangen gelegentliche Schlafgeräusche durchs Haus. Im Nachbarzimmer schnarchte Catherine laut. Von Sally und Hope war nichts zu hören, auch wenn sie die beiden letzte Nacht noch lange hatte Reden hören. Es war zu leise gewesen, um etwas zu verstehen, doch sie vermutete, dass es etwas mit ihr zu tun hatte. Schon lange hatte sie keine gedämpften, zärtlichen Worte mehr gehört, und das machte ihr zu schaffen. Sie wollte unbedingt, dass ihre Mutter mit Hope zusammenblieb. Doch Sally wirkte seit einigen Jahren so distanziert, dass sie nicht sicher war, wie es weitergehen würde. Manchmal glaubte sie, dass sie mit dem Schabenhaufen einer weiteren Scheidung nicht zurechtkäme, selbst wenn sie als Freunde auseinandergingen. Aus Erfahrung wusste sie, dass eine einvernehmliche Trennung mehr oder weniger mit denselben inneren Qualen einherging. Ein Moment lang horchte Ashley. Dann ließ sie es zu, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen. Nameless hatte immer am Ende des Flurs direkt vor der Tür zum Schlafzimmer von Sally und Hope auf einem zerschlissenen Hundelager geschlafen, damit er in Hopes Nähe war. Doch als Ashley noch klein war, hatte er nicht selten mit unnachahmlichem Hundeinstinkt gespürt, wenn sie Kummer hatte. Dann hatte er mit der Schnauze die Tür geöffnet und es sich ohne großes Aufhebens auf dem Teppich vor der Kommode bequem gemacht. Er hatte sie so lange angesehen, bis sie ihm erzählte, was sie bedrückte. Es war, als könnte sie sich selbst beruhigen, indem sie den Hund beruhigte. Ashley biss sich auf die Lippe. Allein dafür, was er Nameless angetan hat, könnte ich ihn eigenhändig erschießen. Sie schwang die Beine aus dem Bett und stand auf. Ein Moment lang ließ sie den Blick langsam über die vertraute Umgebung aus ihrer Kindheit schweifen. An einer Wand hing rund um ein aufgezogenes Poster Dutzende ihrer eigenen Zeichnungen. Dazwischen Schnappschüsse von ihren Freunden, von ihr selbst im Halloween-Kostüm, auf dem Fußballplatz und in voller Robe vor dem Abschlussball. Dann eine bunte Flagge mit dem Wort Frieden in der Mitte über einer eingestickten weißen Taube. Eine leere Champagnerflasche mit zwei Papierblumen darin erinnerte an die Nacht in ihrem ersten Jahr am College, in der sie entjungfert wurde. Ein Ereignis, in das sie Hope eingeweiht hatte, nicht aber ihre Eltern. Sie atmete langsam aus und musste unwillkürlich denken, dass all diese Dinge ihr sagten, wer sie einmal gewesen war, während sie eine Vorstellung davon bekommen wollte, was aus ihr werden würde. Sie ging zu der Schultertasche, die am Türknauf ihres Einbauschranks hing, griff hinein und zog den Revolver heraus. Ashley nahm ihn, drehte sich um und ging in Anschlag. Sie zielte aufs Bett. Langsam, ein Auge geschlossen, drehte sie sich um die Achse und richtete die Waffe aufs Fenster. Alle sechs Schuss auf einmal feuern, schärfte sie sich ein. Sie kamen, auf die Brust zielen, nicht am Abzug ruckeln, so wenig wie möglich wackeln. Sie kam sich ein bisschen albern vor. »Er wird nicht stillstehen«, überlegte sie. »Vielleicht stürzt er auf dich zu, um es kurz zu machen.« Sie nahm wieder ihre Stellung ein, grätschte die nackten Füße am Boden, ging ein wenig in die Knie. In Gedanken nahm sie Maß. Wie groß war O'Connor? Wie stark? Wie schnell würde er laufen? Würde er um sein Leben betteln? Würde er ihr versprechen, sie in Ruhe zu lassen? Schieß ihm gefälligst ins Herz, falls er eins hat. »Peng«, flüsterte sie. »Peng, peng, 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 peng!« Sie ließ den Revolver sinken. »Du bist tot und ich am Leben. Und mein Leben kann weitergehen«, sagte sie so leise, dass die anderen, egal wie unruhig sie schliefen, sie nicht hören konnten. »Es mag noch so mies sein, aber immer noch besser als das hier.« Die Pistole fest im Griff trat sie neben das Fenster. Hinter den Gardinen versteckt spähte sie links und rechts die Straße entlang. Es dämmerte, sodass die Häuser gerade erst langsam Gestalt annahmen. Es war kalt, schätzte sie. Wahrscheinlich lag raureif auf den Rasenflächen. Zu kalt, als dass O'Connor die Nacht über da draußen Wache gehalten haben könnte. Sie nickte und steckte die Waffe wieder in ihre Tasche. Dann zog sie eilig eine Jogginghose, einen schwarzen Rolli und ein Kapuzen-Sweatshirt aus der Kommode und schnappte sich ihre Joggingschuhe. Sie glaubte nicht, dass sie in den nächsten Tagen viel Gelegenheit haben würde, allein zu sein. Und jetzt hatte sie die Chance. Als sie sich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer schlich, fiel es ihr ein wenig schwer, die Pistole zurückzulassen. Aber schließlich konnte sie mit dem Ding nicht laufen. Zu schwer und zu verrückt. Es lag kanadische Kälte in der Luft, die es über Vermont hinaus geschafft hatte. Sie ließ leise die Haustür zuschnappen und zog sich eine Strickmütze über die Ohren. Dann rannte sie los, um auf der Straße zu sein, bevor jemand ihr das kleine Vergnügen ausreden konnte. Ashley lief schnell, damit ihr Herz das Blut in die kalten Finger pumpte, und mit jedem Meter ließ sie den Gedanken an das Risiko und bald auch die Kälte hinter sich. Ashley lief zügig, im Takt mit ihren Gedanken, wobei das Trommeln ihrer Füße ihre Wut in eine Art Jogging-Poesie verwandelte. Sie war es so leid, von ihrer Familie und ihrer eigenen Angst bedrängt, herumkommandiert und eingesperrt zu werden, dass sie darauf bestand, sich auf das Abenteuer einzulassen. »Natürlich darfst du es ihm nicht extra leicht machen«, sagte sie sich und nahm einen unvorhersehbaren Zickzackkurs. Was sie dringend nötig hatte, war der Luxus, spontan zu handeln. Aus drei Meilen wurden vier, dann fünf, und der wilde frühmorgendliche Aufbruch mündete in einen stetigen Rhythmus, der, so hoffte sie, zu ihrer Sicherheit beitrug. Der Wind war nicht mehr so kalt und drang ihr nicht mehr stechend in die Lungen. Sie spürte den Schweiß im Nacken, und als sie kehrtmachte, um den Heimweg anzutreten, fühlte sie sich ein wenig erschöpft, wenn auch nicht so sehr, dass sie ihr Tempo gedrosselt hätte. Stattdessen wurde ihr ein unbehagliches Gefühl, eine seltsame Unruhe, bewusst. Sie blickte aufmerksam nach vorne und sah plötzlich, wie sich etwas bewegte. Sie hätte schwören können, dass sie nicht mehr alleine war. Sie schüttelte den Kopf und rannte weiter. Etwa acht Straßen von ihrem Haus entfernt schoss ein Wagen gefährlich nah an ihr vorbei. Sie stieß einen erschrockenen Laut aus und wollte einen Kraftausdruck hinterher schicken, lief jedoch weiter. Sechs Straßen von ihrem Haus entfernt rief jemand deutlich ihren Namen. Sie konnte nicht sagen, ob sie sich dies nur eingebildet hatte, und sie drehte sich auch nicht um, sondern lief nur um so schneller. Vier Straßen von zu Hause entfernt hupte jemand in ihre Nähe. Bei dem Geräusch zuckte sie heftig zusammen und legte einen Sprint ein. Zwei Straßen von daheim hörte sie hinter sich plötzlich Reifen quietschen. Sie schnappte nach Luft, drehte sich aber auch diesmal nicht um, sondern wechselte nur von der Straße auf den Bürgersteig, der von den Wurzeln der Bäume aufgebrochen und wellig war, wie das Meer kurz vor einem Sturm. Der Zementboden schien nach ihren Knöcheln zu schnappen, und ihre Füße beklagten sich über das schwierige Gelände. Sie legte noch einmal Tempo zu. Sie hätte am liebsten die Augen geschlossen und versuchte mit aller Macht, sich gegen Geräusche abzuschotten. Da das unmöglich war, fing sie an, vor sich hin zu summen. Dabei hielt sie wie ein Rennpferd mit Scheuklappen den Blick konzentriert nach vorne gerichtet, um schnellstens nach Hause zu kommen. Sie sprang über ein Blumenbeet, schoss quer über den Rasen und wäre beinahe gegen die Haustür geprallt. Erst dann drehte sie sich langsam um. Sie starrte in beide Richtungen der Straße. Sie sah einen Mann aus seiner Einfahrt fahren, ein paar lachende Kinder mit prallgefüllten Rucksäcken, die zum Schulbus liefen. Eine Frau in einem langen, leuchtend grünen Mantel, den sie sich über das Nachthemd geworfen hatte, bückte sich nach der Zeitung. Kein O'Connell. Jedenfalls nicht, soweit sie sehen konnte. Sie legte den Kopf zurück und atmete in kurzen Zügen die kalte Morgenluft ein. Noch einmal ließ sie den Blick über die vorstädtische Alltagsnormalität schweifen und schluckte schwer. In diesem Moment wurde ihr klar, dass er nicht mehr tatsächlich da sein musste, um präsent zu sein. Von seinem Beobachtungsposten ein Stück die Straße hinunter weitete sich Michael O'Connell an Ashley. Wie sie unschlüssig auf den Eingangsstufen zum Haus ihrer Mutter stand. Er saß hinter dem Lenkrad seines Wagens und nippte an einer großen Tasse Kaffee. Hätte sie richtig hingesehen, dann hätte sie ihn wohl entdeckt, denn er gab sich nicht besonders Mühe, sich zu verstecken. Er wartete nur. Er hatte überlegt, ob er sie beim Joggen anhalten sollte, den Gedanken aber verworfen. Wenn er sie so überraschte, geriet sie vielleicht in Panik und sie hätte ihm allzu leicht entwischen können. Immerhin war sie mit den Nebenstraßen und Gärten des Viertels viel besser vertraut und so schnell er auch war, hätte er nicht mit Sicherheit sagen können, ob er sie eingeholt hätte. Vor allem aber hätte sie schreien können und damit die Aufmerksamkeit der Nachbarn auf sich gelenkt, so dass jemand vielleicht die Polizei gerufen hätte. Falls sie eine Szene gemacht hätte, dann hätte er sich verziehen müssen, bevor er Gelegenheit hatte, mit ihr zu sprechen. Was er am wenigsten brauchen konnte, war ein skeptischer Polizist, dem er erklären sollte, was er hier zu suchen hatte. Er musste vielmehr den richtigen Moment abwarten. Nicht hier, nicht auf der Straße, in dem Viertel, in dem sie aufgewachsen war. Hier schwang ihre Vergangenheit mit. Er dagegen war ihre Zukunft. Viel leichter war es, ihren Anblick in sich aufzusaugen. Besonders gefiel es ihm, ihre Beine beim Laufen zu betrachten. Sie waren lang und geschmeidig, und er wünschte sich, er hätte in ihrer einzigen Nacht stärker darauf geachtet. Dennoch hatte er sie nackt und schimmernd vor Augen, und er wechselte die Stellung, als er in einer Woge die ersten Anzeichen sexueller Erregung spürte. Er wünschte, er schläwerte ihre Strickmütze herunternehmen, damit er ihr Haar sehen konnte. Und als er wieder aufsah und sie genau das tat, schmunzelte er und fragte sich, ob er ihr auf telepathischem Wege alle möglichen unterschwelligen Botschaften schicken konnte. Es machte ihm nur umso deutlicher, wie stark sie miteinander verbunden waren. Michael O'Connell lachte laut. Er brauchte Ashley nur von Ferne zu sehen, und schon durchströmte es warm seinen ganzen Körper. Es war, als übertrüge sie ihm ihre Energie. Unter dem Ansturm der Leidenschaft wurde es ihm unmöglich, länger still zu sitzen, und er öffnete die Tür. Nicht weit vor ihm drehte Ashley sich im selben Moment um und trat, ohne ihn zu sehen, erfüllt von Verzweiflung ins Haus. Michael O'Connell erhob sich halb im Wagen ein Bein auf der Straße und starrte auf die Stelle, an der Ashley eben gestanden hatte. In seiner Fantasie sah er sie immer noch. »Schnapp sie dir«, sagte eine Stimme in seinem Innern. Doch das erschien ihm zu einfach. Er lächelte. Er musste sie nur allein erwischen. Allerdings allein in seiner Welt, nicht ihre. »Ich bin unsichtbar«, dachte er, als er wieder hinters Lenkrad sackte und vom Bordstein fuhr. Doch da irrte er. Im Schlafzimmer stand Sally am Fenster und sah hinaus. Sie packte die Fensterbank so fest, dass sich ihre Fingerknöchel verfärbten und grub die Nägel so tief ins Holz, dass sie fürchtete, es zu zerbrechen. Es war das erste Mal, dass sie Michael O'Connell leibhaftig zu sehen bekam. Als sie die Gestalt hinterm Lenkrad des Wagens das erste Mal entdeckte, hatte sie sich eingeredet, das sei nicht der, für den sie ihn hielt, dabei aber sofort gewußt, dass sie sich etwas vormachte. Es konnte nur er sein. Er war so nah wie eh und je, knapp außerhalb ihrer Reichweite, und beschattete Ashley auf Schritt und Tritt. Selbst wenn sie ihn nicht sah, war er da. Sie fühlte sich benommen, erbost und von einer Panikattacke fast überwältigt. Liebe ist Hass, dachte sie. Liebe ist böse. Liebe ist falsch. Sie sah dem Wagen hinterher. Liebe ist tot, dachte sie. Keuchend wandte sie sich vom Fenster ab. Zuerst wollte sie allen sagen, dass sie gerade Michael O'Connell gesehen hatte, wie er nur wenige Meter von ihrer Haustür entfernt Ashley hinterher spionierte. Doch dann überlegte sie es sich anders. Wer wütend ist, handelt unbesonnen. Wir müssen die Ruhe bewahren. Wir müssen klug sein. Organisiert. An die Arbeit, an die Arbeit, an die Arbeit. Sie drehte sich um und sah den Block mit ihren Notizen. Notizen zu einem Mord. Als sie den Bleistift zur Hand nahm, merkte sie allerdings, dass sie ein wenig zitterte. Am späten Nachmittag machte sich Sally auf den Weg, um Dinge einzukaufen, die sie bei ihrem Vorhaben für unverzichtbar hielt. Erst am frühen Abend kam sie zurück, schaute kurz bei Ashley herein, die seltsam gelangweilt auf ihrem Bett eingerollt lag und las, und fragte sich, wo Haupt stecken mochte, während sie Catherine in der Küche herumhantieren hörte. Dann rief sie Scott zu Hause an. Ja? Scott, ich bin Sally. Alles in Ordnung? Ja, wir haben den Tag mehr oder weniger ohne besondere Vorkommnisse hinter uns gebracht, berichtete sie und ließ unerwähnt, dass O'Connell an diesem Morgen in ihrer Straße gelauert hatte. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass das noch lange der Fall ist. Das kann ich nachvollziehen. Gut, will ich hoffen. Ich denke nämlich, du solltest rüberkommen. Meinetwegen. Er wirkte unentschlossen. Es ist Zeit, dass wir handeln. Sally lachte trocken, als hätte sie eine zynische Ader bei sich entdeckt. Ich habe den Eindruck, als hätte es zwischen uns in den letzten Wochen mehr Übereinstimmung gegeben, als während unserer ganzen Ehe. Auch Scott verzog den Mund zu einem schmerzlichen Lächeln. Seltsame Sicht der Dinge. Vielleicht hast du recht. Aber wir hatten auch Zeiten, die gar nicht so schlecht waren. Du hast ja nicht eine Lüge gelebt wie ich. Lüge ist ein starkes Wort. Herrmann, Scott, ich möchte den alten Streit nicht wieder anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Sie schwiegen einen Moment. Dann fügte Sally hinzu. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Hier geht's nicht darum, wo wir einmal standen, sondern darum, welche Perspektive wir haben, oder sogar darum, wer wir sind. Und vor allen Dingen geht es um Ashley. Okay, sagt es Scott, der plötzlich einen gewaltigen Gefühlssumpf zwischen ihnen vor Augen hatte, über den sie nie geredet hatten und nie reden würden. Ich hab einen Plan, platzte Sally heraus. Gut, sagte er, nachdem er tief Luft geholt hatte. Er war sich nicht sicher, ob er es auch so meinte. Ich weiß nicht, ob es ein guter Plan ist und ob er funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob wir das hinbekommen. Lass hören. Wir sollten das nicht am Telefon besprechen. Zumindest nicht diese Dinge. Sicher, du hast recht. Er war sich auch nicht sicher, wieso sie damit recht hatte, aber er sagte es trotzdem. Ich komm gleich. Er legte auf und musste plötzlich denken, dass die Routine etwas Schreckliches an sich hatte. Zu unterrichten und mit all den Gespenstern von Staatsmännern, Soldaten und Politikern allein zu sein, die seine Seminare bevölkerten, dies füllte seine Tage aus und machte alles so vollkommen vorhersehbar. Das würde sich wohl bald ändern. Hope war zurück, bevor Scott eintritt. Sie war spazieren gegangen und hatte ohne viel Erfolg versucht, sich über ihre Situation Klarheit zu verschaffen. Sie fand Sally im Wohnzimmer, wo sie einen Bleistift zwischen den Lippen über ein paar losen Blättern brütete. Bei Hope's Eintreten sah sie auf. Ich hab einen Plan. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, aber Scott ist schon unterwegs und wir können es zusammen durchgehen. Wo sind Mutter und Ashley? Oben. Keineswegs begeistert, dass wir sie beim Treffen nicht dabei haben wollen. Mutter schätzt es nicht, nicht ausgeschlossen zu werden. Was für jemanden, der einen großen Teil seines Lebens allein im Wald von Vermont verbracht hat, zwar seltsam sein mag, aber so ist es nun mal. Hope zögerte und Sally sah auf, weil Hope stockte. Was ist? Hope schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht so genau, aber versuch doch, Folgendes nachzuvollziehen. Sie tut, worum wir sie bitten, ja? Nur, dass ihr das vollkommen gegen den Strich geht. Sie ist immer eine Einzelgängerin gewesen, die sich nicht den Teufel um die Meinung anderer Leute schert. Und ihre scheinbare Gefügigkeit. Naja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir darauf bauen dürfen, dass sie jemals genau das tut, worum wir sie bitten. Sie ist ein bisschen unberechenbar. Mein Dad hat das immer an ihr geliebt und ich auch, wenn man davon absieht, dass es für mich als Jugendliche gelegentlich nicht ganz so einfach war, falls du verstehst, was ich meine. Sally lächelte. Bist du denn so viel anders als sie? Hope zuckte die Achseln, musste aber lachen. Wahrscheinlich nicht. Und meinst du nicht, dass ich mich genauso davon angezogen gefühlt habe? Ich habe eigentlich Sturheit und Unberechenbarkeit nie für meine stärksten Charaktereigenschaften gehalten. Da siehst du mal, wie wenig du weißt. Sally brachte ein zartes Grinsen zustande, während sie sich erneut über ihre ausgebreiteten Papiere beugte. Die beiden Frauen schwiegen. Schon komisch, dachte Hope, dass dies seit Wochen die erste liebevolle Äußerung von Sally war. Es klopfte an der Tür. Das wird's Gott sein, sagte Sally. Sie sammelte ihre Papiere ein, während Hope zur Tür ging, um ihn hereinzulassen. In den ein, zwei Sekunden, in denen sie alleine war, legte sie den Kopf zurück und holte Tiefluft. Haben wir diese Sache erst in Gang gebracht, gibt es kein Zurück. Catherine kochte innerlich vor Wut. Sie sah hinüber zu Ashley, bis die sie ihr Buch, in dem sie dieselbe Seite zum dritten Mal gelesen hatte, auf den Boden schleuderte. »Ich weiß nicht, ob ich das länger mitmachen soll,« brach es aus Ashley heraus. »Ich werde wie eine Sechsjährige behandelt, auf mein Zimmer geschickt, wo ich mich irgendwie beschäftigen soll, während meine Eltern meine Zukunft für mich planen. Verflucht noch mal, Catherine. Ich bin doch kein kleines Kind. Ich kann selbst für mich einstehen.« »Da gebe ich dir recht,« sagte Catherine. »Weißt du was? Ich sollte mir einfach diese verdammte Pistole schnappen und das Problem ein für alle Mal lösen.« »Ich glaube,« »Ashley, Schätzchen, das ist genau das, was deine Eltern verhindern wollen. Und ich habe dir diese Waffe nicht besorgt, damit du hergehst und drauf losballerst, nur weil dich die ganze Sache ankotzt. Ich habe sie dir nur besorgt, damit du dich verteidigen kannst, falls O'Connell hinter dir her ist.« Ashley lehnte den Kopf zurück. »Ist er heute schon, weißt du?« »Er ist was.« »Er war da. Wahrscheinlich ist er in diesem Moment irgendwo da draußen und wartet.« »Und wartet?« »Auf den richtigen Augenblick.« »Er ist verrückt.« »Verrückt nach mir.« »Verrückt und besessen.« »Verrückt.« »Ich weiß nicht, was.« »Aber er ist da.« »Für ihn gibt es nur eine Sache im Leben, die ihm wichtig ist, und das bin ich.« Catherine nickte. Plötzlich beugte sie sich vor. »Würdest du es fertig bringen?« Ashley riss die Augen auf und blickte von Catherine zu ihrer Schultertasche mit der Waffe und zurück. »Würdest du es schaffen?« setzte Catherine nach. »Ja«, antwortete Ashley steif. »Würde ich.« »Sicher.« »Ich weiß es.« »Ich habe es nicht geschafft, als es einfach gewesen wäre. Mit der Schrotflinte, als er mir direkt gegenüberstand. Ich hätte es schaffen sollen. Habe ich aber nicht. Wärst du stärker als ich, Liebes? Ein Schlossener? Tapferer?« »Ich weiß nicht.« »Aber ja, doch, ich denke schon.« »Ich muss es wissen.« »Wie soll irgendjemand das wissen, bevor er es tatsächlich macht. Aber wenn du meinst, ob ich abdrücken kann, dann denke ich, ja.« »Ich könnte mir vorstellen, dass du es schaffst«, sagte Catherine. »Vielleicht. Es wäre immerhin möglich.« »Es ist dunkel.« »Bist du davon überzeugt, dass er da draußen ist?« »Ja.« »Nun, du könntest dem ganzen Spuk ein Ende bereiten, indem du die Pistole da in die Jackentasche steckst und um Mitternacht mit mir einen Spaziergang machst. Und falls er versucht, sich uns in den Weg zu stellen, dann handelst du. Möglicherweise sagt er, dass er nur mit dir reden will. Das sagen sie immer. Aber statt dich darauf einzulassen, erschießt du ihn einfach. Auf der Stelle. Dann kommt die Polizei und wahrscheinlich nehmen sie dich fest. Dann soll deine Mutter den besten Anwalt für dich anheuern. Du musst in Kauf nehmen, dass du vor Gericht kommst. Aber die Leute in dieser Gegend, in der deine Mutter und Hope wohnen, werden nicht besonders geneigt sein, einen Mann, insbesondere einen Stalker, der einer jungen Frau nachstellt, mit so etwas durchkommen zu lassen. Oder auch nur die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es anders gelaufen ist, als wir sagen. Du meinst, ich denke, du kannst es tun, wenn du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen. Gefängnis? Vielleicht. Traurige Berühmtheit. Das Aushängeschild für alle möglichen Leute, denen es um etwas ganz anderes geht. Genau wie deine Eltern es vorausgesagt haben. Ashley warf den Kopf zurück. Ich halte das nicht mehr sehr viel länger aus. Einen Moment habe ich schreckliche Angst, dann wieder bin ich stinkwütend. Eben noch fühle ich mich halbwegs sicher, im Nächsten bedroht. »Wieso können wir nicht zu Gewalt greifen, bevor sie es uns gegenüber tun?« sinnierte Catherine grimmig. »Wieso läuft es immer so unfair?« »Wieso müssen wir warten, bis wir das Opfer sind?« »Das habe ich nicht vor.« »Gut,« »hatte ich mir gedacht. Dann lass uns überlegen, was wir tun können.« Ashley nickte. Scott betrachtete mehrere kleine Stapel von Gegenständen, die im Wohnzimmer bereit lagen. »Du hast eingekauft,« stellte er fest. »Allerdings,« bestätigte Sally. »Willst du die Sachen mit uns durchgehen?« Scott fummelte an einer Packung Salmiak getränkter Papierhandtücher herum. »Die hier zum Beispiel.« »Wenn man befürchten müsste, dass man an einem verräterischen Ort DNA-Spuren hinterlassen hat, kann man sie damit wegwischen.« Scott blies die Backen auf. »Getränkte Tücher?« Teil einer Mordwaffe sozusagen. Sally beobachtete ihren Ex-Mann und spürte, wie er schwankte. Sie fuhr in ungerührtem Ton fort. »Wenn ich es richtig sehe, haben wir uns darauf verständigt, O'Connell und seinen Vater zusammenzubringen. Das ist machbar. Scott hat uns quasi mit der Nase darauf gestoßen. Und ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass es zu einem Streit zwischen den beiden kommen wird. Das haben wir ja durchgespielt. Dann müssen wir eine Möglichkeit finden, O'Connells eigene Waffe zu entwenden, sie so, wie er es vermutlich tun würde, auf seinen Vater zu richten und wieder in O'Connells Versteck zurückzulegen, bevor er sie vermisst.« »Wieso lassen wir sie nicht einfach, na ja, am Tatort zurück?« fragte Scott. »Das habe ich auch überlegt,« erwiderte Sally. »Aber sie wird das entscheidende Beweisstück sein. Polizei und Staatsanwaltschaft lieben es nun mal, die Mordwaffe zu finden. Darauf bauen sie ihre Theorie auf. Vor Gericht wird es unanfechtbar sein. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass die Pistole bei ihm entdeckt wird, dass sie sich in seinem Besitz findet.« »Und die anderen Sachen?« fragte Hope. Sally warf einen Blick auf die Sammlung. Darunter waren mehrere Handys, eine Tube Sekundenkleber, ein Laptop, ein Herren-Overall in kleiner Größe, zwei Packungen OP-Handschuhe, mehrere Paar OP-Schuhe, die man über die eigenen Schuhe ziehen konnte, zwei schwarze, enge, kopf- und gesichtbedeckende Sturmhauben und ein Schweizer Messer. Das sind alles Dinge, die wir nach meiner Einschätzung brauchen werden. Einige andere Dinge, wie zum Beispiel ein paar Haare von O'Connells Kamm in seiner Wohnung wären ausgesprochen nützlich. Ich bin mit meiner Liste immer noch nicht durch. »Wozu der Computer?« fragte Scott. Sally seufzte und wandte sich an Hope. »Das ist dasselbe Fabrikat und Modell wie in O'Connells Wohnung, oder?« Hope sah sich den Laptop genauer an. »Ja, soweit ich es beurteilen kann, meiner Erinnerung nach.« »Also«, sagte Sally, »du sagst, auf seinem Computer hat er verschlüsseltes Material über Ashley, ja? »Und über uns.« »Der hier nicht.« Hope nickte. »Ich glaube, ich verstehe langsam.« »Die Polizei wird seinen Computer beschlagnahmen. Ich möchte dafür sorgen, dass es einer ist, den wir für diesen Fall vorbereitet haben.« »Sie austauschen?« »Richtig.« »Um eine Verbindung zwischen ihm und uns zu tilgen. Wahrscheinlich hat er irgendwo auch Sicherungskopien mit dem ganzen Zeug über Ashley und uns, aber trotzdem. Der Zeitfaktor wird entscheidend sein.« Damit reichte sie jedem von ihnen ein Blatt Kanzleiblockpapier. Oben hatte sie ein Zeitraster gezeichnet. Hope starte aufs Blatt. Sally hatte Aufgaben, Ereignisse und Aktionen skizziert, von denen sie jede mit einem A, B oder C gekennzeichnet hatte. Als sie aufschaute, sah sie Sallys Blick auf sich gerichtet. »Du hast uns noch keine Aufgaben zugeteilt,« sagte Hope. »Du hast drei Leute, die eng miteinander verknüpfte Dinge tun, aber du sagst dir nicht, wer was übernimmt.« Sally lehnte sich in ihrem Sessel zurück und versuchte, die Ruhe zu bewahren. »Ich habe versucht, das Ganze mit den Augen eines polizeilichen Ermittlers zu sehen,« erklärte sie. »Wir müssen uns überlegen, was sie finden und wie sie es sich auslegen werden. Jedes Verbrechen folgt einer bestimmten Logik. Eins sollte zum anderen führen. Sie verfügen über moderne Untersuchungsmethoden wie DNA-Analyse, Forensik und Ballistik und was weiß ich noch alles. Ich habe so viel wie möglich in Betracht gezogen und mir dann ins Gedächtnis gerufen, was eine Ermittlung unmöglich macht. Zum Beispiel Feuer, das alles zunichte macht, außer der Schusswaffenforensik. Wasser macht Wunden und DNA unbrauchbar, ruiniert Fingerabdrücke. Unser Problem ist, dass wir ein Verbrechen, ein Gewaltverbrechen, begehen und dabei bewusst eine Spur hinterlassen wollen. Keine perfekte, aber deutlich genug, damit sie in die gewünschte Richtung weist. Die Polizei übernimmt dann, wenn wir sauber gearbeitet haben, den Rest. Und wenn er nun die Polizei auf uns verweist? Darauf müssen wir gefasst sein. Bis zu einem gewissen Ausmaß können wir uns gegenseitig Alibis geben, aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass seine Hinweise unlogisch klingen, damit die Polizei ihm nichts glaubt, was er sagt, was nicht allzu schwer fallen dürfte. Und ansonsten versuchen, das Ganze auszusitzen. Ihr dürft nicht vergessen, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir hinter sowas stecken. Und Polizisten, na ja, die haben, wenn es um einen Toten geht, nun mal gerne einfache Antworten auf einfache Fragen. Sally schwieg, während sie zuerst Scott, dann Hope eindringlich ansah. Außerdem glaube ich nicht, dass er das tun wird, fügte Sally hinzu. Was tun wird? Uns gegenüber der Polizei zu nennen. Wenn wir es richtig anstellen, wird er gar nicht auf uns kommen. Scott nickte. Aber ich war immerhin da und habe die Leute ausgefragt. Irgendwer wird sich vermutlich an mich erinnern. Aus diesem Grund wirst du in einem entscheidenden Moment Meilen entfernt sein und in Zeugengegenwart ganz etwas anderes tun müssen. Zum Beispiel irgendwo in Reichweite einer Videokamera eine Kreditkarte benutzen, eine Beschwerde einlegen oder sowas in der Art. Andererseits ist es wahrscheinlich äußerst wichtig, dass du ganz in der Nähe bist. Scott lehnte sich schwer zurück. Das sehe ich auch, aber... Und dasselbe gilt für Ashley und Catherine, obwohl jeder von ihnen eine Rolle spielen wird. wieder blieben die anderen beiden still. Sally holte tief Luft. Was uns zu der entscheidenden Frage bringt, dem eigentlichen Verbrechen. Ich habe darüber nachgedacht und ich denke, dass ich das übernehmen muss. Sie wartete, ob jemand etwas einzuwenden hatte, doch die anderen schwiegen. Ich werde die Waffe besorgen müssen, stellte Hope fest. Ich weiß immerhin, wo sie ist. Ich habe den Schlüssel. Ja, aber du warst schon mal da. Du hast somit dasselbe Problem wie Scott. Nein, jemand anders muss die Waffe holen. Du kannst mir sagen, wo sie steckt. Hope nickte, doch Scott schüttelte den Kopf. Vorausgesetzt, sie ist noch da, wo du sie gesehen hast, was nicht unbedingt der Fall sein muss. Sally räusperte sich. Ja, aber selbst wenn wir die Waffe nicht finden können, dann haben wir uns ja noch nicht endgültig festgelegt. Wir können immer noch einen Rückzieher machen und mit einem zweiten Plan von vorn anfangen. Scott schüttelte den Kopf. Okay, nehmen wir mal an, wir stehlen die Pistole und übergeben sie dir. Wie kommst du auf die Idee, dass du mit einer Schusswaffe umgehen kannst? Und gar unter diesen schwierigen Umständen? Muss ich eben. Ich denke, das ist meine Aufgabe. Hope schüttelte den Kopf. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich versuche, wie du vorzugehen, Sally, und wie ein Polizist zu denken. Wenn Ashleys Mutter ein Verbrechen begeht, liegt darin eine Gefahr. Das könnte einem Cop durchaus plausibel erscheinen. Eine Mutter, die ihr Kind beschützt. Dagegen glaube ich nicht, dass irgendjemand auf die Idee käme, dass die Lebensgefährtin der Mutter so etwas tut. Mit anderen Worten schützt mich die Tatsache, dass Ashley nicht mein eigenes Kind ist, dass wir nicht blutsverwandt sind. Meinst du nicht? Und für den Fall, dass es nötig wird, die Flucht zu ergreifen, wenn ein Sprint angesagt ist, dann bin ich jünger, schneller und stärker. Sally und Scott starrten sie an. Beide wussten, was sie ihnen sagen wollte, doch keiner von ihnen fand die Worte, es zu verhindern. Hope versuchte, trotz der Zweifel, die sich wie eine düstere Wolke über sie legten, zackhaft zu lächeln. Nein, erklärte sie, ich sollte diejenige mit der Waffe in der Hand sein. Diesmal war ich ganz sicher, dass ihre Stimme stockte. Haben sie sich schon mal gefragt, wie sehr sich das Leben binnen Sekunden verändern kann? So viele Dinge erscheinen einem zunächst ganz klein, doch dann begreifen wir ihr ganzes Ausmaß. Es ging auf Mitternacht zu und sie hatte mich mit ihrem Anruf überrascht. Glauben Sie, wollte sie unvermittelt wissen, dass wir allein im Dunkeln bei Nacht, wenn wir im Bett liegen und uns durch eine Flut von Problemen wälzen, die besseren Entscheidungen treffen? Oder ist es klüger, bis zum Morgen zu warten, wenn wieder Licht und Klarheit herrschen? Ich hätte gerne gewusst, wie sie zu ihren Entscheidungen kamen, fragte sie bedächtig. Bei Nacht oder bei Tage? Sagen Sie es mir. Ich antwortete nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie überhaupt nach einer Antwort suchte, doch sie blieb beharrlich. Ich erwiderte nichts, als sie ein Schluchzen unterdrückte. Ich habe einen Namen für sie, erklärte sie hastig zu meiner Überraschung. Der wird sie, denke ich, ein Stück weiter bringen. Ich wartete, den Kugelschreiber gezückt, ohne ein Wort, während ich mir alles Mögliche ausmalte. Das Ende, sagte sie. Ahnen Sie es schon? Ich will's mal anders ausdrücken. Glauben Sie, dass Sie auf das Unvorhersehbare gefasst waren? Nein, wer ist das schon? Sie lachte, doch dann schien der Laut in Weinen überzugehen. Am Telefon war das schwer zu sagen. Am Telefon war das schwer zu sagen. Sally blickte zu Hope hinüber. Sie waren in ihrem Schlafzimmer und nur die Nachttischlampe warf ein fahles, gelbes Licht über den Raum. Ich kann nicht zulassen, dass du das tust, sagte Sally. Ich glaube, dir bleibt nichts anderes übrig, erwiderte Hope mit einem kurzen Achselzucken. Ich denke, die Entscheidung ist bereits gefallen. Außerdem ist es wahrscheinlich der ungefährlichste Part des ganzen Unterfangens. Das war gelogen, doch wie sehr hätte Hope nicht sagen können. Unterfangen? Mir fällt kein besseres Wort ein. Sally schüttelte den Kopf. Auf dem Marktplatz geht eine Bombe hoch und wir nennen es Kollateralschaden. Eine Operation geht schief und wir sprechen von Komplikationen. Ein Soldat wird getötet und zählt zu den Verlusten. Wir scheinen von Euphemismen zu leben. Und was ist mit uns? fragte Hope. Welches Wort fällt dir zu uns beiden ein? Sally runzelte die Stirn. Sie ging zum Spiegel. Vor einer Ewigkeit einmal war sie schön gewesen. Vor einer Ewigkeit war sie sprühend und dynamisch gewesen. Sie erkannte die Person, die ihr da entgegen starrte kaum wieder. Ich vermute, wir beide wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Ungewissheit. Das trifft es wohl. Hope überkam ein Anflug von Emotionen. Du könntest sagen, dass du mich liebst? Das tue ich. Nur, dass ich mich selbst nicht mehr leiden kann. Sie schwiegen, während Sally einen erneuten Blick auf ihre Notizen warf. Weißt du, wir bringen die Sache hinter uns und dann wird alles besser. Ich dachte, es ginge darum, dass danach alles wieder so weitergehen kann wie bisher. Beides, meinte Sally unbeholfen. Ich denke, es bringt beides. Sie nahm ein Blatt mit handschriftlichen Instruktionen, das zuoberst auf dem Stapel lag. Das muss zu Ashley und Catherine. Willst du mitkommen, wenn ich mit ihnen rede? Nein, lieber nicht. Wenn du nicht dabei bist, können sie dir keine Fragen stellen. Dann warte ich hier auf dich. Hope legte sich hin und kroch unter die Decke, als ihr ein Schauer den Rücken hinunterlief. Sally fand Ashley und Catherine zusammen in Ashleys Zimmer. Ich hätte ein paar Bitten an euch beide. Könntet ihr die Aufgaben übernehmen, die ihr hier aufgelistet findet? Ist eigentlich nicht viel, Hauptsache, ihr stellt keine Fragen. Ich muss es wissen. Catherine nahm die Liste und überflog sie, bevor sie sie an Ashley weiterreichte. Ich denke, ja, sagte sie. Ich habe so etwas wie ein billiges Skript verfasst und ich gebe dir ein billiges Handy, das du bitte verlierst, nachdem du ihn angerufen hast, erklärte Sally. Du kannst natürlich improvisieren, aber das Entscheidende musst du rüberbringen. Verstehst du? Ashley starrte auf den Text und nickte. Du meinst, klingt wie der Anfang einer Frage, unterbrach Sally sie mit einem trockenen Lächeln. Es geht ganz entscheidend darum, dass du O'Connell dazu bringst, da hinzufahren. Das ist unabdingbar, hörst du? Und wir alle haben das Gefühl, eine Mischung aus Wut und Eifersucht und vielleicht ein bisschen Unentschlossenheit werden ihn dazu bewegen. Falls du es besser formulieren kannst, dann nur zu, solange es zum selben Ergebnis führt. Hast du das verstanden? Hope, dein Vater und ich verlassen uns darauf. Kannst du diesen Part übernehmen, Ashley, Schatz? Denn es wird ganz entscheidend auf deine Überredungskunst ankommen. Was wird darauf ankommen? fragte sie. Schon wieder eine Frage, die nicht beantwortet wird. Siehst du da unten ein paar Telefonnummern? Ich erwarte nicht von dir, dass du sie alle auswendig lernst. Wichtig ist nur, dass am Ende dieses Blatt und alles andere vernichtet wird. Das wär's für den Augenblick. Das ist alles? Du wirst gebeten, deinen Part zu übernehmen, wie du es dir gewünscht hast. Aber wie der letzte Akt aussehen soll, erfährst du nicht. Und das, worum wir dich bitten, erfordert nicht, dass du direkt mit ihm konfrontiert bist. Catherine, ich zähle dabei auf dich und auch, was die anderen Punkte auf der Liste betrifft. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass mir das gefällt, meinte Catherine. Ich mag es nicht, wenn ich agieren soll, ohne dass ich weiß, worum es geht. Naja, für uns alle ist es hier Neuland, aber ich bin darauf angewiesen, dass jeder von uns hundertprozentig seine Aufgaben kennt. Wir werden tun, worum du uns bittest, aber ich weiß wirklich nicht, darum geht es ja gerade. Du weißt es nicht. Sally blieb im Türrahmen stehen. Sie sah Catherine, dann ihre Tochter an. Ich frage mich, ob du weißt, wie sehr ein paar Menschen dich lieben, sagte sie vorsichtig, und was diese Menschen für dich auf sich nehmen. Ashley antwortete nicht, sondern nickte nur stumm. Natürlich, barf Catherine ein, könnte man dasselbe für Michael O'Connell sagen, deshalb sind wir ja hier. Scott saß in seinem Porsche und wählte die Nummer von O'Connells Vater auf dem Handy, das Sally ihm gegeben hatte. Es klingelte dreimal, bevor der Mann sich meldete. Mr. O'Connell, meldete sich Scott in geschäftsmäßigem Ton. Wer ist da? leilte es ein wenig am anderen Ende. Mr. Smith am Apparat, Mr. O'Connor. Wer? Ein Moment herrschte Konfusion. Oder auch Mr. Jones, wenn Ihnen das lieber ist. O'Connells Vater lachte. Ach so, ja, klar. Hören Sie, diese E-Mail-Adresse, die Sie mir gegeben haben, die hat nicht funktioniert. Ich hab's versucht, aber ich hab immer nur eine Fehlermeldung erhalten. Eine kleine Änderung in der Vorgehensweise, die durch gewisse Umstände erforderlich wurde, weiter nichts. Ich bitte um Entschuldigung. Scott ging davon aus, dass O'Connells Vater den Computer überhaupt nur hatte, um leicht an Porno-Websites heranzukommen. Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Okay, hab ich. Aber von meinem Jungen hab ich noch nichts gehört und ich glaub auch nicht mehr dran. Mr. O'Connell, es spricht einiges dafür, dass sich das sehr bald ändern wird. Ich denke, Sie hören von ihm und falls dem so ist, rufen Sie bitte sofort diese Nummer an, wie eben besprochen. Das Interesse meines Klienten an einem Gespräch mit Ihrem Sohn hat sich in den letzten Tagen, sagen wir, verstärkt. Es scheint ihm, sagen wir, dringlicher als zuvor. Deshalb stünde er für den Fall, dass Sie die Anrufmachen Ihnen gegenüber auch ungleich mehr in der Schuld, als ich ursprünglich angenommen hatte. Verstehen Sie, was ich sagen will? O'Connell brauchte einen Moment, bis er antwortete. Klar doch, falls ich Schwein hab und der Junge lässt sich blicken, dann zahlt sich das noch besser für mich aus. Aber wie gesagt, ich hab noch nichts von ihm gehört und werd's wohl auch nicht. Nun ja, hoffen wir es, für uns alle, sagte Scott, bevor er das Gespräch beendete. Er lehnte den Kopf zurück und drückte auf den Knopf, um das Fenster herunterzulassen. Er hatte das Gefühl, als müsste er ersticken. Ihm war Spei übel, doch als er versuchte, sich zu übergeben, kam nur ein trockenes Husten. Er atmete hastig und sah auf das gelbe Blatt mit Sallys Liste. Es war etwas zutiefst erschreckendes an ihrem Organisationstalent und ihrer Gabe, mit geradezu mathematischer Präzision an etwas so Schwieriges heranzugehen, wie das, was sie sich vorgenommen hatten. Einen Augenblick lang fühlte er wieder, wie seine Körpertemperatur anstieg, und er hatte einen üblen, pelzigen Geschmack auf der Zunge. Sein ganzes Leben lang hatte Scott nur an der Peripherie von bedeutsamen Aktivitäten mitgewirkt. Er war in den Krieg gezogen, weil er dies für einen entscheidenden Moment in der Geschichte seiner Generation gehalten hatte. Doch danach war er in den Hintergrund getreten und hatte sich in ein sicheres Leben zurückgezogen. Seine Ausbildung, seine Lehrtätigkeit dienten stets dazu, seinen Studenten zu helfen, aber nie sich selbst. Seine Ehe war ein einziges, demütigendes Fiasko gewesen, außer Ashley. Und jetzt, in seinen mittleren Jahren, während er sich durchs Leben wurstelte, kam diese Bedrohung, und zum ersten Mal war er aufgerufen, etwas ganz und gar Einmaliges zu tun, und damit all die sorgfältig abgesteckten Sicherheitsbarrieren zu übertreten. Es war eine Sache, als wild gewordener Vater zu agieren und zu drohen, ich bring den Karl um, wenn die Chancen, dass es dazu kam, gleich null waren. Jetzt, da ihr Plan, einen Menschen zu töten, stand und in Gang gesetzt war, schwankte er. Er fragte sich, ob er zu mehr imstande war, als zu lügen. Lügen, dachte er, darin bin ich gut, darin habe ich Erfahrung. Wieder sah er auf die Liste. Worte würden nicht reichen, so viel war klar. Eine weitere Woge der Übelkeit stieg in seinem Magen auf, doch er kämpfte dagegen an und fuhr los. Als erstes musste er in ein Haushaltswarengeschäft. Er rechnete nicht damit, in den nächsten Stunden viel Schlaf zu bekommen. Es war Vormittag, und Ashley war mit Catherine allein. Sally hatte in Bürokleidung das Haus verlassen, aber zusätzliche Sachen in ihre Aktentasche gestopft. Auch Hope war den Rucksack lässig über die Schulter geworfen gegangen, als wenn nichts wäre. Keine der beiden Frauen hatte gegenüber Ashley oder Catherine ein Wort verloren, was der Tag bringen würde. Aber weder Ashley noch Catherine waren die ausweichenden Blicke entgangen. Falls Sally und Hope die Nacht zuvor ausreichend Schlaf bekommen hatten, so war das ihren angespannten Gesten und gereizten Äußerungen nicht anzumerken. Dennoch hatten sie eine Zielstrebigkeit und Entschlossenheit an den Tag gelegt, die Ashley beinahe vor den Kopf gestoßen hätte. Noch nie hatte sie an einer von beiden einen so stahlharten Blick gesehen. Catherine kam ein wenig kurzatmig herein. Da ist eindeutig was um Gange, meine Liebe. Sie hielt ihr gelbes Blatt mit den Instruktionen in der Hand. Gelinde gesagt, erwiderte Ashley. Verdammt, ich hasse es, wenn ich ausgeschlossen werde und mir den Kopf darüber zerbrechen muss, was passiert. Wir müssen ihrem Plan folgen, egal, was es ist. Und wann bitte schön hat mal ein Plan, den meine Eltern ausgeheckt haben, tatsächlich funktioniert? Fragte Ashley, auch wenn ihr bewusst war, dass sie wie ein gereizter Teenager klang. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass Hope gewöhnlich genau das tut, was sie sagt. Sie ist wie ein Fels in der Brandung. Ashley nickte. Oder wie in dem Song »Thick as a Brick«. Nach der Scheidung hat es mein Dad in sein Kassettendeck eingelegt und wir haben dazu durchs Wohnzimmer getanzt. Also viele gemeinsame Interessen hatten wir nicht, also hat er angefangen, seinen ganzen Sechziger Rock'n'Roll aufzudrehen. Jethro Tahl, The Dead, The Who, Hendrix, Joplin. Er hat mir den Frag und den Watusi und den Freddy beigebracht. Ashley sah plötzlich aus dem Fenster, ohne zu wissen, dass in ihrem Vater vor wenigen Tagen dieselben Erinnerungen hochgestiegen waren. Ich wüsste gerne, ob wir beide je wieder zusammen tanzen werden. Ich hab eigentlich immer gedacht, wenigstens noch das eine Mal, weißt du, wenn ich heirate und alle uns zusehen. Er würde meine Hand schnappen, ein, zwei Runden mit mir auf dem Parkett drehen und alle würden klatschen. Für mich ein langes, weißes Kleid, Smoking für ihn. Als ich klein war, wollte ich nichts anderes als mich verlieben. Nicht so ein trauriges, wütendes Durcheinander wie bei meiner Mutter und meinem Vater. Eher so etwas, wie Hope und meine Mutter es hatten. Nur, dass es einen so richtig unverschämt gut aussehenden, intelligenten Karl geben würde. Und weißt du was? Jedes Mal, wenn ich Hope davon erzählt habe, war sie die Erste, die zu mir gesagt hat, wie großartig das wäre. Wir haben zusammen gelacht und uns Hochzeitskleider und Blumen und all diese Sachen ausgedacht, die kleine Mädchen lieben. Ashley trat zurück. Und jetzt ist der erste Mann, der sagt, er liebt mich und es auch noch meint, ein einziger Albtraum. Das Leben kann seltsam sein, seufzte Catherine. Wir müssen ihnen zutrauen, dass sie wissen, was sie tun. Meinst du, sie wissen es? Catherine sah, dass Ashley den Revolver in der Rechten hielt. Wenn sich mir die verdammte Chance bietet, setzte Ashley an, dann zeigte sie auf die Liste. Also gut, erster Akt, erste Szene, Bühne frei für Ashley und Catherine. Wie fängt unser Text an? Catherine sah auf ihren Zettel. Ich denke, wir machen erst mal diesen Spaziergang. Und danach? fragte Ashley. Catherine sah auf ihre Liste. Das ist ein großer Moment. Es ist der Teil, den deine Mutter dreifach unterstrichen hat. Bist du soweit? Ashley antwortete nicht. Sie war sich nicht sicher. Sie schnappten sich ihre Mäntel und verließen zusammen das Haus. Auf den Eingangsstufen blieben sie stehen und blickten nach links und rechts. Ihn schlug nichts weiter als die Ruhe eines reinen Wohngebiets entgegen. Ashley hielt den Pistolenkolben tief in der Parkertasche in der Hand und rieb mit dem Zeigefinger nervös am Abzugsbügel. Es machte sie betroffen, dass sie durch ihre Angst vor Michael O'Connell die Welt als eine einzige Bedrohung empfand. Die Straße, in der sie als Kind in all den Jahren gespielt hatte, in den sie zwischen den beiden Häusern ihrer Eltern gewechselt hatte, hätte ihr eigentlich so vertraut sein müssen wie ihr eigenes Zimmer im Obergeschoss. Doch das war sie nicht. O'Connell hatte sie vollkommen verändert. Er hatte Ashley von allem abgeschnitten, was zu ihr gehörte. Von ihrer Uni, ihrer Wohnung in Boston, ihrem Job und nun auch noch dem Ort, an dem sie aufgewachsen war. Sie fragte sich, ob ihm eigentlich bewusst war, wie genial seine Bösartigkeit war. Sie berührte den Lauf der Pistole. »Bring ihn um«, sagte sie sich, »denn das macht er sonst mit dir.« Catherine und Ashley gingen langsam die Straße weiter. Ashley wollte ihn aus seinem Versteck locken, falls er in der Nähe war. Nachdem sie die Hälfte der Straße hinter sich hatten, zog sie die Strickmütze ab. Sie schüttelte den Kopf und ließ ihr Haar über die Schultern fallen, bevor sie die Mütze wieder überzog. Zum ersten und einzigen Mal seit Wochen wollte sie unwiderstehlich sein. »Geh nur weiter«, sagte Catherine, »falls er da ist, lässt er sich blicken.« So schlichen sie den Bürgersteig entlang, als sie von hinten einen Wagen heranfahren hörten. Ashley umklammerte die Pistole und merkte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Als das Geräusch näher kam, wagte sie kaum noch zu atmen. Als der Wagen auf ihrer Höhe war, wirbelte sie herum, zog die Waffe heraus und grätschte die Beine, während sie in Schussbereitschaft in die Knie ging, wie sie es so gewissenhaft in ihrem Zimmer geübt hatte. Ihr Daumen glitt über den Sicherungshebel, dann zum Hahn. Sie atmete zwischen fast geschlossenen Lippen aus. Zuerst ein Ächzen, dann ein angespanntes Pfeifen. Der Wagen mit einem Mann im mittleren Alter hinter dem Lenkrad rollte an ihnen vorbei. Der Fahrer drehte sich nicht einmal zu ihnen um, sondern suchte angestrengt die Hausnummern auf der anderen Seite ab. Ashley stöhnte auf. Doch Catherine behielt einen klaren Kopf. »Du solltest diese Waffe wegstecken«, erklärte sie ruhig, »bevor eine nette Hausfrau und Mutter ihn in deiner Hand entdeckt.« »Wo zum Teufel steckt der?« Catherine antwortete nicht. Sie gingen langsam weiter. Ashley war plötzlich die Ruhe selbst, gesammelt und bereit, ihre Waffe zu ziehen und alles mit einem Schnellfeuer als Antwort auf seine Frage zu beenden. Fühlt es sich so an, wenn man bereit ist, jemanden zu töten? Doch der leibhaftige O'Connell war im Unterschied zu dem Gespenst O'Connell, das sie schon so lange auf Schritt und Tritt folgte, nirgends zu sehen. Als sie geduldig einmal um den Block gelaufen und zu Sallys und Hopes Haus zurückgeschlendert waren, murmelte Catherine, »Na schön, wenigstens wissen wir jetzt, er ist nicht hier. Irgendwo muss er sein. Bist du bereit für den nächsten Schritt?« Ashley glaubte nicht, dass irgendjemand die Antwort darauf wusste, bis er es versuchte. Michael O'Connell befand sich an seinem behelfsmäßigen Schreibtisch in seinem dunklen Zimmer in den matten Lichtkegel seines Monitors getaucht. Er arbeitete an einer kleinen Überraschung für Ashleys Familie. In Unterwäsche, das nasse Haar nach dem Duschen glatt zurückgekämmt, hörte er laute Technomusik, die aus den Computerlautsprechern dröhnte, während seine Finger im Takt zur Musik über die Tasten eilten. Die Songs, die er sich anhörte, waren schnell, die außer Kontrolle geraten. Es war O'Connell ein besonderes Vergnügen gewesen von einem Teil des Geldes, das ihm Ashleys Vater bei seinem jämmerlichen Bestechungsversuch gegeben hatte, den Laptop zu kaufen, nachdem Matthew Murphy seinen Alten zertrümmert hatte. Jetzt arbeitete er hart an einer Reihe elektronischer Attacken, die, wie er annahm, für erheblichen Ärger in ihrem Leben sorgen würden. Die erste bestand in einem anonymen Hinweis ans Finanzamt, demzufolge Sally ihre Klienten aufforderte, ihre Honorare teils per Scheck, teils bar zu zahlen. Nichts, davon ging O'Connell aus, hassten die Steuerbeamten mehr als Leute, die versuchten, große Batzen von ihrem Einkommen zu verbergen. Sie würden mit Skepsis reagieren, wenn sie es leugnete und gnadenlos über ihre Buchhaltung herfallen. Bei dem Gedanken musste er laut lachen. Der zweite Frontalangriff war ein ebenso anonymer Hinweis an die Zweigstelle der bundesweiten Drogenfahndungsbehörde, demzufolge Catherine auf ihrer Farm angeblich große Mengen Marihuana anbaute, und zwar in ihrem Gewächshaus im Innern ihrer Scheune. Er hoffte, dass der Tipp für einen Durchsuchungsbefehl reichte. Und selbst wenn die Suche nichts ergab, was außer Zweifel stand, so hoffte er, dass das gemeine Fußvolk der Behörde aus ihren ach so kostbaren Antiquitäten und Erinnerungsstücken Kleinholz machen würde. Der dritte Coup war eine hübsche Überraschung für Scott. Er hatte sich als His-Prof eingeloggt und im Internet gesurft. Dabei war er auf eine dänische Website mit der übelsten Sorte von Pornografie gestoßen, auf der vorrangig Kinder und Minderjährige in allen möglichen aufreizenden Posen zu sehen waren. Der nächste Schritt bestand einfach darin, sich eine gefälschte Kreditkarte zu besorgen und eine Ausfall an Bildmaterial an Scots Privatadresse schicken zu lassen. Es wäre relativ einfach, anschließend die örtliche Polizeidienststelle auf die Sendung aufmerksam zu machen. Wahrscheinlich würde das nicht einmal nötig sein. Vielmehr würde das amerikanische Zollamt, das sich um solche Importe kümmerte, bei der Polizei Meldung machen. Wenn er sich vorstellte, wie sich Ashleys Familie angesichts der bürokratischen Schikanen, denen sie sich plötzlich ausgesetzt sah, alle möglichen Erklärungen aus den Rippen saugte oder in einem fensterlosen Raum einem Drogen- beziehungsweise Steuerfahnder oder Polizisten gegenüber saß, der für diese satte Wohlstandsbürgerklientel nur Verachtung übrig hatte, konnte er nur lachen. Vielleicht würden sie versuchen, es ihm anzulasten, doch das wagte er zu bezweifeln. Andererseits konnte er sich nicht sicher sein, und das hielt ihn zurück. Er wusste, dass er eine elektronische Spur hinterlassen würde, die bis zu seinem Computer zurückzuverfolgen war, sobald er zu den drei Einträgen die entsprechenden Tasten drückte. Vielleicht wäre es besser, überlegte er, bei nächster Gelegenheit in Scotts Haus einzubrechen, während er unterrichtete, und die Bestellung in Dänemark auf Scotts Computer abzuschicken. Bei den anderen anonymen Hinweisen war es genauso entscheidend, einen elektronischen Pfad zu wählen, der nicht zu ihm führte. Er seufzte. Das bedeutete, dass er ins südliche Vermont und ins westliche Massachusetts reisen musste. Sich jeweils eine virtuelle Identität zu erfinden, war kein Problem. Und er konnte die Tipps aus Internetcafés oder aus Stadtbibliotheken versenden. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und lachte wieder laut auf. Einmal mehr fragte sich Michael O'Connell, wie sie sich nur einbilden konnten, es mit ihm aufzunehmen. Während er grinsend dasaß und in Gedanken an diesen unangenehmen Überraschungen für Ashleys Familie feilte, klingelte das Handy auf seinem Schreibtisch. Das kam überraschend. Er hatte keine Freunde, die ihn anrufen würden. Seinen Job in der Autowerkstatt hatte er geschmissen, und an dem College, an dem er den einen oder anderen Kurs belegte, hatte niemand seine Nummer. Er überprüfte die Anruferkennung auf seinem Display. Der Name, den er sah, verschlug ihm den Atem. Ashley Bevor sie mir den Namen des Polizeibeamten gab, musste ich versprechen, mir gut zu überlegen, was ich sagte. Sie werden keine unbedachte Bemerkung fallen lassen, hatte sie mir eingeschärft. Sie werden nichts erwähnen, was ihn provoziert. Entweder sie versprechen mir das, oder sie vergessen das Ganze und erhalten den Namen nicht. Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Als ich dann in der Polizeistation auf einem abgewetzten Sofa saß, war ich mir hinsichtlich meiner Fähigkeiten weniger sicher. Rechts von mir öffnete sich eine Tür, und ein Mann, etwa in meinem Alter, mit graumiliertem Haar und einer grellrosa Krawatte sowie einem beachtlichen Bauch erschien, und reichte mir mit einem lockeren, schiefen Grinsen die Hand. Wir machten uns miteinander bekannt, und er bot mir einen Stuhl vor seinem Schreibtisch an. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ich nannte ihm noch einmal den Namen, den ich zuvor am Telefon erwähnt hatte. Er nickte. In dieser Gegend haben wir nicht alle Tage einen Mord, und bei den wenigen, die wir doch reinbekommen, ist es meist die übliche Geschichte, Freund, Freundin, Ehemann, Frau. Das hier fiel ein bisschen aus dem Rahmen. Ich verstehe nur noch nicht, wieso Sie sich dafür interessieren. Ein paar Leute, die ich kenne, haben mir vorgeschlagen, mir den Fall ein bisschen näher anzusehen. Der richtige Stoff für eine gute Geschichte. Der Kommissar zuckte die Achseln. Ich weiß nicht. So viel allerdings kann ich sagen. Der Tatort war ein übler Anblick, das wahre Chaos. War schwierig, überhaupt da durchzukommen. Wir sind hier nicht das Morddezernat von Hollywood. Mit einer ausladenden Geste wies er auf den Raum. Es war ein bescheidenes Ambiente, in dem nicht nur jedes Utensil, sondern auch die Männer und Frauen an ihrem Arbeitsplatz deutliche Spuren des Alters aufwiesen. Man mag uns ja alle für Dumpfbacken halten, aber am Ende hatten wir unser Puzzle zusammen. Ich halte Sie nicht dafür, erklärte ich. Für Dumpfbacken, meine ich. Nun ja, da bilden Sie eher die Ausnahme von der Regel. Meistens kapieren die Leute das erst, wenn sie uns in Handschellen gegenüber sitzen, wie sie uns zur Brust genommen haben und sie mit ein paar Jährchen Knast rechnen müssen. Er schwieg und sah mich eindringlich an. Sie arbeiten nicht für einen Anwalt, oder? So ein Typ, der krampfhaft nach Verfahrensfehlern sucht, die er rausposaunen kann, um ein Berufungsverfahren anzustrengen. Nein, wie gesagt, ich bin nur auf der Suche nach einer Geschichte. Er nickte, doch ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob er mir glaubte. Nun ja, sagte der Kommissar gedehnt. Ob Sie da fündig werden? Mag sein. Auf jeden Fall ist sie nicht neu, diese Geschichte. Na schön, fangen wir an. Er bückte sich und zog aus seinem Schreibtischfach eine große Fächermappe, die er vor mir öffnete. Sie enthielt einen Stapel Hochglanzfotos, zwanzig mal fünfundzwanzig, die er auf dem ganzen Papierkram ausbreitete. Ich beugte mich vor. Auf sämtlichen Bildern war eine wahre Müllhalde zu sehen. Und eine Leiche. Wie gesagt, kommentierte er, das reine Chaos. Etwa um die gleiche Zeit, als Catherine und Ashley um den Block liefen und sich fragten, wo Michael O'Connell war, parkte Scott am dicht bewaldeten hinteren Rand eines Rastplatzes an der Route 2. Dieser Platz besaß den Vorzug, dass er von der Autobahn aus fast vollständig hinter Bäumen versteckt lag. Das war auch einer der Gründe, weshalb sie auf der Route 2 nach Boston gefahren waren. Sie war nicht so schnell wie die Mautstraße, aber dafür gab es weniger Verkehrspolizei und weniger Verkehr. Er saß allein in seinem klapprigen Pickup, während sein alter Porsche daheim in seiner Einfahrt stand. Scott hörte, wie flach er atmete und sagte sich, dass er verrückt sein musste. Wie nervös er in diesem Moment auch war, so wusste er sehr wohl, dass es nur noch schlimmer werden konnte. Wenig später wurde seine Geduld belohnt, als er einen neueren, weißen Fort Taunus auf den Rastplatz abbiegen sah. Er hielt etwa sechs, sieben Meter weiter. Er erkannte Hope hinter dem Lenkrad. Er griff nach einem kleinen, billigen, roten Sportbeutel, der neben seinen Beinen stand und schepperte, als er ihn hochnahm. Er stieg aus und lief zügig zum Fort hinüber. Hope kurbelte das Fenster herunter. »Pass auf«, sagte Scott knapp. »Sobald du einen Wagen kommen siehst, gib mir Zeichen.« Sie nickte. »Wo hast du...« »Letzte Nacht. Nach Mitternacht. Bin ins Parkhaus für Langzeitparker am Flughafen Hartford runter.« »Umsichtig.« »Aber haben Sie da keine Überwachungskameras?« »Ich bin zu den Plätzen mit Satellitenüberwachung.« »Keine Bilder.« »Ich brauch nicht lange.« »Ist das ein Leihwagen?« »Ja«, bestätigte sie. »Das schien mir das Vernünftigste zu sein.« Scott öffnete Scott öffnete den Beutel und ging zum Heck des Fahrzeugs. Es dauerte nur wenige Minuten, bis er die Nummernschilder mit Kennzeichen von Massachusetts gegen die Mitgebrachten aus Rhode Island ausgetauscht hatte, die er die Nacht zuvor von einem Wagen abgeschraubt hatte. In der Tasche befanden sich auch ein kleiner Steckschlüssel und eine Kneifzange. Die richtigen Nummernschilder schob er in den Sportbeutel und reichte ihn, Hope. »Vergiss nicht«, sagte er, »die wieder dran zu machen, bevor du den Wagen zurückgibst.« Hope nickte. »Schon jetzt sah sie bleich aus.« »Hör zu, ruf mich an, falls es Schwierigkeiten gibt. Ich bin nicht weit und du meinst, wenn es Probleme gibt, habe ich die Zeit, einen Anruf zu machen?« »Nein, natürlich nicht. Na schön, ich pass auf mich selbst auf.« Er verstummte. Es gab zu viel zu sagen, aber keine Worte. Scott trat zurück. »Sally müsste um diese Zeit schon auf der Mautstraße sein.« »Dann fahr ich los«, meinte Hope. Sie warf die Sporttasche auf ihren Beifahrersitz. »Halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sehen uns nachher.« Ihm kam der Gedanke, dass er viel Glück oder Pass auf dich auf oder sonst etwas Beruhigendes sagen sollte. Doch er tat das nicht. Stattdessen sah er der Hauptwagen hinterher, als sie vom Rastplatz fuhr und schaute auf die Uhr, um zu schätzen, wo Sally um diese Zeit war. Sie nahm eine Parallelstraße Richtung Osten. Für einen Tag Nummernschilder auszutauschen, schien eine Kleinigkeit. Doch als Sally ihnen beiden eingeschafft hatte, auf kleine, scheinbar unbedeutende Details zu achten, hatte sie gute Gründe gehabt. In dem Moment hatte er zum ersten Mal begriffen, dass alles, was er bis dahin in seinem Leben gelernt hatte, nicht das Geringste mit dem zu tun hatte, was er im Begriff war, zu tun. Am Rande eines plötzlichen Anfalls von Feigheit kehrte Scott zu seinem Pickup zurück und wappnete sich innerlich für seine Fahrt ins Ungewisse. Hope fuhr zu der Kreuzung, an der der Interstate Highway Richtung Nordost abzweigt. Sie hielt sich peinlich genau an Sallies Anweisungen und an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, um auf ihrem Weg zu der Stelle, die Sally ausgesucht hatte, nicht unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. Sie beschloss am besten, jeweils nur an den nächsten Schritt zu denken. Sozusagen eine Strichliste abzuhaken. Sie strengte sich an, die letzten drei Punkte kalt analytisch zu betrachten. Das Verbrechen begehen. Wegfahren. Zum Treffpunkt mit Sally. Keine Spur hinterlassen. Sie hätte einiges darum gegeben, Mathematikerin zu sein und das, was vor ihr lag, als eine Zahlenkette zu betrachten, die sich zu Theorien und Wahrscheinlichkeiten zusammenfügte. Sie wünschte sich, wie der Statistiker bei einer Versicherungsgesellschaft, das Leben und die Zukunft von Menschen nach Effizienzgesichtspunkten hochzurechnen. Das war schlechterdings unmöglich. Also versuchte sie sich stattdessen in eine Art Zorn der Gerechtigkeit hineinzusteigern, der sich auf O'Connell und seine Familie entlud. Sie rief sich immer wieder ins Gedächtnis, dass der Weg, den sie eingeschlagen hatten, der einzige war, den er ihnen übrig ließ und den O'Connell nicht vorhersehen würde. Wenn sie nur wütend genug war, dann würde sie vielleicht fertig bringen, was sie freiwillig auf sich genommen hatte. Jemand muss sterben, sagte sie sich, bevor er Ashley tötet. Sie sagte sich diesen Satz wie ein perverses Mantra mehrere Kilometer lang immer wieder vor. Hope dachte an Spiele, bei denen in den letzten Minuten vor dem Schlusspfiff alles in der Schwebe hing. Ein tiefer Griff in die verborgenen Kraftreserven der Athletin, der für den Bruchteil einer Sekunde reichte und über den Ausgang entschied. Als Trainerin hatte sie ihre Mädchen stets angehalten, sich den Moment vor Augen zu führen, in dem Sieg und Niederlage sich die Waage halten, so dass sie, wenn es unweigerlich soweit war, psychisch gewappnet waren und ohne zu zögern handeln konnten. Sie vermutete, dass dies hier ähnlich sein würde. Und so biss sie sich auf die Lippe und malte sich die kommenden Ereignisse so aus, wie Sally sie umrissen hatte. Einschließlich Scotts Ortsbeschreibung. Sie stellte sich das heruntergekommene verwahrloste Haus vor, den verrosteten Wagen, den Carport mit Maschinenteilen und Gerümpel. Sie glaubte zu wissen, was sie drinnen erwartete. Das Chaos aus Zeitungen, Bierflaschen und Imbissresten, der schale Geschmack der Nutzlosigkeit. Und er würde da sein. Der Mann, der den Mann hervorgebracht hatte, der sie alle bedrohte. Sie wusste, dass sie sich, wenn sie ihm erst gegenüberstand, Michael O'Connell vor Augen führen musste. Sie sah vor sich, wie sie draußen wartete. Sie sah vor sich, wie sie eintrat. Sie sah sich Auge in Auge mit dem Mann, dem sie den Tod bestimmt hatten. Während ihre Gedanken wie ein Mühlrad im Kopf kreisten, fuhr sie Richtung Osten und wünschte sich, so tun zu können, als sei dies eine ganz gewöhnliche kleine Reise. Am Nachmittag war Sally bereits in Boston und parkte an der Straße gegenüber Michael O'Connells Haus, wo sie den Eingang gut im Blickfeld hatte. In der Hand hielt sie den Schlüssel, den Hope ihr gegeben hatte. Sie hatte sich auf dem Fahrersitz ganz klein gemacht, um so unsichtbar wie möglich zu sein, während sie die ganze Zeit glaubte, dass jeder im ganzen Block sie bereits gesehen, sich ihr Gesicht eingeprägt und ihr Kennzeichen aufgeschrieben hatte. Auch wenn sie wusste, dass diese Befürchtungen grundlos waren, konnte sie sich nicht davon lösen. Ihre Ängste lauerten in ihrem Unterbewusstsein und drohten jeden Moment die Kontrolle über sie zu gewinnen. Und Sally gelang es nur mühsam, das zu verhindern. Sie wünschte sich, wie O'Connell mit der Dunkelheit vertraut zu sein. Das hätte ihr bei ihrer aller Vorhaben zweifellos geholfen. Wieder schüttelte sie den Kopf. Bis dahin war ihre einzige Rebellion das einzige Mal, dass sie sich über die eng gesteckten gesellschaftlichen Normen hinwegzusetzen wagte, ihre Beziehung zu Haupt gewesen. Sie kam sich absolut lächerlich vor. Eine Frau im mittleren Alter aus dem gehobenen Mittelstand, verunsichert über ihre Gefühle zu ihrer Lebensgefährtin, hatte kaum das Zeug zu einer Gesetzesbrecherin und schon gar nicht zu einer Mörderin. Sie nahm ihr Notizblatt und versuchte sich ein Bild davon zu machen, wo die anderen beiden jetzt waren. Hope wartete auf sie. Scott hatte bereits Stellung bezogen. Ashley war mit Catherine zu Hause. Und Michael O'Connell war hoffentlich in seiner Wohnung. »Was hat dich nur geritten, als du dachtest, du könntest dir diesen Plan aushacken und es durchziehen?« stellte sie sich plötzlich zur Rede. »Es«. Sie merkte, dass sie einen trockenen Hals bekam. »Es«, beschrieb die Sache wohl kaum angemessen. »Ein Mord. Ein vorsätzlicher Mord. Ein Kapitalverbrechen. Ein so finsterer Plan, dass man in einigen Bundesstaaten dafür auf den elektrischen Stuhl oder in die Gaskammer kommen konnte. Selbst wenn mildernde Umstände anerkannt würden, konnte es ihnen immer noch 25 Jahre einbringen. Ashley nicht. Ashley würde nichts passieren. Im selben Moment blitzte ein anderer Gedanke auf. Ihre aller Leben wäre ruiniert. Außer O'Connells. Er würde so weitermachen können wie bisher und es gäbe wenig, was ihn daran hindern könnte, Ashley, oder falls ihm beliebte, einer anderen Ashley nachzustellen. Es wäre niemand mehr da, um sie zu beschützen. Sieh zu, dass es funktioniert. Sie schaute auf und sah, wie die Schatten über die Dächer krochen. Es geht los, dachte sie. Eine Woge der Freude fuhr ihm durch die Glieder, während er das Handy ans Ohr hielt. Doch er zwang sich zur Ruhe, bis er die vertraute Stimme hörte. »Michael? Bist du dran?« Er holte heftig Luft. »Hallo, Ashley.« »Hallo, Michael.« Einen Moment lang schwiegen sie beide. Ashley musste einen Augenblick auf das Blatt starren, das ihre Mutter für sie vorbereitet hatte. Eine Art Skript, in dem sie die Schlüsselsätze dreifach unterstrichen hatte. Doch die Seiten schienen vor ihren Augen zu verschwimmen. Als es plötzlich still wurde, beugte sich Michael O'Connell ruckartig auf seinem Sitz vor. Der Anruf war wundervoll und schrecklich zugleich. Er sagte ihm, dass er dabei war, zu gewinnen. Er konnte nur mühsam das Grinsen zurückhalten, das sich über sein Gesicht breitete. Sein rechtes Bein fing an zu zucken, wie der Fuß des Schlagzeugers an der Basstrommel. »Es ist wunderbar, deine Stimme zu hören,« seufzte er. »Wie es aussieht, versuchen so viele Menschen uns auseinanderzubringen. Aber du weißt es, lass ich nicht zu. Niemals!« Er lachte leise, bevor er fortfuhr. »Es wird ihnen nicht gut bekommen, dass sie dich vor mir verstecken wollen.« »Das hast du ja selbst gesehen, nicht wahr?« »Ich finde dich überall.« Ashley schloss einen Moment lang die Augen. Seine Worte fuhren ihr wie Splitter in die Haut. »Michael, ich hab dich immer wieder gebeten, mich in Frieden zu lassen. Ich hab alles versucht, um dir begreiflich zu machen, dass wir nicht zusammen sein werden. Ich will dich nicht. Kein bisschen.« Alles, was sie sagte, hatte sie ihm bereits früher gesagt. Ohne Erfolg. Sie erhoffte sich diesmal nichts anderes. Sie kam sich vor, wie in einem Irrenhaus. Kein logisches Argument würde fruchten. »Ich weiß, dass du's nicht so meinst,« entgegnete er, und sein Ton wurde von einer Sekunde zur anderen kalt. »Ich weiß, dass du dazu angestiftet worden bist, mir das zu sagen. All diese Leute, die dich zu etwas anderem machen wollen, als du bist. Ich weiß, dass du dir nur von den anderen Leuten diktieren lässt, was du sagst. Deshalb höre ich auch nicht darauf.« Bei dem Stichwort »diktieren« geriet Ashley beinahe in Panik, während sie auf ihr Drehbuch blickte. Wenn er nun alles gesehen, alles mitbekommen hatte. »Nein, Michael, tausendmal nein. Du verstehst das völlig falsch. Du hast es von Anfang an falsch verstanden. Wir werden nicht zusammen sein.« »Das ist Schicksal, Ashley. Wir sind füreinander bestimmt.« »Nein, wie kannst du das nur denken?« »Du verstehst nicht, was Liebe ist. Wahre Liebe, bedingungslose Liebe. Liebe geht nicht vorbei.« Fuhr er fort, indem er in kaltem Ton jedes Wort betonte. Liebe hört nicht auf. Sie verlässt einen nicht. Sie ist immer in einem. Du solltest das wissen. Du hältst dich für eine Künstlerin und begreifst nicht die einfachste Sache von der Welt. Was stimmt mit dir nicht, Ashley? »Mit mir ist alles in Ordnung,« erwiderte sie in scharfem Ton. »Oh nein!« O'Connell wippte auf seinem Stuhl vor und zurück. »Manchmal denke ich, du bist wirklich krank, Ashley. Ich meine, du hast ein echtes Leiden. Bei einem, der die Wahrheit einfach nicht sehen kann, muss das ja wohl der Grund sein. Bei einem, der sich weigert, auf sein Herz zu hören. Aber mach dir keine Sorgen, Ashley. Ich kann dich nämlich heilen. Ich werde für dich da sein. Egal, was passiert, was für schlimme Dinge passieren, du musst wissen, dass ich immer für dich da sein werde.« Ashley merkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie fühlte sich vollkommen hilflos. »Bitte, Michael!« »Du brauchst vor nichts Angst zu haben.« In seiner Stimme klang düstere Wut mit, die dicht unter der Oberfläche zu lauern schien. »Ich werde dich beschützen.« Alles, was er sagte, musste sie denken, bedeutete das genaue Gegenteil. Beschützen hieß wehtun. »Du brauchst keine Angst zu haben«, hieß, »du hast allen Grund zur Angst.« Die Hoffnungslosigkeit ihrer Situation überwältigte sie fast. Sie merkte, wie in ihr eine Woge der Übelkeit hochstieg. Ihre Stirn fühlte sich heiß an. Sie schloss die Augen und lehnte sich an die Wand, als könnte sie so das Zimmer daran hindern, sich um sie zu drehen. Es hört nie auf. Ashley öffnete die Augen und sah Catherine mit einem wilden Blick an. Catherine konnte zwar nur die eine Seite der Unterredung hören, doch sie wusste, dass es nicht gut lief. Sie stieß mit dem Zeigefinger auf das Skript und tippte so energisch auf die Worte, wie sie konnte. »Sag es! Sag es, Ashley!« flüsterte sie verzweifelt. Ashley hob die Hand und wischte sich die Tränen weg. Sie schnappte nach Luft. Auch wenn sie nicht wusste, was sie in Bewegung setzte, hatte sie keinen Zweifel, dass es etwas Schreckliches war. »Michael«, begann sie langsam, »ich habe alles, wirklich alles versucht. Ich habe auf alle erdenkliche Weise Nein zu dir gesagt. Ich weiß nicht, wieso du das nicht begreifst. Wirklich nicht. Da ist etwas in dir, das ich nie verstehen werde. Deshalb werde ich jetzt gleich mit dem einzigen Menschen sprechen, der mir einfällt, der dir vielleicht sagen kann, wo es lang geht. Dem du schon mal gehorcht hast. Jemand, der mir vielleicht raten kann, wie ich dir meinen Standpunkt begreiflich machen soll. Jemand, der wahrscheinlich weiß, wie ich dich dazu bringe, aus meinem Leben zu verschwinden. Jemand, von dem ich mir hundertprozentig sicher bin, dass er mir helfen wird, dich loszuwerden. Jemand, dem ich vertrauen kann, dass er mir hilft. Alles, so viel wusste sie, war darauf angelegt, jedes Quäntchen Wut in ihm zu entfachen. O'Connell antwortete nicht, und Ashley dachte, dass er ihr vielleicht zum ersten Mal zugehört hatte. Es gibt nur einen Menschen auf der Welt, vor dem du, glaube ich, richtig Angst hast. Deshalb werde ich mich heute Abend mit ihm treffen. Was sagst du da? fragte O'Connell schroff. Von wem redest du? Jemand, der dir helfen kann? Niemand kann dir helfen, Ashley. Niemand außer mir. Da irrst du dich. Es gibt einen Mann. Wen? brüllte O'Connell ins Handy. Weißt du, wo ich gerade bin, Michael? Nein. Ich bin gar nicht weit von deinem Zuhause, Michael. Nicht deiner Wohnung, sondern deinem Elternhaus. Ich bin auf dem Weg zu deinem Vater, log Ashley so kalt, wie sie konnte, indem sie nach jedem Wort eine Pause einlegte. Er kann mir helfen. Dann legte sie auf. Als das Telefon binnen Sekunden klingelte, ignorierte sie es. Sally sah auf. Es durchzuckte sie wie ein elektrischer Schlag, als sie sah, wie Michael O'Connell aus seinem Gebäude stürmte. Er stieß mit den Armen in seine Windjacke, während er die Treppe in einem einzigen Satz hinuntersprang und die Straße weiterrannte. Als sie O'Connell in seinen Wagen steigen und mit quietschenden Reifen losfahren sah, stellte sie ihre Stoppuhr ein. Sie nahm ihr Handy und drückte die Kurzwaldtaste. Als Scott sich meldete, antwortete sie, er ist jetzt unterwegs. Dann legte sie auf. Scott würde jetzt ebenfalls die Zeit stoppen. Viel hatten sie nicht. Sally schnappte sich eine Schultertasche mit verschiedenen wichtigen Gegenständen und stieg augenblicklich aus dem Wagen, überquerte die Straße und stand vor der Tür zu O'Connells Haus. Sie hielt den Kopf gesenkt und zog sich eine Skimütze so tief sie konnte ins Gesicht. Sie trug Kleider von der Halsarmee, Jeans, abgetragene Turnschuhe und einen Herren-Colani. Über einem Paar hautengen Latex-Handschuhe trug sie ein Paar aus Leder. Sie redete sich gut zu, dass die Waffe da sein würde. Sie hatten keinen Plan B. Sie hatten sich nur darauf verständigt, dass sie das Ganze abblasen und nach West Massachusetts zurückkehren würden, um sich etwas Neues auszudenken. Sie hielt es für denkbar, dass O'Connell die Pistole auf dem Weg zu seinem Vater mitgenommen hatte. Seine plötzliche Wut war eine der Unwägbarkeiten, die sie nicht hatte vorhersehen können. Sie hoffte fast, dass er sie mitgenommen hatte. Vielleicht würde er in der Form Gebrauch davon machen, wie sie es ihm anlasten wollten. Vielleicht würde er den Fehler begehen, der mit einem Schlag ihr Problem aus der Welt schaffte. Oder aber, er hatte die Waffe dabei und richtete sie auf einen von ihnen. Oder er hatte die Waffe dabei und richtete sie auf Ashley. Falls das hier daneben ging, hatten sie keinen anderen Plan, als panikartig die Flucht zu ergreifen. Sally nahm denselben Weg wie Hope nur wenige Tage zuvor. Binnen Sekunden stand sie vor der Wohnung. Sie war allein, den Schlüssel in der Hand. Keine Nachbarn. Die einzigen Augen, die ihr folgten, waren die der miauenden Katzen im Flur. Hat er heute schon eine von euch getötet? fragte sie stumm. Sie steckte den Schlüssel ein und öffnete die Tür so leise sie konnte. Sally schaffte sich ein, sich nicht erst umzusehen, nicht erst die Welt, in der Michael O'Connell lebte, in Augenschein zu nehmen, denn sie wusste, dass sie das nur mit Panik erfüllen würde. Außerdem war zügiges Handeln bei ihrem Plan von entscheidender Bedeutung. Schnapp dir die Pistole. Sofort. Sie fand den Kleiderschrank, sie fand die Ecke, sie fand den Stiefel, in den eine schmutzige Socke gestopft war. Sei da, flüsterte sie tonlos. Sie zog den Strumpf heraus und merkte sich dabei, wie er im Stiefel gesteckt hatte. Als ihre Finger auf den Stahl des Laufs stießen, entfuhr ihr ein lauter Seufzer. Vorsichtig holte sie die Waffe heraus. Ein Moment lang zögerte sie. Da wären wir. Bring's hinter dich oder kneife. Beides versetzte sie in panische Angst. Als ob jemand anders ihre Hand Befehle erteilte, steckte sie die Waffe sorgsam in einen großen Plastikbeutel in ihrem Rucksack. Den Strumpf ließ sie auf dem Boden liegen. Es gab noch etwas zu tun. Eilig lief sie in das kleine Wohnzimmer und starrte auf den schäbigen Schreibtisch, auf dem Michael O'Connell seinen Laptop angeschlossen hatte. Von diesem Platz aus, dachte sie, hatte er ihnen allen eine Menge Ärger bereitet. Und jetzt war's an der Zeit, es ihm heimzuzahlen. Trotz ihrer Angst verschaffte ihr dieser nächste Schritt eine gehässige Befriedigung. Sie zog das baugleiche Gerät aus ihrem Rucksack und wechselte seinen Computer gegen den neuen aus, den sie präpariert hatten. Auch wenn er den Unterschied vielleicht nicht sofort erkennen würde, musste es ihm früher oder später dämmern. Bei diesem Streich war sie mit sich zufrieden. Tags zuvor hatte sie Stunden damit zugebracht, eine bunte Vielfalt an pornografischem Material sowie extrem rechtslastige staatsfeindliche Websites herunterzuladen, so dass auf der Festplatte so viel zornige, satanistisch inspirierte, Heavy Metal untermalte, schwerverdauliche Kost gespeichert war, wie sie hatte finden können. Als sie überzeugt war, auf dem Computer genügend belastende Inhalte untergebracht zu haben, hatte sie in einer Word-Datei einen wütenden Brief angefangen, der mit den Worten begann, »Lieber Dad, du verdammter Hurensohn!« In dem O'Connell bekannte, er wisse jetzt, dass er vor Jahren niemals hätte lügen dürfen, um seinen Vater zu entlasten, und er sei jetzt bereit, diesen einen schweren Fehler in seinem Leben zu korrigieren. Er sei der einzige Mensch auf der Welt, der in der Lage sei, der Gerechtigkeit genüge zu tun und den Mord an seiner Mutter zu rächen. Scotts Recherchen zur Familiengeschichte der O'Connells hatten ihr entscheidend geholfen. Noch zwei Dinge hatte Sally mit dem Computer gemacht. Sie hatte die Rückwand abgeschraubt, sodass die Innereien offen zutage lagen und behutsam die Verbindung zum Netzkabel gelockert, sodass der Laptop nicht mehr anging und der Akku sich nicht mehr aufloht. Dann hatte sie die Rückseite wieder geschlossen, allerdings mit einer Besonderheit. Mit zwei Tropfen Sekundenkleber hatte sie dafür gesorgt, dass eine der beiden Schrauben, die alles zusammenhielten, sich keinen Millimeter mehr bewegen ließ. O'Connell konnte das Gerät vielleicht reparieren, dachte sie, aber er wäre nicht in der Lage hineinzukommen. Ein Techniker von der Forensik dagegen schon. Sie warf einen letzten prüfenden Blick auf den Laptop. Es sah so aus, als stünde er genau so, wie O'Connell seinen zurückgelassen hatte. Sally schob O'Connells Laptop neben der Pistole in ihren Rucksack. Sie sah auf ihre Stoppuhr. Es waren elf Minuten vergangen. Zu langsam, zu langsam, schimpfte sie mit sich, während sie den Rucksack über die Schulter warf. Sie spürte, wie ihr die Konturen der Waffe gegen den Rücken schlugen. Sie atmete tief durch. Sie würde bald wiederkommen. Das Handy auf dem Beifahrersitz klingelte beharrlich. Scott war sich nicht sicher gewesen, ob er diesen Anruf bekommen würde, hielt es aber immerhin für möglich, und so war er darauf gefasst, als sie die Stimme am anderen Ende hörte. Hey, spreche ich mit Mr. Jones? O'Connells Vater klang ein wenig unsicher und gehetzt, aber auch freudig erregt. Smith am Apparat, erwiderte Scott. Klar, Mr. Smith, hören Sie, hier spricht. Ich weiß, wer dran ist, Mr. O'Connell. Ja, will ich auch meinen. Ich habe gerade einen Anruf von meinem Jungen bekommen, so wie Sie gesagt haben. Er ist in diesem Moment auf dem Weg hierher. In diesem Moment? Ja, es sind ungefähr anderthalb Stunden Fahrt von Boston, nur dass er garantiert schnell fährt, vielleicht ist er also ein bisschen früher da. Ich werde entsprechende Vorkehrungen treffen. Danke. Der Junge hat was von einem Mädchen gebrüllt, lang wirklich aufgeregt, fast übergeschnappt. Hat die ganze Sache was mit einem Mädchen zu tun? Nein, es geht um Geld. Und um etwas, das er uns schuldig ist. Naja, er sieht das offenbar anders. Wie er das sieht, ist für unsere geschäftliche Vereinbarung von keinerlei Belang, nicht wahr, Mr. O'Connell? Klar, denke schon. Und was soll ich jetzt machen? Scott brauchte nicht lange zu überlegen. Er hatte mit der Frage gerechnet. Warten Sie einfach auf ihn. Lassen Sie ihn ausreden, egal was er sagt. Und was haben Sie vor? Wir werden gewisse Maßnahmen ergreifen, Mr. O'Connell, und Sie bekommen, wie versprochen, Ihren angemessenen Lohn. Und was ist, wenn er nun plötzlich wieder geht? Scott merkte, wie ihm die Kehle trocken wurde, wie sich ihm die Brust zusammenkrampfte. Dann treten Sie zur Seite und lassen ihn gehen. Hope nahm, während sie auf Sally wartete, einen Schluck Kaffee. Sie verbrannte sich an der heißen, bitteren Flüssigkeit die Zunge. Sie hatte den Wagen auf dem Parkplatz einer Mall hundert Meter vom Eingang eines großen Lebensmittelgeschäfts abgestellt. Es herrschte reger Verkehr, doch sie war ein wenig weiter vom Eingang entfernt, als es nötig gewesen wäre, und hatte vielleicht ein halbes Dutzend Parklücken zwischen ihr und dem nächsten Wagen freigelassen. Als sie Sally in ihrem unscheinbaren Leihwagen langsam durch die Reihen der parkenden Autos fahren sah, saß sie karzengerade. Sie steckte sich den Kaffeebecher in den Halter, kurbelte hastig das Fenster herunter und winkte Sally zu, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Sie wartete, bis Sally eine Lücke zwei Reihen weitergenommen hatte und zu ihr hinüberkam. Sie sah, wie sie sich nervös umschaute und wie blass sie war. Sally schüttelte bereits den Kopf. Ich kann nicht zulassen, dass du das machst. Das ist meine Aufgabe. Das hatten wir doch längst, erwiderte Hope, und jetzt läuft es so wie geplant. Jetzt alles umzuwerfen, würde vermutlich alles vermasseln. Ich kann es einfach nicht. Hope atmete tief ein. Das hier war ihre Chance, dachte sie. Sie konnte noch kneifen, sich weigern, einmal durchatmen und fragen, was zum Teufel haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Und ob du das kannst. Du musst, entgegnete Hope. Wir sind Ashleys einzige Chance, und wahrscheinlich liegt auch für jeden von uns die einzige Chance darin, dass jeder von uns tut, wozu er fähig ist. So einfach ist das. Hast du Angst? Nein, log Hope. Wir sollten es ablasen. Jetzt. Ich glaube, wir haben den Verstand verloren. Ja, das haben wir wahrscheinlich, dachte Hope. Wenn wir es jetzt nicht zu Ende bringen und Ashleys das Schlimmste passiert, dann wird sich keiner von uns für den Rest unserer Tage, egal wie lange wir noch zu leben haben, auch nur eine Sekunde lang verzeihen können, dass wir das zugelassen haben. Ich glaube, ich kann mir vergeben, was ich gleich tun werde. Aber einfach abzuwarten und zuzusehen, wie Ashleys etwas zustößt, das nehmen wir alle mit ins Grab. Hope holte Tiefluft. Wenn wir nicht handeln, dann handelt er und wir werden nie mehr ruhig schlafen können. Ich weiß, sagte Sally und schüttelte den Kopf. Und jetzt die Waffe? Im Rucksack? Ja, uns bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, oder? Sally sah auf ihre Stoppuhr. Ich glaube, du liegst etwa eine Viertelstunde zurück. Scott sollte etwa um diese Zeit auch in Stellung gehen. Hope lächelte und schüttelte den Kopf. Weißt du, als Kind habe ich so oft Spiele gegen die Zeit gespielt. Die Zeit ist immer ein entscheidender Faktor. Das hier ist nicht viel anders. Ich muss los. Sofort. Das weißt du so gut wie ich. Wenn wir dieses Spiel zu Ende bringen, dann wäre es schrecklich, wenn es schief ginge, weil wir nicht schnell genug waren. Fahr jetzt einfach los, Sally. Tu, was auf deiner Liste steht. Und ich erledige das meine. Am Ende ist dann vielleicht alles wieder in Ordnung. Es gab viel, was Sally in diesem Moment hätte sagen wollen. Aber sie schwieg. Sie nahm Hopes Hand und drückte sie fest, während sie gegen die Tränen ankämpfte. Hope lächelte und meinte, verlos. Es ist spät. Das ist nicht der Moment zum Reden. Das ist der Moment zum Handeln. Sally nickte, ließ den Rucksack auf den Boden von Hopes Wagen sinken und winkte ihr zaghaft hinterher, als sie vom Parkplatz fuhr. Zur Highway-Auffahrt waren es keine 500 Meter und Hope wusste, dass sie sich beeilen muss, um den zeitlichen Abstand zwischen ihr und Michael O'Connell aufzuholen. Sie sah absichtlich nicht in den Rückspiegel, bis sie von ihrem Treffpunkt weit genug entfernt war, um nicht sehen zu müssen, wie Sally verloren zwischen den Autos stand. Scott fuhr mit seinem zerbeulten Pick-up auf den Studentenparkplatz eines großen Community College, ungefähr zehn Kilometer von dem Haus entfernt, in dem Michael O'Connell aufgewachsen war. Unter den anderen Fahrzeugen, die hier standen, fiel sein ramponiertes Vehikel nicht weiter auf. Er vergewisserte sich, dass ihn niemand beobachtete und zog eilig eine alte Jeans, ein Sweatshirt, einen abgetragenen alten Parka und Sportschuhe an. Er stülpte sich eine marineblaue Mütze über Kopf und Ohren und setzte sich trotz der einsetzenden Abenddämmerung eine Sonnenbrille auf. Er schnappte sich einen Rucksack, tastete nach dem Handy in seiner Jackentasche und stieg aus. Seiner Stoppuhr nach war Michael O'Connell jetzt seit knapp siebzig Minuten unterwegs. Er würde rasen, rief sich Scott ins Gedächtnis, und ums Verrecken keine Pause einlegen, außer vielleicht, wenn ihn die Polizei anhielt, was ihn nur zugutekommen konnte. Scott zog die Schultern ein und überquerte den Parkplatz. Er wusste, dass es nicht weit vom College-Eingang eine Buslinie gab, so dass er bis auf etwa anderthalb Kilometer an das Haus von O'Connell herankam. Er hatte sich den Fahrplan eingeprägt und das nötige Kleingeld für die Hinfahrt in die Rechte, das für die Rückfahrt in die linke Tasche gesteckt. Ein halbes Dutzend Schüler und Studenten verschiedener Altersstufen wartete unter dem Dach der Haltestelle. Er passte dazu. An einem Community College konnte ein Student 19 oder 59 sein. Er achtete darauf, Blickkontakt mit den anderen zu meiden. Er befahl sich, an neutrale Dinge zu denken und möglichst unsichtbar zu sein. Als der Bus kam, fand er ziemlich weit hinten einen Sitz für sich allein. Er drehte sich zum Fenster und blickte auf die braune, verwitterte Landschaft, die an ihnen vorüberglitt. Scott stieg an seiner Haltestelle als einziger aus. Ein Moment lang blieb er allein an der Straße stehen und beobachtete, wie der Bus in der Abenddämmerung verschwand. Dann machte er sich die Straße entlang auf den Weg. Er lief schnell, ohne zu wissen, was ihn erwartete. Er wusste nur, dass Eile von entscheidender Bedeutung war. Fotos vom Schauplatz eines Verbrechens haben etwas Unwirkliches an sich. Es kommt einem ein bisschen so vor, als versuchte man, sich einen Film aus einer Serie von Standfotos zusammenzusetzen, statt die bewegten Bilder zu sehen. Hochglanz, Multikolor, im Format 20x25 wirken sie wie Teile eines großen Puzzles. Ich versuchte, mir jede Aufnahme einzuprägen und starrte sie an wie die Seiten eines Buchs. Der Kommissar saß mir gegenüber und betrachtete mein Gesicht. Ich versuche, mir das Ganze vorzustellen, erklärte ich, damit ich besser verstehe, was passiert ist. Nehmen Sie die Bilder als Linien auf einer Landkarte, erklärte er. Alle Tatorte geben früher oder später einen Sinn, auch wenn ich zugeben muss, dass das hier kein Spaziergang war. Er beugte sich vor und wühlte in den Fotos. Sehen Sie, er deutete auf das ramponierte, verkohlte Mobiliar. Manchmal kommt es eben auf die Erfahrung an. Man lernt nicht nur, das Durcheinander zu sehen, und dann erkennt man die Zeichen. Ich starrte auf die Bilder und versuchte, sie mit seinen Augen zu sehen. Und was? fragte ich. Es hat einen Kampf gegeben, einen schrecklichen Kampf. Scotts Erkundungsgang durchs Viertel einige Tage zuvor hatte ihm geholfen, die richtige Stelle zu finden, an der er warten konnte. Er wusste, dass er nicht auffallen durfte, falls ihn irgendjemand sah und den dunkel gekleideten Mann, der um diese abendliche Stunde das Haus von O'Connell beobachtete, mit dem Mann in Anzug und Krawatte in Verbindung brachte, der so viele Fragen gestellt hatte, würde das ernste Probleme bereiten. Doch er musste die Frontseite des Hauses im Blick behalten, besonders die Einfahrt. Dabei durfte er auf keinen Fall die Aufmerksamkeit von Hunden oder Bewohnern in der Nachbarschaft erregen. Die Stelle, die er sich ausgesucht hatte, war vielleicht ein bisschen weit entfernt, erfüllte aber ihren Zweck. Die baufällige alte Scheune mit dem halb eingesackten Dach war nur noch ein Schandfleck in der Landschaft. Von der Ecke aus, an der er kauerte, sah er gerade noch den Eingang zu O'Connells Haus. Er rechnete damit, dass O'Connell mit Wut fuhr und vielleicht sogar mit quietschenden Reifen um die letzte Ecke bog, so dass der Schotter aufspritzen würde, wenn er auf das Grundstück schwenkte, wo er einmal zu Hause gewesen war. »Mach möglichst viel Lärm«, flüsterte er, »als könnte O'Connell ihn hören, damit dich auf jeden Fall jemand sieht.« In den Nachbarhäusern brannte Licht. Scott sog die kalte Luft ein. Er sah, wie an den Fenstern hier und da Gestalten vorbeihuschten und registrierte das allgegenwärtige blaue Flackern von Fernsehbildschirmen. Er hielt sich die Hand vors Gesicht, um zu sehen, ob sie zitterte. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so schlimm, dass es etwas ausgemacht hätte. »An diesem Abend würden sich eine Menge Dinge klären«, sagte er sich. »Es würde sich zum Beispiel erweisen, was für ein Mensch er war. Und das Gleiche galt für Sally und auch für Hope. Ein Moment lang dachte er an Hope und merkte, wie in ihm Panik aufstieg. »Ich kenne sie nicht«, dachte er. »Ich habe nur eine vage Vorstellung davon, was für eine Persönlichkeit sie ist.« Und doch hing in diesem Moment alles in seinem Leben an ihren Fähigkeiten. Scott bekam nur schwer Luft, als er sich plötzlich fragte, wie sie alle miteinander auch nur einen Moment lang hatten glauben können, sie wären in der Lage, etwas Wirklichkeit werden zu lassen, das ihnen so gänzlich fremd war. In diesem kurzen Augenblick des Zweifels hörte er das Geräusch eines heranbrausenden Wagens. Sally war inzwischen Richtung Boston umgekehrt. Sie steuerte ein besonders exklusives Einkaufsviertel in Brooklyn an. Das erste Mal hielt sie für einen Geldautomaten an einer Ladenstraße und zog mit ihrer Kreditkarte 100 Dollar. Sie achtete darauf, direkt, nachdem der Automat ihr Geld ausspuckte, den Kopf zu heben, damit die Überwachungskamera ihr Gesicht gut aufnehmen konnte. Dann verstaute sie ihre Quittung mit genauer Zeitangabe in ihrer Tasche. Anschließend ging sie in die Mall, wo sie ein teures Wäschegeschäft betrat. Einen Moment blieb sie zwischen den Ständern mit Seide und Spitzen des Hufs stehen, bis sie eine der jüngeren Verkäuferin entdeckte. Das Mädchen war wohl kaum älter als Ashley. Sally ging auf sie zu und sprach sie an. Ob sie mir vielleicht behilflich sein könnten? Selbstverständlich, antwortete die junge Frau. Was suchen sie denn? Also, ich wollte meiner Tochter etwas mitbringen. Sie hat ungefähr ihre Größe. Etwas Besonderes, weil sie ein paar harte Wochen hinter sich hat. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt, wissen Sie, und ich wollte ihr was schenken, worin sie sich schön und sexy findet, nachdem ihr so ein Trottel das Gefühl gegeben hat, das Gegenteil wäre der Fall. Verstehen Sie, was ich meine? Oh ja, und ob, sagte die Verkäuferin und nickte. Das ist sehr einfühlsam von Ihnen. Naja, so sind Mütter nun mal, nicht wahr? Und außerdem würde ich gerne einer besonderen Freundin was Nettes mitbringen. Jemandem, zu dem ich, naja, in letzter Zeit nicht sehr nett gewesen bin. Vielleicht ein Seidenpyjama? Da kann ich Ihnen auch weiterhelfen. Wissen Sie die Größe? Oh ja, natürlich. Der ist für eine sehr enge Freundin. Wir teilen viel Zeit miteinander drüben in West Massachusetts, wo wir leben, und in letzter Zeit haben wir einige Höhen und Tiefen hinter uns, und ich habe etwas wieder gut zu machen. Blumen sind ja immer ganz nett, aber bei einer besonderen Beziehung ist es manchmal besser, etwas zu kaufen, das länger hält. Meinen Sie nicht? Das Mädchen lächelte. Unbedingt. Sally ging davon aus, dass die Erwähnung von West Massachusetts im gesamten Bundesstaat dafür bekannt, dass sich dort Frauen mit ihren Lebensgefährten enttummelten, bei dem Mädchen einen bleibenden Eindruck hinterlassen würde. Sie folgte ihr zu den Ständern mit teurer Unterwäsche. Sie glaubte, dass sie genug gesagt hatte, um bei der jungen Dame nicht so schnell in Vergessenheit zu geraten. Sally dachte außerdem daran, eine Kreditkarte zu benutzen, die sie ebenfalls unzweifelhaft mit diesem Ort in Verbindung bringen würde. Sie überlegte, ob sie vielleicht auch noch der Geschäftsleitung ein Kompliment zur Wahl ihrer Mitarbeiter machen sollte. An solche Gespräche konnte man sich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch erinnern. Sally fühlte sich wie auf einer Bühne, als rezitierte sie Zeilen, die aus der Not geboren waren. Die hier gehören zu unseren hübschesten Sachen, erklärte die Verkäuferin. Sally lächelte, als wäre das, was sie da machte, das Natürlichste auf der Welt. Oh ja, wirklich. Mehr oder weniger zur gleichen Zeit befanden sich Catherine und Ashley in einem Bio-Supermarkt knapp anderthalb Kilometer von Hope's und Sally's Haus entfernt und schoben einen Einkaufswagen mit einer Menge ausgefallener organischer Lebensmittel vor sich her. Während der ganzen Fahrt hatten sie geschwiegen. Als sie nicht weit vom Eingang einen Gang entlang kamen, entdeckte Ashley eine üppige Dekoration aus frischen Kürbissen, die kunstvoll aufgetürmt und mit getrockneten Maishalmen geschmückt waren. Das Ganze sollte an Thanksgiving erinnern und so vervollständigten Walnüsse, Preißelbeeren und ein Truthahn aus Papier das Bild. Ashley stieß Catherine an und deutete auf die Dekoration. Catherine nickte. Zusammen schoben sie den Wagen dicht an den Turm. Als sie gerade dicht an dem Tisch vorbeikamen, auf dem die Auslagen gestapelt waren, sagte Catherine laut, »Oh, verdammt, wir haben den Bohnendipf vergessen!« Während sie das sagte, legten sie sich mit dem Wagen schwungvoll in die Kurve, sodass das Vorderrad am Tischbein hängen blieb. Die ganze Dekoration wackelte einen Moment und Ashley gab einen kurzen Aufschreff von sich, beugte sich vor, als versuchte sie alles festzuhalten, während sie in Wahrheit den größten Kürbis an der Basis wegzog. In Sekunden war alles mit einem lauten Krach in sich zusammengestürzt, sodass ein bunter Haufen verschiedener Kürbissorten zwischen Maiskolben über den Boden rollten. Catherine seufzte. »Oh, mein Gott!« rief sie laut. Im nächsten Moment waren sie von mehreren jungen Lageristen umringt, die sich daran machten, die Pyramide wieder aufzubauen, während sich Ashley und Catherine überschwänglich beim Filialleiter entschuldigten und darauf bestanden, den Schaden zu bezahlen. Der Mann lehnte ihr Angebot ab, doch Catherine griff in ihre Handtasche und zog fünfzig Dollar heraus, die sie ihm unter die Nase hielt. »Also dann sorgen Sie doch bitte dafür, dass diese netten jungen Männer, die das Chaos aufräumen, das Ashley und ich verursacht haben, für ihre Hilfe belohnt werden.« »Nein, nein«, wehrte der Filialleiter ab. »Wirklich, Ma'am, das ist nicht nötig.« »Ich bestehe aber darauf.« »Ich auch«, stimmte Ashley ein. Der Filialleiter nahm schließlich zur großen Erleichterung der jungen Kopfschüttelnd das Geld. Anschließend schob Ashley ihren Einkaufswagen in die Schlange vor der Kasse und Catherine zog eine Kreditkarte heraus, um die Waren zu bezahlen. Beide Frauen achteten darauf, dass auch sie sich einmal deutlich von vorne den Überwachungskameras präsentierten. Sie hegten wenig Zweifel, dass man sich an ihren Einkauf an diesem Abend erinnern würde. Dies war Sallys letzte Anordnung an sie beide gewesen. »Sorgt dafür, dass ihr etwas in der Öffentlichkeit tut, das eure Anwesenheit vor Ort beweist?« Das war ihnen wohl gelungen. Sie wussten nicht, was um diese Zeit in einem anderen Teil von New England passierte, doch sie gingen davon aus, dass es etwas ganz und gar Schreckliches sein musste. Die Scheinwerfer von Michael O'Connells Wagen strichen über die im Dunkeln liegende Front seines Elternhauses. Das Licht reflektierte im Lack von Vater O'Connells Kleintransporter. Eine Wagentür wurde laut zugekracht und Scott sah, wie O'Connell den Seiteneingang zur Küche ansteuerte. Der Gang des Sohnes war so energiegeladen, dass er in der Dunkelheit zu leuchten schien. O'Connells Zorn hatte einen kritischen Punkt erreicht, dachte Scott. Wer wütend ist, bemerkt oft nicht die kleinen Dinge, die sich später als wichtig erweisen können. Er beobachtete, wie O'Connell die Seitentür aufriss und nach drinnen verschwand. Er war nur wenige Sekunden lang in Scots Blickfeld gewesen, doch jede einzelne Bewegung, die Scott gesehen hatte, zeugte davon, dass das, was Ashley zu ihm gesagt hatte, ihn wild entschlossen hierher getrieben hatte. Scott holte einmal tief Luft, beugte sich vor und rannte die Straße entlang, indem er versuchte, sich im Schatten zu halten. So schnell er konnte, lief er zu O'Connells Wagen in der Einfahrt. Er bückte sich und griff in seinen Rucksack. Als erstes holte er ein paar OP-Handschuhe heraus und zog sie über. Als nächstes nahm er einen Hartgummihammer und eine Schachtel verzinkter Dachdeckernägel heraus. Er warf einen einzigen Blick auf die Rückseite des Hauses, atmete einmal tief durch und trieb einen der Nägel in die Seitenwand von Michael O'Connells Hinterreifen. Er bückte sich und hörte ein leises Zischen. Dann nahm er noch ein paar Nägel und verstreute sie auf der Einfahrt. Möglichst geräuschlos lief Scott zum Heck von Vater O'Connells Pick-up. Dort ließ er die Schachtel mit den übrigen Nägeln offen auf dem Ladedeck liegen. Auch den Hammer deponierte er in der Nähe. Eins von vielen Werkzeugen, die auf dem Pick-up und im Carport herumlagen. Nachdem er seine erste Aufgabe erledigt hatte, lief Scott gemächlich zu seinem Versteck zurück. Als er die Straße überquerte, hörte er laute, wutentbrannte Stimmen aus dem Haus. Er hätte gerne gewartet, um zu verstehen, was sie schrien, doch ihm war klar, dass das nicht ging. Als er die baufällige Scheune erreichte, zog er sein Handy heraus und drückte die Kurzweiltaste. Es klingelte zweimal, bevor Hope sich meldete. »Bist du schon in der Nähe?« fragte er. »Keine zehn Minuten. Es ist gerade soweit. Melde dich, wenn du anhältst.« Hope legte auf, ohne etwas zu erwidern. Sie drückte aufs Gas und fuhr schneller. Sie hatten eine Spanne von mindestens zwanzig Minuten zwischen O'Connells und ihrer eigenen Ankunft eingeplant. Sie lagen ziemlich gut in der Zeit, dachte sie, was sie nicht unbedingt beruhigte. Im Haus standen Michael O'Connell und sein Vater sich auf wenige Schritte in dem verdreckten Wohnzimmer gegenüber. »Wo ist sie?« brüllte der Sohn und ballte die Fäuste. »Wo ist sie?« »Wo ist wer?« erwiderte der Vater. »Ashley! Verdammt, Ashley!« Er sah sich mit wilden Blicken um. Der Vater lachte spöttisch. »Na, also das ist ein Ding, wirklich ein Ding.« Michael O'Connell wirbelte wieder zu ihm herum. »Versteckt sie sich? Wo hast du sie hingeschafft?« Der alte O'Connell schüttelte den Kopf. »Ich weiß immer noch nicht, was du da faselst, und wer zum Teufel ist Ashley? Ein Mädchen aus deiner Highschool-Zeit?« »Nein, du weißt sehr wohl, wen ich meine. Sie hat dich angerufen. Sie sollte hier sein. Sie hat gesagt, sie ist auf dem Weg zu dir. Hör auf, mich zu verarschen, oder bei Gott!« Michael O'Connell schwang die Faust. »Oder du tust was?« fragte der Vater in verächtlichem Ton. Der Alte blieb ruhig. Er nahm sich die Zeit, an einer Flasche Bier zu nippen, während er mit zusammengekniffenen Augen seinen Sohn anstarrte. Dann ging er bewusst zu seinem Polstersessel hinüber und ließ sich hineinfallen, um einen ausgiebigen Schluck aus der Flasche zu nehmen. Er zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, was das Ganze soll, Junge. Ich hab keine Ahnung von einer, Ashley. Du lässt dich jahrelang nicht blicken, dann rufst du plötzlich an, kommst her und schreist wegen irgendeiner Fotze rum wie ein grünschnablerner Highschool. Du stellst mir Fragen zu Sachen, von denen ich nicht den blassesten Schimmer habe, willst dies und das wissen, ohne dass ich verflucht noch mal die leiseste Ahnung habe, was du meinst. Wieso köpfst du nicht ein Bier, beruhigst dich erst mal und hörst auf, dich wie ein kleines Kind zu benehmen?« Während er sprach, deutete er auf den Kühlschrank in der Küche. »Ich will nichts trinken. Ich will überhaupt nichts von dir. Ich hab noch nie was von dir gewollt. Ich will nur wissen, wo Ashley ist.« Der Vater zuckte erneut die Achseln und breitete die Arme aus. »Ich weiß überhaupt nicht, von wem und was dir redest. Du redest wirres Zeug.« Michael O'Connell kochte innerlich und zeigte mit dem Finger auf seinen Vater. »Du bleibst da sitzen, Alter. Bleib einfach da sitzen und rühr dich nicht vom Fleck. Ich seh mich um.« »Ich hab nicht vor, irgendwo hinzugehen. Du willst dich umsehen? Tu dir keinen Zwang an. Hat sich nicht viel verändert, seit du ausgezogen bist.« Der Sohn schüttelte den Kopf. »Doch, hat es«, sagte er bitter, während er auf dem Weg durch das kleine Wohnzimmer einige Zeitungen aus dem Weg trat. »Du bist um einiges älter und wahrscheinlich betrunkener, und der Saustall hier ist um einiges dreckiger.« Der Vater beäugte seinen Sohn misstrauisch, als der an ihm vorbeischoss. Er blieb in seinem Sessel sitzen, während der Jüngere die hinteren Räume betrat. Als erstes ging er in das Zimmer, das einmal seins gewesen war. Sein altes, schmales Bett war immer noch in die Ecke gequetscht, und ein paar von seinen ACDC und Slayer-Postern hingen immer noch an der Wand. Ein paar billige Sporttrophäen, ein altes Footballhemd, das er an die Wand genagelt hatte, ein paar Bücher von der Highschool und ein leuchtend rotes Gemälde von einem Chevrolet Corvette nahm den übrigen Platz ein. Er rannte durch das Zimmer und riss den Kleiderschrank auf. Er hatte tatsächlich halb damit gerechnet, Ashley darin zu finden. Doch außer ein, zwei alten Jacken, die nach Staub und Schimmel rochen, sowie ein paar Kisten mit uralten Videospielen, war er leer. Er trat gegen eine Kiste und verstreute den Inhalt quer über den Boden. Alles im Zimmer erinnerte ihn an etwas, das er hasste, was er war und wo er herkam. Er sah, dass sein Vater einfach viele der alten Sachen seiner Mutter aufs Bett geworfen hatte, Kleider, Hosenanzüge, Mäntel, Stiefel, ein paar bemalte Schachteln mit billigem Schmuck und ein Fototriptikon von ihm mit seinen Eltern, das bei einem ihrer wenigen Urlaube auf einem Campingplatz oben in Maine entstanden war. Das Bild rührte nur an schreckliche Erinnerungen. Zu viel Alkohol, zu viel Streit und eine schweigsame Heimfahrt. Es war, als hätte sein Vater einfach alles, was ihn an seine tote Frau und seinen entfremdeten Sohn erinnerte, in dieses Zimmer geworfen, wo es Staub und den Geruch des Alters ansammelte. »Ashley!« rief er laut. »Wo zum Teufel steckst du?« Aus dem Wohnzimmer rief sein Vater »Du wirst da nix und niemanden finden, aber such nur, falls du dich dann besser fühlst!« Dann lachte er. Ein falsches, aufgesetztes Lachen, das noch mehr Wut auslöste. Michael O'Connell biss die Zähne zusammen und riss die Badezimmertür auf. Er zog einen Duschvorhang zurück, der nach Moder und Schimmel roch. Ein Pillendöschen auf dem Waschbeckenrand fiel zu Boden, so dass sich die Tabletten quer über den Fliesenboden verstreuten. Er bückte sich und hob das Plastikdöschen auf. Er sah, dass es ein Herzmittel war und lachte. »Die alte Pumpe macht dir zu schaffen, wie?« sagte er laut. »Lass meine Sachen gefälligst in Ruhe!« antwortete der Vater. »Du kannst mich mal«, flüsterte Michael O'Connell. »Hoffentlich tut es noch ordentlich weh, bevor es dich umbringt.« Er warf das Döschen wieder zu Boden, wo er es zusammen mit den Pillen zertrat. Er lief in das zweite Schlafzimmer. Das französische Bett war nicht gemacht, die Wäsche schmutzig. Es roch nach Rauch, Bier und dreckigen Kleidern. Ein Wäschepuff aus Plastik voll von Sweatshirts und Unterwäsche über. Auf dem Nachttisch stand eine weitere Verlanz-Tablettendosen neben halbvollen Schnapsflaschen und einem defekten Wecker. Er leerte sämtliche Döschen in die Hand und steckte die Tabletten in die Tasche, bevor er die Döschen aufs Bett warf. »Kleine Überraschung, wenn du sie brauchst«, dachte er. Michael O'Connell ging zum Schrank und riss die Doppeltür auf. Eine Hälfte, diejenige, die einmal seiner Mutter gehört hatte, war leer. Die andere füllten die Kleider seines Vaters, sämtliche Hosen, Hemden, Sportjackets und Krawatten, die er nie trug. Er ließ die Türen offen und ging zu der Glasschiebetür, die zum Garten führte. Er zog daran, doch sie war abgeschlossen. Er drückte das Gesicht an die Scheibe, um in die Dunkelheit zu spähen. Er schloss auf und trat nach draußen, ohne auf seinen Vater zu reagieren, der hinter ihm brüllte. »Was soll das nun wieder werden?« Michael O'Connell sah nach rechts und links. »Da hinten gab es kein Versteck«, dachte er. Er drehte sich um und kehrte ins Haus zurück. »Ich sehe im Keller nach«, rief er. »Wenn du mir die Mühe ersparen willst, sag mir, wo sie ist, Alter, oder muss ich dich ein bisschen unsanft aushorchen?« »Tu, was du nicht lassen kannst. Sieh ruhig im Keller nach. Und weißt du was? Du machst mir auch jetzt keine Angst, nicht mehr als früher.« »Das werden wir ja sehen«, dachte Michael O'Connell. Er ging zu der Tür, die zum Keller führte. Es war ein dunkler, muffiger Ort, voller Spinnweben und Staub. Mit neun Jahren hatte ihn sein Vater einmal hier eingesperrt. Seine Mutter war weggewesen und er hatte etwas getan, um den Alpen zu ärgern. Sein Vater hatte ihn zuerst gegen die Schläfe geschlagen und dann die Kellertreppe hinuntergestoßen, wo er ihn eine Stunde lang im Dunkeln gelassen hatte. Michael O'Connell stand auf dem obersten Treppenabsatz. Was er an seinem Vater und seiner Mutter am meisten gehasst hatte, war die seltsame Tatsache, dass all der Streit, all das Gebrüll und der Schlagabtausch sie nur noch stärker zusammengeschweißt hatten. All das, was sie normalerweise auseinandergebracht hätte, das hatte ihre Beziehung zementiert. »Ashley!« brüllte er. »Bist du da unten?« Eine nackte Glühbirne an der Decke warf ein wenig Licht in die hintersten Winkel. Auf der Suche nach ihr spähte er in jeden Schatten. Der Keller war leer. Er merkte, wie ihm die Wut die Brust einschnürte und Hitzewellen ihm in die Arme und die geballten Fäuste schossen. Er drehte sich um und kehrte in das kleine Wohnzimmer zurück, wo sein Vater auf ihn wartete. »Sie ist da gewesen, stimmt's?« fragte Michael O'Connell. »Noch nicht lange her, hab ich recht, um mit dir zu reden. Ich hab's nur nicht rechtzeitig geschafft und dann hat sie dir gesagt, du sollst mich belügen.« Der Ältere zuckte die Achseln. »Du redest immer noch, dummes Zeug. Sag mir die Wahrheit! Ich sage die Wahrheit! Ich hab kein Schimmer, was du da faselst. Wenn du mir nicht sagst, wie es gewesen ist, was sie dir gesagt hat, als sie zu dir kam und wohin sie wollte, dann tue ich dir weh, alter Mann. Ich mach keine Witze. Ich kann das und ich mach das und glaube mir, ich kann dir mächtig wehtun und du bist mir so scheißegal wie schon immer. Also spuck's endlich aus, was hast du zu ihr gesagt, als sie dich anrief? Du bist entweder verrückter, als ich mich erinnern kann oder dümmer. Im Moment ist mir nicht klar, was von beidem. Der alte Mann hob die Flasche an den Mund und lehnte sich zurück. Michael O'Connell trat vor und schlug ihm mit einer einzigen gezielten Bewegung die Flasche aus der Hand. Sie zerbarst an der Wand. Der Vater reagierte kaum, auch wenn er auf die zerbrochene Flasche starrte, bevor er sich wieder seinem Sohn zuwandte. Es war schon immer die Frage, wer von uns beiden bösartiger würde, nicht wahr? Leck mich, Alter, beantworte meine Frage! Und mir erst neues Bier. Michael O'Connell beugte sich nach unten, packte seinen Vater am Hemd und zog ihn halb aus dem Sessel. Im selben Moment schoss die Rechte des Vaters nach vorne und packte den Sohn am Kragen. Er verdrehte den Sweater so, dass es ihm den Hals einschnürte. Ihre Gesichter waren nur Zentimeter voneinander entfernt. Dann stieß O'Connell seinen Vater zurück und der alte Mann ließ seinen Sohn los. Michael O'Connell ging zum Fenster. Einen Moment lang starrte er ihn an. Zu viel Glotze ist nicht gut für dich. Hast du das nicht gewusst? Michael O'Connell ließ die spöttischen Worte einwirken. Dann holte er mit dem Fuß aus und versetzte dem Apparat einen Tritt im Karate-Stil, sodass er hinten überkrachte und mit zerbrochenem Bildschirm am Boden lag. Bastard! Dafür wirst du bezahlen! Ach ja? Was muss ich noch kaputt machen, damit du mir endlich erzählst, was passiert ist, als sie dich angerufen hat? Wie lange ist sie hier gewesen? Was hat sie dir versprochen? Was hast du ihr versprochen? Bevor sein Vater antworten konnte, ging O'Connell zu einem Bücherregal hinüber und fegte mit der Hand ein Fach mit Nippes und Fotos leer. Das waren nur ein paar Überbleibsel von deiner Mutter. Die bedeuten mir nix. Du willst also, dass ich mich umsehe, bis ich was finde, das dir was bedeutet? Was hat sie zu dir gesagt? Junge, erklärte der alte Mann zwischen zusammengepressten Lippen. Was immer diese Fotze dir bedeuten mag, ich hab keine Ahnung. Genauso wenig weiß ich, wo sie dich reingeritten hat. Steckst du in der Scheiße? Probleme mit Geld? Michael O'Connell sah seinen Vater an. Was faselst du da? Wer ist hinter dir her, Junge? Ich glaub nämlich, dass sie dich jeden Moment finden, und dann werden sie nicht zimperlich sein. Aber das weißt du ja vielleicht schon. Na schön, sagte Michael O'Connell langsam. Deine letzte Chance, bevor ich rüberkomme und dir die Prügel heimzahle, die ich als Kind von dir eingesteckt habe. Hat dich heute ein Mädchen namens Ashley angerufen? Hat sie gesagt, sie bräuchte deine Hilfe, um mit mir Schluss zu machen? Hat sie gesagt, sie wäre auf dem Weg zu dir, um mit dir zu reden? Der Senior sah seinen Sohn weiter wütend und mit zusammengekniffenen Augen an. Doch durch den Nebelschleier der Wut, die jeden Moment zu explodieren drohte, presste er hervor. Nein, nein, verdammt, keine Ashley, kein Mädchen. Überhaupt nichts von dem, was du da faselst. Und das ist die verfluchte Wahrheit, ob das glaubst du oder nicht. Du lügst, du alter Mist, Karl, du lügst! Der alte Mann schüttelte den Kopf und lachte, was Michael O'Connell nur noch mehr aufbrachte. Er fühlte sich, als balancierte er auf einem Fenster Sims und versuchte mit aller Macht, das Gleichgewicht zu wahren. Alles in ihm schrie danach, dem alten Mann ins Gesicht zu schlagen. Doch er holte tief Luft und sagte sich, dass er zuerst herausfinden sollte, was hier los war, weil es einen Grund dafür geben musste, dass er hierher gelockt worden war. Er sah nur nicht welchen. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber Miss Unbekannt hat hier weder angerufen, noch sich an der Küchentür blicken lassen. Michael O'Connell trat einen Schritt zurück. Ich sehe nicht. Ihm drehte sich alles im Kopf. Er begriff nicht, wieso Ashley ihn zu seinem Elternhaus locken sollte, wenn sie nicht etwas damit bezweckte. Nur was? fragte er sich. Mit wem hast du Ärger? fragte der Alte erneut. Mit keinem. Was willst du damit sagen? fauchte Michael, wütend darüber, dass er in seinem Gedankengang unterbrochen wurde. Worum geht es? Drogen? Hast du mit ein paar Jungs einen kleinen Raubüberfall gedreht und die Beute allein eingesackt? Was hast du angestellt, dass Typen mit Geld nach dir suchen? Hast du ihnen was gestohlen, das ihnen gehört? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das selbstgefällige Grinsen seines Vaters verwirrte ihn. Im selben Moment wurde ihm klar, dass der alte Mann sich eigentlich über den zerbrochenen Fernseher viel mehr hätte aufregen müssen. Das kann nur bedeuten, dass er mit einem Neuen rechnet, dachte er. Wen hast du reingelegt, Junge? Weil nämlich jemand richtig Wut auf dich hat. Wer behauptet das? Der alte Mann zuckte die Achseln. Ich will nichts gesagt haben, ich weiß nur, was ich weiß. Michael O'Connell streckte sich. Das ergibt alles keinen Sinn, dachte er. Oder vielleicht doch? Alter, ich tue dir weh, wann begreifst du das endlich? Du bist alt und schwach und ich werde dir große Schmerzen zufügen. Und jetzt sag mir endlich, wovon du redest! schrie er quer durchs Zimmer. Mit wenigen großen Schritten beugte er sich erneut über seinen Vater, der im Sessel sitzen blieb und grinste, während er sich fragte, ob er seinen Sohn lange genug festgehalten hatte, damit der mysteriöse Mr. Smith die entsprechenden Vorkehrungen treffen konnte. Welche auch immer. Nur wenige hundert Meter vom O'Connellschen Haus entfernt entdeckte Hope in einer angrenzenden Straße einige alte, zerbeulte Autos und Pickups mit Harley-Davidson-Flügeln. Aus einem heruntergekommenen Haus im Ranch-Stil, das ein Stück von der Straße zurückgesetzt war, drang Licht und sie hörte laute Stimmen sowie harte Rockmusik. Ein kleines Familientreffen, dachte sie. Bier und Pizza. Mit Amphetamin zum Nachtisch. Sie parkte den Leihwagen einen Meter hinter einem der abgestellten Fahrzeuge, sodass sie ohne weiteres als Besucher durchging. So schnell sie konnte, zog sie sich den schwarzen Overall an, den Sally besorgt hatte. Sie stopfte sich eine marineblaue Kapuzenmütze mit Gesichtsmaske in die Tasche. Dann schlüpfte sie in OP und anschließend in ein paar Lederhandschuhe. Sie wickelte sich ein paar Lagen Isolierband um Hand- und Fußgelenke, sodass zwischen Overall und Handschuhen beziehungsweise Straßenschuhen keine nackte Haut freilag. Sie warf den Rucksack mit der Pistole über die Schulter und machte sich im Laufschritt auf den Weg zu O'Connells Haus, wo sie dank ihrer Kleidung mit der Nacht verschmolz. Sie zog das Handy heraus und wählte Scotts Nummer. Ich bin da, ein paar hundert Meter entfernt. Wonach muss ich suchen? Der Junge fährt einen fünf Jahre alten roten Toyota mit Kennzeichen von Massachusetts, sagte Scott. Der Vater hat einen schwarzen Pick-up, der halb in einem Carport steht. Die einzige Außenbeleuchtung befindet sich an der seitlichen Nebentür. Da gehst du rein. Sind sie noch? Ja. Ich hab gehört, wie drinnen etwas zu Bruch gegangen ist. Sonst keiner da? Soweit ich sehe, nicht. Wo sollte ich? Zum Carport. Rechts. Er ist mit allen möglichen Motorteilen und mit Werkzeug überseht. Von daraus kannst du sie sehen, ohne gesehen zu werden. In Ordnung, meinte Hope. Halt die Augen auf, ich melde mich wieder. Scott legte auf. Er lehnte sich an die Seite der alten, baufälligen Scheune und starrte geradeaus. Es gab sehr wenig Licht. Keine Straßenlaternen in dieser ländlichen Gegend. Solange sich Hope im Schatten hielt, ging es ihr gut. Er stockte. Die Vorstellung, dass es ihr gut gehen könnte, war absolut falsch. Keinem von ihnen würde es gut gehen, wurde ihm bewusst. Außer Ashley vielleicht. Und sie war der ausschließliche Grund, weshalb sie das alles machten. Wenn er in dieser entscheidenden Nacht schon vor Angst wie gelähmt war, fragte sich Scott, wie sollte dann erst Hope ihre Zweifel in den Griff bekommen, die schließlich jene Bühne, die sie alle drei miteinander errichtet hatten, als einzige betreten musste. Im Laufschritt und tief gebückt, mehr wie ein wildes Tier als die Athletin, die sie einmal gewesen war, durchquerte Hope den Gartenstreifen seitlich vom Haus und schließt sich zur Rückseite des Carports. Dort drehte sie sich um, ließ sich auf den Boden nieder und nahm sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Die nächsten Häuser waren mindestens dreißig, vierzig Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Sie legte den Kopf an die Carportwand und schloss die Augen. Hope versuchte eine Art Inventur ihrer Emotionen, als könnte sie so diejenigen ausfindig machen, die ihr in den nächsten Minuten die nötige Kraft geben würden. Sie rief sich ins Gedächtnis, wie der tote Nameless in ihren Armen lag und tauschte dabei den Hund gegen Ashley. Der Gedanke machte sie hart. Noch weitere eiserne Kraft schöpfte sie aus der Vorstellung, dass O'Connell sich auch an Catherine rächen könnte. Sie wusste, dass ihre Mutter nach Kräften kämpfen würde, doch bei einer solchen Auseinandersetzung hätte die alte Frau kaum Chancen. Sie summierte sämtliche Gefahren, die ihnen allen drohten, und stellte die Gleichung auf. Dann versuchte sie, Zweifel und Unsicherheit zu subtrahieren. Was so logisch und eindeutig ausgesehen hatte, als sie zu dritt in ihrem behaglichen Wohnzimmer gesessen hatten, erschien jetzt falsch, pervers und vollkommen unmöglich. Ihr brach der Schweiß aus, und sie wusste, dass ihre Hände zitterten. Wer bin ich? fragte sie sich. Kurz nach dem Tod ihres Vaters, da hatte es einen Moment gegeben, in dem sie richtig verängstigt war. Es ging nicht zu sehr um die Angst, alleingelassen zu werden. Vielmehr ging es um die Sorge, die Erwartungen, die er in sie gesetzt hatte, nicht erfüllen zu können. Sie versuchte, sich einzuschärfen, ihr toter Vater hätte sie genau da sehen wollen, wo sie jetzt war. Den Kopf an den Schuppen gelehnt und in die Nacht getaucht, während ihr von unten die Feuchtigkeit in die Kleider zog. Er würde nachempfinden können, dass man, um andere zu beschützen, ein Risiko auf sich nahm. Er hatte immer gewollt, dass sie die Dinge in die Hand nahm, zum Guten wie zum Schlechten. Du bist der Boss, hörte sie ihn sagen. Hope hatte das Gefühl, in diesem Moment tatsächlich am Rand des Wahnsinns zu sein. Bewahr einen klaren Kopf, forderte sie sich auf. Sie streifte sich die Mütze über Kopf und Gesicht. Dann griff sie in den Rucksack und zog die Waffe aus dem Plastikbeutel. Sie legte den Finger um den Abzug. Zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben hielt sie eine Schusswaffe in der Hand. Sie wünschte sich, mit Waffen mehr Erfahrung zu haben, merkte jedoch zu ihrem Staunen, dass von dem stellernen Kolben eine unbekannte, beinahe berauschende Energie ausging. Hope rutschte bis zur Ecke des Carports und horchte auf die wütenden Stimmen im Haus, während sie den richtigen Moment abwartete. »Ich muss wissen, was los ist,« stieß Michael O'Connell hervor. Aus jedem Wort, das ihm über die Lippen kam, sprach der jahrelang angestaute Hass auf den Mann, der ihm gegenüber selbst gefällig in seinem Sessel wippte, und die Liebe zu Ashley. Er fühlte, wie sein Puls raste. Ihm war fast schwindelig verzorgen. »Was soll das Ganze eigentlich? Du kommst hierher und brüllst was von einem Mädchen, während du dir viel mehr Gedanken machen solltest, wen du da zur Weißblut gebracht hast,« entgegnete sein Vater und zerschnitt mit der Hand die Luft. »Ich weiß nicht, was du da faselst, ich hab niemanden zur Weißblut gebracht.« Der alte Mann zuckte provozierend die Achseln. Michael O'Connell machte einen Schritt nach vorn und ballte die Fäuste, während sich der Senior endlich aus dem Sessel hochrappelte und seinem Sohn die Schulter entgegenhielt. »Du meinst, du bist alt genug und stark genug, um es mit mir aufzunehmen?« »Das fragst du lieber nicht, alter Mann. Du hast deinen Bierbauch und bist ein bisschen aus der Form geraten. Bald hast du vielleicht wirklich was am Rücken, nicht wie damals, als du nur simuliert hast. Du warst richtig gut, wenn's darum ging, Frauen und Kinder zu verprügeln, und auch das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin kein Kind mehr. Denk drüber nach.« Bei dem frostigen Ton zuckte der alte zusammen. Dann schwellte er die Brust und schüttelte den Kopf. »Ich bin damals locker mit dir fertig geworden. Du meinst, du bist erwachsen geworden, aber ich würde dir immer noch raten, dich nicht mit mir anzulegen. Ich kann dich immer noch klein kriegen.« »Du warst damals ein Schwächling und heute auch. Mom hat es mit dir aufgenommen. Wenn sie nicht betrunken war, konntest du sie nicht mal schlagen. So ist es schließlich passiert, nicht wahr? In der Nacht, in der sie starb. Sie war zu betrunken, um sich zu wehren. Du hast deine Chance gesehen und sie umgebracht.« Der Senior knurrte verächtlich. »Ich hätte nie für dich lügen sollen. Ich hätte den Kopf von Anfang an die Wahrheit sagen sollen,« erwiderte Michael O'Connell bitter. »Treib's nicht so weit,« antwortete der Vater kalt. »Halt dich aus Sachen raus, die dich nichts angehen.« Während ihre Worte leiser, aber hasserfüllter wurden, waren sich die Männer auf ungefähr einen Meter näher gekommen und standen sich nun wie Hunde gegenüber, die jeden Moment vom Knurren zum Beißen übergehen konnten. »Meinst du wirklich, du kannst mich umbringen und damit durchkommen wie bei ihr?« »Ich glaube nicht, alter Mann.« Der Vater schoss mit einem Ruck nach vorn und gab seinem Sohn eine Ohrfeige, dass es durchs ganze Zimmer halte. Michael O'Connell grinste böse. Seine Rechte schnellte heraus und packte seinen Vater an der Gurgel. Dem alten Mann die Luft abzudrücken, verschaffte ihm augenblicklich Befriedigung. Als er unter seinem Griff spürte, wie sich Muskeln zusammenzogen und Sehnen eindrückten, fühlte er eine fast übermächtige Leidenschaft. In Panik griff der Ältere nach dem Handgelenk des Sohnes und grub ihm die Nägel ins Fleisch, um sich zu befreien, während er kaum noch räucheln konnte. Als das Gesicht seines Vaters sich bedenklich rot färbte, stieß ihn Michael O'Connell plötzlich zurück. Der alte Mann taumelte gegen die Kühlbox und verschüttete alles, was darauf stand. Im Fallen griff er nach der Liene seines Stuhls und riss ihn um. Er lag auf dem Boden am Rücken und blickte erstaunt nach oben. Sein Sohn lachte und spuckte auf den alten Mann. »Bleib, wo du bist, Alter, bis du Schimmel ansetzt. Aber merk dir eins, falls du je einen Anruf von Ashley bekommst oder von einem ihrer Leute und du ihnen versprichst, ihnen irgendwie zu helfen, dann komm ich zurück und bring dich um. Vorher werde ich dich so quälen, dass du mich anflehst, aufzuhören. Hast du das verstanden? Am liebsten würde ich alles, was meine Vergangenheit betrifft, begraben, würde mich bedeutend besser fühlen, und den Anfang mache ich mit dir.« Der Vater blieb wie gelähmt am Boden liegen. Der Sohn sah die angsterfüllten Augen des Alten und dachte zum ersten Mal an diesem Abend, dass sich die Fahrt Richtung Norden am Ende doch noch gelohnt haben könnte. »Du solltest dir wünschen, mich nie wiederzusehen, du jämmerlicher, alter Mann! Denn das nächste Mal endest du in einer Kiste in der Erde, wo du hingehörst, wo du schon seit Jahren hingehörst!« Michael O'Connell drehte sich um und ging, ohne einen einzigen Blick zurückzuwerfen zur Nebentür hinaus. Die kühle Nachtluft schlug ihm so unangenehm wie eine weitere schlechte Erinnerung entgegen. Doch er konnte an nichts anderes denken, als an das Spielchen, das Ashley mit ihm getrieben hatte, und an die Frage, wie sie annehmen konnte, dass sein Vater ihr von Hilfe wäre. Einer hatte gelogen, fragte sich nur, wer. Er stieg ein, startete den Wagen und gab Gas. Er kam zu dem Schluss, dass die Antwort auf diese Frage nicht warten konnte. Hope hatte den Streit und das anschließende Gepolter eines kurzen Kampfes mit angehört. Sie packte die Automatik und hielt den Atem an, als sie nur wenige Meter von ihrem Versteck entfernt Michael O'Connell aus der Tür stürzen sah. Sie wartete, bis er rückwärts aus der Einfahrt gebraust war und mit Vollgas in die Nacht hinausfuhr. Jetzt wusste sie, kam der entscheidende Moment. Sally hatte ihr eingeschärft, zögere keinen Augenblick. Sobald er weg ist, musst du rein. Sie stand auf. Hope hatte Sallys Stimme noch im Ohr. Zögere nicht. Warte nicht. Geh sofort rein. Sag kein Wort. Drück einfach ab. Schau dich nicht um. Verlasse das Haus. Hope holte einmal tief Luft und trat hinter dem Carport hervor. Rasch durchquerte sie den Lichtkegel rund um den Nebeneingang. Sie senkte den Blick, sah, wie ihre Linke den Türknauf packte und stürzte ins Haus. Hope stand in der Küche, doch durch die Tür gegenüber konnte sie ins Wohnzimmer sehen, so wie es Gottes beschrieben hatte. Wie gelähmt stand sie da und beobachtete, wie Michael O'Connells Vater sich vom Boden aufraffte. Er drehte sich zu ihr um. Er wirkte nicht erstaunt. Sie kommen von Mr. Jones, fragte er, während er sich aufrichtete und die Kleider abklopfte. Sie haben den Mistcar knapp verpasst. Das war eben sein Wagen. Hope hob die Waffe und nahm eine schussbereite Stellung ein. O'Connell Senior sah sie verständnislos an. Hey, sagte er, sie sind hinter dem gottverdammten Jungen her nicht hinter mir. Plötzlich wirkte alles auf der Welt überdeutlich. Jede Farbe war greller, jedes Geräusch war lauter, jeder Geruch durchdringender. Hope hatte das Gefühl, als hallte ihr Atem in ihren Ohren nach. Ein nervtötendes Rauschen. Sie versuchte nicht darüber nachzudenken, was sie jetzt tun würde. Sie zielte direkt auf die Brust des alten Mannes und drückte ab. Und nichts geschah. Der Kommissar brachte eine große Schachtel mit einem aufgebrochenen roten Siegel an seinen Tisch. Mit einem dumpfen Knall ließ er sie fallen und lehnte sich mit einem zarten Grinsen vor. Sie wissen, fragte er, wie sich Kinder zu Weihnachten fühlen, wenn sie auf all die eingepackten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum blicken. Sicher, aber was? Beweismaterial zu sammeln, hat was davon. Die Kinder glauben immer, das größte Päckchen wäre auch das Beste. Aber oft ist es nicht so. Das wertvollste Geschenk findet sich nicht selten in einer bescheideneren, weniger bunten Verpackung. Gewissermaßen passiert genau das bei uns. Der kleinste Fund könnte sich als der wertvollste erweisen, wenn es erst mal zum Prozess kommt. Deshalb muss man, wenn man an einen Tatort gelangt oder wenn man einen Durchsuchungsbefehl ausführt, jedes Detail berücksichtigen. Und bei diesem Fall? Der Kommissar grinste. Er zog eine Pistole heraus, die in einem ebenfalls rot versiegelten Plastikbeutel steckte. Er reichte mir die Waffe und ich betrachtete sie durch die transparente Hülle. Ich sah die Reste des Rußpulvers am Griff und am Lauf. »Seien Sie vorsichtig«, sagte er, »ich glaub zwar nicht, dass das blöde Ding geladen ist, aber der Ladestreifen steckt immerhin drin. Ich kann's also nicht ausschließen«, er lächelte. »Sie glauben nicht, wie viele Unfälle mit beinahe tödlichem Ausgang in der Asservatenkammer passieren, wenn die Leute mit Schusswaffen herumfuchteln, die vermeintlich nicht geladen sind.« Ich hielt die Waffe vorsichtig in der Hand. »Ziemlich mickrig«, der Kommissar nickte. »Miststück«, meinte er und schüttelte leicht den Kopf. »Billiger geht's nicht. Stammt von einer Firma in Ohio, die jedes Teil maschinell stanzt und dann zusammenschraubt, in Karton packt und an irgendeinen zwielichtigen Händler schickt. Ein gutes Waffengeschäft würde so ein Mist niemals führen, und ein richtiger Profi würde sie nicht benutzen. Funktioniert aber offenbar trotzdem. Halbwegs. Fünfundzwanziger Automatik, Kleinkaliber, Leichtgewicht. Professionelle Killer, und wir haben, wie sie sich denken können, nicht alle Tage welche von der Sorte. Mögen Waffenkaliber 22 und 25, weil man da leicht einen selbst gebastelten Schalldämpfer draufbekommt und sie, wenn man sie mit Magnumkugeln bestückt, saubere Arbeit leisten. So einen Schrott würden sie jedenfalls nie benutzen. Zu unzuverlässig. Nicht leicht zur Hand haben, sowohl die Sicherung als auch die Schussvorrichtung klemmen schon mal, und wenn sie nicht gerade aus nächster Nähe abgefeuert wird, ist sie auch nicht gerade präzise. Viel Durchschlagkraft darf man genauso wenig erwarten. Die kann kaum ein Pitbull oder Vergewaltiger von mittlerem Körperbau abhalten, es sei denn, man trifft ihn gleich beim ersten Schuss in die Pumpe oder eine andere tödliche Stelle. Als ich die Waffe hin und her wendete, schmunzelte er. Oder man feuert sie aus nächster Nähe ab, wie zum Beispiel bei der Liebe. Wieder grinste er. Aber ganz allgemein gesprochen ist es nicht klug, damit der Person, die man töten will, allzu nahe zu kommen. Ich nickte und der Kommissar plumpste wieder in seinen Sessel. Sehen Sie, man lernt nicht aus. Ich hielt die Pistole noch einmal hoch und gegen das Licht, als könnte sie mir etwas verraten. Trotzdem, fügte der Kommissar hinzu, egal wie schlecht die Waffe ist, hat sie hier offenbar ihre Schuldigkeit getan. Mehr oder weniger jedenfalls. Hope begriff augenblicklich, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Während ihr die wildesten Möglichkeiten im Kopf herumschwirrten, legte sie den Daumen an den Sicherungshebel und drückte ihn hinunter, um dafür zu sorgen, dass er schussbereit war. Mit der Linken fuchtelte sie an der Kammer, um eine Ladung einzulegen. Alles Dinge, die sie logischerweise hätte erledigen sollen, bevor sie das Haus betrat. Der Verschluss schnappte zurück und spannte die Waffe. Es war ein schrecklicher Gedanke, dass weder Sally noch sie auch nur daran gedacht hatten, zu überprüfen, ob die Waffe richtig geladen war. In dieser Sekunde wusste sie nicht, ob sie fliehen oder weitermachen sollte. O'Connells Vater, der sich gerade anschickte, die Hände hochzunehmen, stieß einen wütenden Schrei aus und stürzte sich quer durch den Raum auf Hope. Als sie die Waffe zum zweiten Mal schussbereit hatte, war er ihr bereits gefährlich nah. Als sie abdrückte, warf er sich auf sie. Sie spürte den Rückschlag der Waffe in ihrer Hand und hörte ein schnappendes Geräusch und einen dumpfen Schlag. Dann taumelte sie zurück, prallte gegen den Küchentisch, sodass er zu Boden krachte und leere Schnapsflaschen durch den Raum flogen, um an Wänden und Schränken zu zersplittern. Hope fiel zu Boden und bekam einen Moment keine Luft. O'Connells Vater, der furchterregende Urlaute von sich gab, polterte auf sie. Er krallte sich in ihre Gesichtsmaske und versuchte ihr, die Kehle zuzudrücken, während er wild um sich schlug. Ob ihr erster Schuss ihn getroffen hatte, konnte sie nicht sagen. Sie versuchte mit aller Macht, die Waffe zu heben und noch einen Schuss abzufeuern, doch da legte O'Connell seine Hand wie ein Schraubstock um ihre und versuchte, die Waffe wegzuschleudern. Hope holte mit dem Bein aus und stieß ihm das Knie in die Leiste, sodass er vor Schmerz stöhnte, ohne dass es seinen Angriff dämpfte. Er war stärker als sie, das wusste sie sofort, und er versuchte, die Pistole nach hinten zu biegen, sodass der Lauf auf ihre Brust und nicht auf seine zeigte. Gleichzeitig drosch er mit der freien Hand auf sie ein. Die meisten Schläge gingen daneben, doch es trafen sie immer noch genug, dass ihr der Schmerz wie rote Schleier hinter die Augen trat. Wieder rammte sie das Knie hoch, und diesmal warf die Wucht sie beide nach hinten, sodass noch mehr Gegenstände durch den Raum flogen. Ein Papierkorb fiel um, und der Kaffeesatz aus alten Filtertüten, vermischt mit Eierschalen, breitete sich über den Boden aus. Sie hörte noch mehr Glas zersplittern. O'Connell war ein erfahrener Kneipenschläger und wusste, dass die meisten Kämpfe durch die ersten Treffer entschieden wurden. Er war verwundet und fühlte, wie ihm der Schmerz durch den ganzen Körper schoss. Doch es gelang ihm einigermaßen, ihn zu ignorieren und mit aller Kraft zu kämpfen. Weit mehr als Hope spürte er tief in seinem Innern, dass dieser Kampf der wichtigste in seinem Leben war. Wenn er nicht gewann, würde er sterben. Er drückte auf die Waffe und versuchte, sie auf den Körper seines Angreifers zu richten. Dabei war ihm durchaus bewusst, dass er bei einem Kampf mit seiner betrunkenen Frau vor vielen Jahren dasselbe getan hatte. Hope hatte das Stadium der Panik bereits hinter sich gelassen. Noch nie im Leben hatte sie eine solche Muskelkraft wie diese gegen sich gehabt. Das Adrenalin dröhnte in ihren Ohren und sie schnappte nach Luft, um Kraft zu schöpfen und zu siegen. Mit einem gewaltigen Stoß schleuderte sie O'Connells Vater zur Seite, mit dem Ergebnis, dass sie beide gegen eine Theke stießen. Geschirr und Besteck flogen ihnen um die Ohren. Die Bewegung schien Wirkung zu zeigen. O'Connells Vater schrie auf vor Schmerz und Hope sah, wie sich an dem weißen Anstrich des Schranks ein roter Blutstreifen entlangzog. Ihr erster Schuss hatte Muskel- und Knochengewebe seiner Schulter zerfetzt und er kämpfte trotz der Schmerzen. Er packte die Waffe mit beiden Händen und Hope stieß ihm den freien Arm in den Leib, während sie seinen Kopf gegen den Schrank schlug. Sie sah seine gebleckten Zähne, das Wut- und Angststarrende Gesicht. Wieder holte sie mit dem Knie aus und wieder traf es seine Lenden. Sie drückte ihn zurück und versetzte ihm mit der freien Hand einen wuchtigen Schlag gegen das Kinn. Er taumelte unter dem Hieb, blieb aber dennoch auf ihr liegen. Immer wieder rammte sie ihm den linken Ellbogen in den Leib, während sie die Waffe in ihrem eisernen Griff behielt, und jeden ihrer Muskeln zwang dafür zu sorgen, dass sie nicht herumgedreht und auf sie selbst gerichtet wurde. In genau dieser Sekunde spürte sie, wie der Druck auf ihrer Waffenhand nachließ. Sie hoffte schon, dass sie kurz davor war zu siegen, doch im nächsten Moment schnappte sie nach Luft, als sie der Schock eines unbeschreiblichen Schmerzes durchfuhr. Sie verdrehte die Augen und verlor beinahe das Bewusstsein. Sie wusste, dass ihr gleich schwarz vor den Augen werden musste, und sie warf sich im letzten Moment herum. O'Connells Vater hatte aus dem Durcheinander rings um sie ein Küchenmesser gefischt. Während er mit einem Arm ihre Waffenhand hielt, hatte er Haupt das Messer auf der Suche nach ihrem Herz tief in die Seite gestoßen. Er legte seine ganze Kraft hinein. Hope fühlte, wie ihr die Spitze der Klinge ins Fleisch drang. Sie hatte nur einen Gedanken. Jetzt ist es soweit. Auf Leben und Tod. Sie griff mit der Linken auf die andere Seite und nahm die Pistole. Blitzschnell hielt sie die Waffe O'Connell ins Schmerz- und Wutverzerrte Gesicht. Im selben Moment, als die Messerklinge ihr mitten in die Seele zu dringen schien, stieß sie ihm den Lauf und das Kinn und drückte ab. Scott hätte gerne einen Blick auf das Leuchtzifferblatt seiner Uhr geworfen, wagte jedoch nicht, den Blick vom Carport und dem Nebeneingang zu O'Connells Haus zu wenden. Im Flüsterton zählte er die Sekunden, seit Hope's dunkle Gestalt hineingegangen war. Es dauerte viel zu lange. Er trat ein Stück aus seinem Versteck, wich aber unschlüssig wieder zurück. Sein Herzschlag raste. Ein Teil von ihm schrie, daß alles schiefgegangen, daß alles verloren war, daß er hier und in diesem Moment bloß weg musste, bevor er noch unaufhaltsamer in den verhängnisvollen Strudel der Ereignisse geriet. Die Angst drohte ihn wie eine heftige Meeresströmung in die Tiefe zu ziehen. Er bekam eine trockene Kehle. Er hatte raue Lippen. Die Nacht schien ihm den Hals zuzuschnüren, und er griff sich an den Kragen seines Sweatshirts. Er befahl sich zu gehen, zu verschwinden, egal was geschehen war. Doch er tat es nicht. Stattdessen war er wie versteinert. Er spähte in die Dunkelheit. Er spitzte die Ohren. Er spähte angestrengt nach rechts, dann nach links und sah keinen Menschen. Es gibt Augenblicke im Leben, in denen man weiß, daß man irgendetwas unternehmen muss, auch wenn eine Möglichkeit gefährlicher wirkte als die andere und jede Wahl verzweifelt schien. Was auch immer dort drüben passierte, Scott wusste, daß letztlich, und sei es auch nur indirekt, Ashleys Leben davon abhing, was er in den nächsten Sekunden tat. Vielleicht ihrer aller Leben. Und obwohl er das unwiderstehliche Bedürfnis hatte, der wachsenden Panik nachzugeben, holte Scott tief Luft, verbannte alle Gedanken, Überlegungen und Möglichkeiten aus seinem Kopf und rannte los. Hope wollte schreien, öffnete den Mund vor Entsetzen, doch statt eines schrillen Lauts kam nur ein krächzendes, gedämpftes Geräusch ihres schweren Atems. Ihr zweiter Schuss hatte O'Connells Vater direkt unter dem Kinn getroffen, war durch den Mund nach oben gedrungen, hatte ihm die Zähne zerschmettert, die Zunge und den Gaumen zerfetzt und war tief in seinem Gehirn stecken geblieben, so daß er fast augenblicklich tot war. Die Wucht des Schusses hatte ihn zurückgeworfen und beinahe hochgehoben, doch dann war er wieder auf sie gestürzt, so daß sie unter dem Gewicht seiner Brust zu ersticken drohte. Seine Hand lag immer noch am Messerschaft, doch die Kraft, die es ihr in den Körper stieß, war gewichen. Der plötzlich aufweinende Schmerz schickte Feuerströme in die ihre, in die Lunge und ins Herz sowie dunkle Schleier der Agonie in ihren Kopf. Sie fühlte sich plötzlich erschöpft, und eine Stimme drängte sie, die Augen zu schließen und so, wie sie dort lag, einfach einzuschlafen. Doch zugleich meldete sich eine eiserne Willenskraft. Sie nahm alle Kraft zusammen und versuchte, das Gewicht des Toten wegzuwälzen. Beim ersten Mal reichte es nicht. Sie stimmte sich ein zweites Mal dagegen und erschien sich zentimeterweise zu bewegen. Sie unternahm einen dritten Versuch. Es war, als müsste sie einen Felsbrocken aus der Erde wälzen. Sie hörte, wie die Tür aufging, sah aber nicht, wer es war. Wieder kämpfte sie gegen die Bewusstlosigkeit an und schnappte nach Luft. »Oh, mein Gott!« Die Stimme klang vertraut. Hope stöhnte. Ganz plötzlich und wundersamerweise verschwand das Gewicht, das sie niedergedrückt hatte, so als tauchte sie unter einer Meereswoge auf. Die Gestalt, die einmal O'Connells Vater gewesen war, sackte auf den Linoleumboden neben ihr. »Hope, mein Gott!« hörte sie jemanden flüstern, und sie zwang sich, den Kopf in die Richtung zu drehen. »Hallo, Scott!« Trotz der Schmerzen brachte sie ein schwaches Lächeln zustande. »Ich hatte Probleme.« »Das kann man wohl sagen. Wir müssen dich hier rausschaffen.« Sie nickte und versuchte, sich aufzusetzen. Das Messer steckte immer noch in ihrer Seite. Scott wollte danach greifen, doch sie schüttelte den Kopf. »Rüh das nicht an!« sagte sie entschieden. Er nickte. »In Ordnung.« Halb hob er sie hoch, halb rappelte Hope sich auf. Die Bewegung verstärkte ihr Schwindelgefühl, doch sie konnte es überwinden. Sie biss die Zähne zusammen und stieg, auf Scott gestützt, über die Leiche von O'Connells Vater. »Ich brauche Hilfe.« Sie legte einen Arm um seine Schulter und er ging langsam mit ihr Richtung Tür. »Die Pistole!« flüsterte sie. »Die Pistole, die muss mit!« Scott sah sich um und entdeckte die Waffe auf dem Boden. Er hob sie auf und holte auch Hobes Rucksack. Er ließ die Waffe wieder in den Plastikbeutel fallen, machte ihn zu und warf sich den Beutel über die freie Schulter. »Gehen wir!« sagte er. Sie stolperten durch die Tür und Scott half Hope in den Schatten des Carports. Dort setzte er sie mit dem Rücken an die Wand. »Ich muss überlegen.« Sie nickte und sog die kalte Luft ein. Es half ihr, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Der Gedanke, wie knapp sie dem Tod entronnen war, gab ihr Kraft. Sie rappelte sich ein wenig hoch. »Ich kann laufen.« Scott schwankte irgendwo zwischen Entsetzen, Panik und Entschlossenheit. Er wusste, dass er klar und effizient denken musste. Er nahm Hope die Maske ab und begriff plötzlich, wieso sich Sally in sie verliebt hatte. Es war, als hätte sich der Schmerz dessen, was sie getan hatte, ihrem Gesicht in kühnen Zügen eingeprägt. In dieser Sekunde wurde ihm klar, dass sie es ebenso für ihn wie für Sally und Ashley getan hatte. »Ich muss geblutet haben. Auf dem Boden. Wenn die Polizei...« Scott nickte. Er dachte angestrengt nach. Dann wusste er, was er zu tun hatte. »Warte hier. Geht das?« »Ja. Es ist nicht so schlimm«, sagte Hope, auch wenn es offensichtlich nicht stimmte. »Ich bin angeschlagen, nicht richtig verletzt«, fügte sie im altbekannten Sportlerjargon hinzu. »Wenn man nur angeschlagen ist, kann man noch spielen. Wenn man verletzt ist, nicht.« »Bin gleich wieder da.« Scott huschte gebückt um die Ecke des Carports und ging in die Hocke, um sich so gut es ging zu verstecken, während er das Durcheinander aus Maschinenteilen, verstreuten Werkzeugen, leeren Farbdosen und stapelweise Dachschindeln inspizierte. Er wusste, dass irgendwo in seiner Reichweite das sein musste, was er brauchte. Die Frage war nur, ob er es in dem schwachen Licht entdecken würde. »Hab Glück«, flüsterte er. Dann sah er, was er suchte. Es war ein roter Plastikkanister. »Bitte«, sagte er, »sei nicht leer.« Er nahm den Kanister, schüttelte ihn und fühlte, wie im unteren Drittel eine Flüssigkeit schwappte. Er schraubte den Deckel ab und hatte den unverwechselbaren Geruch von altem Benzin in der Nase. Scott beugte sich vor und lief schnellstmöglich aus dem Schatten des Carports ins Licht und zur Tür hinein. Ein Moment lang war er kurz davor, sich zu übergeben und musste gegen den Brechreiz ankämpfen. Bei seinem ersten Betreten des Hauses hatte er nur Augen für Hope gehabt und sich darauf konzentriert, sie aus ihrer verzweifelten Lage zu befreien. Diesmal war er mit der Leiche von O'Connells Vater allein, und zum ersten Mal schaute er hin und sah das ganze Blut und das fratzenhaft entstellte Gesicht des Mannes. Er keuchte und mahnte sich zur Ruhe, was fruchtlos war. Er fühlte sein Herz bis zum Hals schlagen, und alles um ihn her schien plötzlich erleuchtet. Das Chaos nach dem Kampf und das Blut schienen zu glänzen, als sei es in grellen Farben gemalt. Er dachte, dass bei einem gewaltsamen Tod alles heller, nicht dunkler aussieht. Scott kämpfte um jeden Atemzug, während er unsicher weiterging. Er sah sich die Stelle, an der er sie unter O'Connells Vater gefunden hatte und wo ihr Blut sein musste, an. Tatsächlich entdeckte er einige rote Spritzer auf dem Boden. Er goss etwas von dem Benzin auf die Stelle. Dann kippte er den Rest über Hemd und Hose des Vaters. Er sah sich um und entdeckte ein Geschirrtuch und tunkte es in die Mischung aus Blut und Benzin auf der Brust des Mannes. Das steckte er sich in die Tasche. Wieder wurde ihm schlecht, und er wollte sich irgendwo festhalten, zögerte aber im letzten Moment. Mit jeder Sekunde, die er hier drinnen am Tatort war, dachte er, wuchs die Wahrscheinlichkeit, verräterische Zeichen zu hinterlassen. Er stand auf, warf den Kanister in die Pfütze Benzin und trat an den Herd. Neben der Brennstelle lagen Streichhölzer auf der Arbeitsplatte. Er ging nahe an die Tür, zündete die ganze Schachtel an und warf sie auf die Brust der Leiche. Das Benzin explodierte und loderte zu einer hohen Flamme auf. Einen Moment lang blieb Scott wiegelähmt stehen und sah zu, wie sich das Feuer ausbreitete. Dann machte er kehrt und lief gebückt in die Nacht hinaus. Hope saß immer noch an den Carport gelehnt. Sie hatte die Hand mit dem Lederhandschuh am Griff des Messers, das ihr immer noch in der Seite steckte. »Du musst es irgendwie schaffen, hier wegzukommen«, sagte er. »Ich kann gehen«, ihre Stimme klang krächzend. Sie hielten sich im Schatten, bis sie die Straße erreichten. Scott schlang seinen Arm um Hope, sodass sie sich bei ihm anlehnen konnte, und so dirigierte Hope sie zu ihrem Wagen. Keiner von beiden sah sich nach O'Connells Haus um. Scott betete, dass das Feuer, das er gelegt hatte, ein paar Minuten brauchte, bis es richtig um sich griff und von einem der benachbarten Häuser aus zu sehen war. »Geht's?« flüsterte er. »Ich schaff das schon«, antwortete Hope auf ihn gestützt. Die nächtlich klare Luft half ihr dabei, ihre Gedanken zu ordnen. Sie nahm all ihre Willenskraft zusammen, um sich von den Schmerzen nicht überwältigen zu lassen, auch wenn sie bei jedem Schritt ein brennender elektrischer Schlag durchzuckte. Zuversicht und Kraft wechselten mit Erschöpfung und Verzweiflung. Sie wußte, dass diese Nacht nicht so zu Ende gehen würde, wie von Sally geplant. Das Blut, das ihr deutlich spürbar aus der Wunde sickerte, machte ihr das unmissverständlich klar. »Halte durch«, redete Scott ihr gut zu. »Ein ganz normales Paar, das noch einen flotten nächtlichen Spaziergang macht«, scherzte Hope trotz der Schmerzen. »An der Ecke links, dann müsstest du den Wagen schon ein Stück die Straße runtersehen.« Jeder Schritt schien langsamer zu werden. Scott wußte nicht, was er tun würde, falls ein Wagen vorbeifuhr oder jemand herauskam und sie so sah. In der Ferne hörte er Hunde bellen. Als sie wie ein Paar, das beim Essen zu tief ins Glas geschaut hatte, um die Ecke wankten, entdeckte er ihren Wagen. Die Party in dem nahegelegenen Haus hatte einen höheren Geräuschpegel erreicht. Hope brachte es fertig, sich gerade aufzurichten. Dabei fühlte sie sich, als müsse sie jeden Muskel in ihrem Körper anspannen und jedes Quäntchen Kraft aufbieten. »Setz mich hinters Lenkrad«, sie versuchte ihrer Stimme so viel Autorität zu verleihen, dass es keine Diskussionen geben würde. »Du kannst nicht fahren, du brauchst einen Arzt und ein Krankenhaus. Das weiß ich, aber nicht hier, nicht irgendwo in der Nähe.« Hope rechnete und versuchte, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn die Schmerzen es ihr nicht leicht machten. »Die verdammten Nummernschilder«, erinnerte sie sich, »die müssen doch unbedingt ausgetauscht werden. Tu das!« Scott war verwirrt. Er sah nicht ein, wieso das dringender sein sollte, als die Blutung aus ihrer Wunde zu stillen und sie so schnell wie möglich in eine Notaufnahme zu bringen. »Hör mal«, protestierte er, »tu's einfach!« Er folgte ihrer Bitte und half ihr auf den Fahrersitz. Er griff nach der Schultertasche mit den Nummernschildern, warf einen prüfenden Blick zu dem Haus, in dem die Party im Gange war, kauerte sich jeweils vor und hinter den Leihwagen und schraubte die ursprünglichen Schilder mit Kennzeichen von Massachusetts an. Dann nahm er die anderen und steckte sie zu der Pistole in den Rucksack. Als letztes stopfte er das Benzin- und blutgetränkte Geschirrtuch in den Plastikbeutel mit der Waffe. Er kehrte zum Fahrersitz zurück. Hope hatte den Zündschlüssel eingesteckt und er sah, wie sie vor Schmerzen das Gesicht verzerrte, als sie sich das Isolierband von den Fuß- und Gelenken riss, sowie die zwei Paar Handschuhe auszog, um sie zusammen mit ihrer Mütze Scott zu übergeben. Er musste hilflos zusehen, wie sie sich die Messerklinge aus der Wunde zog. »Gott«, keuchte sie. Ihr Kopf schlug an die Rückenlehne und sie verlor beinahe das Bewusstsein. Doch so plötzlich sie die Woge überkam, wurde sie von der Nächsten abgelöst. Der Schmerz hielt sie wach. Sie schnappte nach Luft. »Ich muss dich unbedingt in ein Krankenhaus bringen. Das schaffe ich selbst. Für dich gibt es zu viel zu tun.« Sie deutete auf das Messer. »Das behalte ich.« Sie ließ es auf den Boden des Wagens fallen und schob es mit dem Fuß in eine Ecke, wo sie es nicht sehen musste. »Ich kann das für dich loswerden«, erbot sich Scott. Es fiel Hope schwer, logisch zu denken, doch sie schüttelte den Kopf. »Sieh zu, dass du die Sachen da loswirst und die Nummernschilder irgendwo entsorgst, wo man sie nicht mit diesem Wagen in Verbindung bringen kann.« Sie setzte alles daran, nichts zu vergessen und nicht den Überblick zu verlieren, doch die Schmerzen ließen eine besonnene Planung kaum zu. Sie wünschte sich, Sally wäre da. Sally würde alle Aspekte, sämtliche Details im Auge behalten. Darin war sie wirklich gut, dachte Hope. Stattdessen sah sie Scott an und versuchte ihn irgendwie als einen Teil von Sally zu betrachten, was er ja auch einmal gewesen war. »Also«, sagte sie, »ab jetzt halten wir uns wieder an den Plan. Ich bin in der Lage zu fahren. Du tust, was als nächstes auf deiner Liste steht.« Sie deutete auf den Rucksack mit der Waffe. »Ich kann dich nicht allein lassen. Das würde mir Sally nie verzeihen. Wenn du es nicht machst, wird sie dazu keine Gelegenheit mehr haben. Wir sind weit hinter den Zeitplan zurückgefallen. Deine nächsten Aufgaben sind entscheidend.« »Bist du sicher?« »Ja«, antwortete Hope, auch wenn sie wusste, dass es gelogen war. »Woher sollte sie die Sicherheit nehmen?« »Geh!« »Nun geh schon!« »Was soll ich Sally sagen?« Hope überlegte. Ihr schwirrte ein Dutzend Gedanken durch den Kopf, doch sie entgegnete nur. »Sag ihr einfach, ich komm schon klar. Ich melde mich später bei ihr.« »Ganz bestimmt.« Er betrachtete die Stelle in ihrer Seite, wo das Messer gesteckt hatte. Er sah deutlich, wo der schwarze Mechaniker-Overall-Blut getränkt war. »Es ist nicht halb so schlimm, wie es aussieht,« log Hope noch einmal. »Jetzt geh endlich, bevor es zu spät ist!« Der Gedanke, dass sie nach allem, was sie getan hatte, am Ende doch noch scheitern könnten, erdrückte sie fast. Sie wedelte mit der Hand und sagte noch einmal, »Geh!« »In Ordnung«, gab er nach, richtete sich auf und trat zurück. »Ach, Scott!« »Ja?« »Danke, dass du mir zur Hilfe gekommen bist«, er nickte. »Den schwierigen Teil hast du erledigt.« Damit schlug er die Fahrradtür zu und sah zu, wie sich Hope zum Lenkrad herunterbeugte und den Motor anwarf. Er blieb stehen und sah zu, wie sie losfuhr. Er blickte ihr so lange hinterher, bis die Rücklichter in der tintenschwarzen Nacht verschwunden waren. Erst jetzt schwang er sich den Rucksack auf den Rücken und machte sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Er war spät dran, so viel war klar. Und das konnte sich als verhängnisvoll erweisen, doch er musste mit dem Blatt spielen, das Sally ausgeteilt hatte. Er war sich nicht sicher, wozu Hope die übrige Nacht noch fähig sein würde. Fest stand nur, dass sie am meisten Glück nötig hatte. Im selben Moment wurde ihm bewusst, dass das vielleicht nicht ganz stimmte, denn sie konnten nur hoffen, dass ihnen auch an anderer Stelle das Schicksal in dieser Nacht gewogen war. Sie stand mit dem Wagen am Rande eines Parkplatzes, der zu einem Einkaufszentrum gehörte, und wartete auf Scott. Sie starrte auf ihre Armband, dann auf die Stoppuhr, nahm das Handy und wollte schon anrufen, überlegte es sich aber anders. Sie war etwa eine Dreiviertelstunde von Boston entfernt, nicht weit vom Highway. Sie hatte diese Stelle nach ähnlichen Kriterien ausgesucht wie den Platz, auf dem sie Hope die Waffe übergeben hatte, nur dass Scott von hier aus schnell auf dem Weg ins westliche Massachusetts war. Sie lehnte sich an die Kopfstütze und schloss die Augen. Sie blockte jeden Gedanken an die möglichen Katastrophen ab, die sich in dieser Nacht ereignet haben könnten. In der Kunst des Tötens waren sie Amateure. Auch wenn jeder von ihnen übereinschlägige Kenntnisse verfügte, die ihnen die Planung und Durchführung dieses Mordes als machbar erscheinen ließen, so waren sie, wenn es an die praktische Umsetzung ging, buchstäblich blutiger Anfänger. Irgendwie hatte sie, als das Komplott in ihrem Kopf Gestalt annahm, geglaubt, ihre Unerfahrenheit sei ihr stärkster Trumpf. Könner würden nie so vorgehen. Der Plan war zu ungestüm, zu wenig vorhersehbar und hing viel zu sehr davon ab, dass jeder einzelne von ihnen gewisse Aufgaben effizient erledigte. Hierin lag aber auch die Stärke ihres Plans. Gebildete Menschen machten so etwas einfach nicht. Drogenabhängige oder gewalttätige Menschen arbeiteten sich allmählich die kriminelle Karriereleiter bis zum Kapitalverbrechen hoch. Das war logisch. Sie kniff die Augen zu. Vielleicht war es von Anfang an eine Illusion gewesen, dass sie auf der Bühne von Mördern erfolgreich agieren konnten. Augenblicklich hatte sie Hope und Scott in Handschellen und von Polizisten umringt vor Augen. O'Connells Vater würde eine Zeugenaussage machen, und sie wäre als nächstes dran, sobald entweder Scott oder Hope im Verhör einknickten. Und Ashley würde, selbst wenn sie Catherine an ihrer Seite hatte, künftig Michael O'Connell schutzlos ausgeliefert sein. Sie öffnete die Augen und warf einen prüfenden Blick über den grünlich erleuchteten Parkplatz. Von Scott weit und breit nichts zu sehen. Hope müsste auf dem Heimweg sein. Michael O'Connell musste irgendwo auf der Straße liegen geblieben sein und entweder versuchen, selbst den Reifen zu wechseln oder einen Abschleppwagen rufen. Er musste wütend sein, fluchen und sich fragen, was hier zum Teufel gespielt wurde. Womit er am wenigsten rechnen konnte, war der Umstand, dass er in einem Drama eine Hauptrolle spielte. Sally lächelte bei dem Gedanken, dass höchstwahrscheinlich er sich am genauesten an Skript halten würde, ohne eine Zeile auszulassen oder einen falschen Schritt zu unternehmen, und das alles ohne seinen Part auch nur zu ahnen. Es ging ihm an den Kragen, ohne dass er merkte, wie er in diesem Moment aus Ashleys Leben verdrängt wurde. Sie ballte die Faust. »Wir haben dich, du Bastard!« Sie atmete langsam aus. »Vielleicht...« Scott musste jeden Moment eintreffen. Frustriert und in Panik trommelte sie mit den Fingern auf dem Lenkrad. »Wo zum Teufel bleibst du nur?« flüsterte sie inbrünstig und suchte erneut ihre Umgebung ab. »Komm schon, Scott! Lass dich endlich blicken!« Wieder griff sie nach dem Handy und legte es zurück. »Warten«, begriff sie, war das Zweitschwierigste. Am schwersten war es, jemandem zu trauen, von dem sie einmal geglaubt hatte, dass sie ihn liebte, den sie dann im Stich gelassen und betrogen hatte, bevor sie sich von ihm scheiden ließ. Einzig Ashley war es zu verdanken, dass zwischen ihr und ihrem Ex-Mann noch so etwas wie ein zivilisierter Umgang herrschte. Vermutlich würde es reichen, um diese Nacht irgendwie hinter sich zu bringen. Dann wanderten ihre Gedanken zu Hope. Sie schüttelte den Kopf und merkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie wusste, dass sie ihr vollkommen vertrauen konnte, auch wenn sie selbst in den letzten Monaten herzlich wenig zu diesem Verhältnis beigetragen hatte. Sie hatte das Gefühl, ganz und gar in der Luft zu hängen. »Komm schon«, murmelte sie wieder, als könnte sie mit ihren Worten Scott heraufbeschwören. In der hintersten Ecke des Parkplatzes, auf dem Scott seinen Pick-up gelassen hatte, befand sich ein großer grüner Müllcontainer. Zu seiner großen Erleichterung war er nicht nur mit prallen Müllsäcken, sondern auch mit Flaschen und Dosen fast vollständig gefüllt. Er griff nach einem Beutel, der halb leer zu sein schien, machte ihn auf und steckte die gestohlenen Nummernschilder sowie die Isolierbandreste und die Handschuhe hinein. Dann band er ihn sorgfältig wieder zu und legte den Beutel mitten auf die anderen Abfallsäcke. Er vermutete, dass der Container bald geleert werden würde, wahrscheinlich schon am nächsten Tag. Er eilte zu seinem Pick-up zurück und wartete, bis keine anderen Wagen losfuhren, bevor er den Motor startete. Nachdem er den Rucksack auf dem Boden abgestellt hatte, wechselte Scott zu Anzug und Krawatte. Er wusste, dass Eile geboten war, doch ebenso klar war ihm auch, dass er keine Aufmerksamkeit auf sich lenken durfte. Er wünschte sich, er hätte aufs Gas drücken können, doch stattdessen hielt er sich peinlich genau an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Selbst auf der Autobahn blieb er auf dem Weg zu Sally auf der mittleren Spur. Er wusste nicht, was er ihr sagen sollte, wenn er ihr unter die Augen trat. Es schien unmöglich für das, was in dieser Nacht vorgefallen war, die richtigen Worte zu finden. Sagte er nichts, würde sie ihn hassen. Sagte er ihr alles, wäre sie in Panik und würde ihn hassen. Sie würde sofort Hope zu Hilfe eilen, statt die Liste abzuarbeiten. Damit konnte alles nur noch schlimmer werden. Er fuhr durch die Nacht und wusste, dass er lügen würde. Vielleicht nicht allzu sehr, aber immerhin. Es machte ihn wütend und traurig zugleich, vor allem aber gab es ihm das Gefühl zu versagen und zutiefst unaufrichtig zu sein. Als er von der Ausfahrt auf den Parkplatz einbog, entdeckte er Sally sofort, und im nächsten Moment fuhr er in die Lücke neben ihr. Scott schnappte sich den Rucksack mit der Pistole sowie dem Benzin- und Blutgetränken Geschirrtuch und stieg aus. Sally blieb hinter dem Lenkrad sitzen, warf jedoch schon mal den Motor an. Du kommst spät, stellte sie fest. Ich weiß nicht, ob mir genug Zeit bleibt. Ist es nach Plan verlaufen? Nicht ganz, antwortete Scott. Es war nicht so einfach, wie wir dachten. Was soll das heißen? fragte Sally in ihrem barschen Anwaltston. Es hat einen kleinen Kampf gegeben. Hope hat gesiegt, sie hat getan, was sie übernommen hatte. Er zögerte. Aber sie hat sich bei dem Handgemenge wohl leicht verletzt. Sie ist jetzt auf dem Weg nach Hause, und ich hatte Angst, dass etwas zurückbleiben könnte, was sie verraten könnte, und so habe ich ein Feuer gelegt. Mein Gott, rief Sally, das stand nicht im Plan. Ich habe mir nur wegen des Tatorts Gedanken gemacht, das weißt du. Ich dachte, auf diese Weise könnten wir am wirkungsvollsten verhindern, dass irgendein Cop sich denken kann, was stattgefunden hat. Hast du das nicht immer betont? Sally nickte. Ja, ja, schon gut. Ist wahrscheinlich kein Problem. Im Rucksack findest du neben dem anderen Gegenstand auch noch ein Geschirrtuch. Etwas von dem Medizin kommt auf diese Weise an den Lauf. Werdes hinterher irgendwo los. Sally nickte wieder. Das war clever. Aber, Hope, was hast du noch wegen Hope gesagt? Scott fragte sich, ob ihm die Lüge ins Gesicht geschrieben stand. Sie dürfte jetzt wieder in der Zeit liegen. Tu, was du tun musst, und ruf sie später an. Was genau ist mit Hope passiert? hakte Sally in scharfem Ton nach. Du musst endlich los, du musst nach Boston. Die Zeit drängt. Wir haben keine Ahnung, was O'Connell macht. Was ist mit Hope passiert? Wiederholte Sally, mühsam beherrscht. Wie gesagt, es hat einen Kampf gegeben. Sie hat einen Messerstich abbekommen. Als wir uns getrennt haben, hat sie dir ausrichten lassen, sie kommt schon klar. Verstehst du? Genau das hat sie gesagt. Sag Sally, ich komme schon klar. Du musst die Sache heute Nacht zu Ende bringen. Hope hat ihren Teil getan. Ich meinen. Jetzt bist du dran. Nur noch das, und dann... Er sprach den Satz nicht zu Ende. Sally schwieg einen Moment. Ein Messerstich abbekommen? Was soll das heißen? Sag mir die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, erwidert es Gott steif. Sie hat einen Stich abbekommen, das ist alles, und jetzt fahr. Sally fielen in diesem Moment hundert verschiedene Antworten ein, die sie ihrem Ex-Mann hätte geben können. Doch sie schwieg. So wütend sie war, sie wusste doch, dass sie vor Jahren ihn belogen hatte, so wie er jetzt sie. Und sie konnte absolut nichts daran ändern. Sie nickte, weil sie ihrer Stimme nicht mehr traute, nahm den Rucksack und fuhr in die Nacht. Wieder blieb Scott zurück und starrte auf die Rücklichter, die in der Dunkelheit verschwanden. Wie gesagt, fuhr der Kommissar fort, während er auf die Tatortfotos wies. Die Flammen haben tatsächlich alles verdorben. Noch schlimmer als das Feuer ist das verdammte Wasser, das die Feuerwehr drüber gießt. Natürlich kann man sie nicht daran hindern, bemerkte er mit einem trockenen Lachen. Wir konnten von Glück sagen, dass nicht das ganze Haus in Flammen aufgegangen ist. Der Brand blieb mehr oder weniger auf die Küche beschränkt. Sehen Sie die Rückwand da? Völlig verkohlt? Der Brandexperte sagt, dass derjenige, der ihn gelegt hat, keine Ahnung davon hatte, so dass der Brand sich nicht über den ganzen Raum ausgebreitet, sondern die Wand hoch in die Decke gefressen hat. Und so hat es der Nachbar gegenüber bemerkt. Alles in allem können wir uns also glücklich schätzen, dass wir uns am Ende ein Bild machen konnten. Hatten Sie bis dahin schon viele Morde aufzuklären? fragte ich. Hier? Wir sind hier nicht in Boston oder New York. Wir sind ein recht kleines Dezernat, aber das Institut für Forensik ist ziemlich gut und bei der Gerichtsmedizin arbeiten auch nicht lauter Trottel. Deshalb kriegen wir einen Mord, wenn es denn schon mal dazu kommt, ganz gut in den Griff. Die meisten Morde, die wir zu Gesicht bekommen, sind häusliche Streitigkeiten, die außer Kontrolle geraten. Oder auch schiefgegangene Drogendeals. Meistens steht der Böse noch dumm rum oder sein Kumpel, der uns sagen kann, nach wem wir zu suchen haben. Das war hier anders, oder? Können Sie laut sagen. Es gab Fragen, bei denen wir uns erst mal am Kopf gekratzt haben. Und es gab eine ganze Menge Leute, die keine Träne vergossen haben, als sie hörten, der alte O'Connell hätte ins Gras gebissen. Er war ein mieser Ehemann, ein mieser Vater, ein mieser Nachbar und verlogen bis auf die Knochen. Wissen Sie, wenn der einen Hund gehabt hätte, dann hätte er das Biest verhungern lassen und aus Prinzip zweimal am Tag verprügelt. Verstehen Sie? Na jedenfalls war im Haus und am Tatort noch genug übrig, um den Täter auf die Spur zu kommen. Ich nickte. Und was genau? Läuft auf zweierlei hinaus. Ich meine, sie haben ein Feuer und eine teilweise verkohlte Leiche. Und so dämlich, wie wir nun mal sind, dachten wir anfänglich, der alte O'Connell hätte sich besoffen und es irgendwie geschafft, sich mitsamt seiner Bude in Brand zu setzen. Sie wissen schon, verliert mit einer Zigarette im Mund und einer Pulle Schnaps in der Hand das Bewusstsein. Natürlich hätte er dafür eigentlich im Wohnzimmer an einem Sessel sitzen oder im Schlafzimmer im Bett liegen müssen, statt auf dem Küchenboden. Aber als der Gerichtsmediziner die Leiche auf dem Tisch hat und ein paar verkohlte Fleischreste wegschält, entdeckte die Schusswunde und eine Kugel Kaliber 25 in seinem Hirn, dann auch noch eine in der Schulter. Naja, da sahen die Dinge auf einmal ein bisschen anders aus. Also schauen wir uns die triefende Schweinerei nochmal an und suchen nach irgendwelchen Anhaltspunkten. Aber inzwischen hat der Dog unter den Fingernägeln des Alten auch noch Hautpartikel gefunden. Also haben wir eine ganz gute DNA. Und siehe da, das Chaos im Haus sieht ganz danach aus, als hätte ein Kampf stattgefunden, der für den alten Gauner nicht so gut gelaufen ist. Und als wir dabei sind, den Tatort zu filzen, erinnert sich plötzlich einer der Nachbarn, dass er gesehen hat, wie nicht allzu lange, bevor der Rauch aufsteigt, ein Wagen mit einem Kennzeichen von Massachusetts mit quietschenden Reifen rausfährt. Das und die DNA-Analyse haben uns ein Durchsuchungsbefehl eingebracht. Und raten Sie mal, was wir da finden. Er lächelte und schnaubte amüsiert. Die Befriedigung eines Polizisten über die Erfahrung, dass die Dinge ab und zu so laufen, wie sie sollen. Ich war mir nicht so sicher, ob ich zum gleichen Schluss gelangt wäre. Hope fuhr Richtung Norden durch die Mautstation an der Grenze nach Maine. Sie wollte zu einer Stelle in der Nähe der Küste, die sie aus einem Urlaub vor vielen Jahren in Erinnerung hatte, nicht lange, nachdem sie und Sally sich ineinander verliebt hatten. Sie hatten die kleine Ashley mit auf ihre erste gemeinsame Reise genommen. Es war eine wilde Landschaft. Ein Park mit üppig wachsenden dunklen Bäumen und dichtem Unterholz reichte direkt bis ans Wasser. Und die Atlantikbrecher schlugen an die felsige Steilküste, so dass die salzige Gischt in die Höhe spritzte. Wenn im Sommer die Seehunde an der Küste spielten und ein Dutzend verschiedene Möwenarten in den auflandigen Briesen kreischten, war es ein zauberhafter Ort. Jetzt war er wahrscheinlich einsam und verlassen, und der einzige Platz, der ihr einfiel, an dem sie in Ruhe überlegen konnte, wie genau es jetzt weitergehen sollte. Sie drückte den Arm gegen die Wunde in ihrer Seite. Das half die Blutung ein wenig zu stillen, während die Verletzung selbst in einen konstanten, pochenden Schmerz übergegangen war. Mehr als einmal glaubte sie, kurz vor einer Ohnmacht zu sein, doch dann hatte sie mit zusammengebissenen Zähnen immer wieder letzte Kraftreserven mobilisiert und traute sich zu, es bis ans Ziel zu schaffen. Sie versuchte zu raten, was innerlich mit ihr passiert war. Sie fühlte sich die verschiedenen Organe vor Augen, Magen, Milz, Leber, Darm, und versuchte gleichsam wie bei einem Quiz zu raten, welche die Klinge aufgeschlitzt oder eingeschnitten hatte. Die ländliche Gegend wirkte noch dunkler als der nächtliche Himmel. Fichten standen in größeren Gruppen wie Zeugen an der Straße aufgereiht, um den Gang der Dinge zu verfolgen. Als sie von der Mautstraße abbog, keuchte sie auf, weil ihr beim Drehen des Lenkrads an der Abfahrt und über ein Netz kleiner Nebenstraßen ein spitzer Schmerz in die Eingeweide stach. Sie versuchte gleichmäßig und behutsam die frische Nachtluft ein- und auszuatmen. Sie gab sich der Fantasie hin, sie sei tatsächlich auf dem Weg zu dem Haus, in dem sie aufgewachsen war. Sie erinnerte sich an ihre Mutter in früheren Jahren, wie sie sich die Haare hochgesteckt im Garten mit den Blumen abmühte, während ihr Vater neben dem Haus auf dem Spielfeld, das er für sie angelegt hatte, versuchte, einen Fußball in der Luft zu jonglieren. Sie hörte, wie er rief, sie solle ihre Fußballschuhe anziehen und herauskommen, um mit ihm zu spielen. Seine Stimme klang kräftig und nicht so dünn wie später im Krankenhaus. »Ich komme«, dachte sie. Kleine, braune Wegweiser gaben ihr alle paar Kilometer die Richtung zum Park an, und mittlerweile roch sie schon ein wenig Salz in der Luft. Sie erinnerte sich an einen versteckten Parkplatz, der in einer Novembernacht zweifellos leer sein würde. Ein sehr schmaler, mit einer dicken Nadelschicht weich gepolsterter Pfad führte durch Bäume und Gebüsch hindurch an einem Picknickplatz vorbei und danach noch einmal ein bis anderthalb Kilometer bis zum Meer. Sie schaute nach oben und sah, dass Vollmond war. Sie wusste, dass sie vielleicht auf sein spärliches Licht angewiesen war. Er war gelb umrandet, und sie nahm an, dass Schnee und Eis nicht mehr lange auf sich warten lassen würden. Sie bezweifelte, dass in dieser Nacht noch irgendjemand anders hierher kommen würde. Sie hätte nicht gewusst, was sie hätte sagen sollen. Sie hätte nicht mehr die Kraft gehabt, selbst auf die wohlmeinendsten Fragen eines Polizisten oder Parkwächters zu lügen. Hope sah noch ein Schild, ein großes weißes Haar, mitten auf blauem Grund. Das war eine unfaire Versuchung, dachte sie. Sie konnte sich nicht erinnern, dass der Park nur wenige Kilometer von einem Krankenhaus entfernt lag. Einen Moment lang dachte sie daran, in diese Richtung abzubiegen. Ein breiter Streifen helles Licht und ein neonrotes Schild mit den Lettern Notaufnahme. Wahrscheinlich ein, zwei Krankenwagen, die auf einer kreisrunden Einfahrt in der Nähe standen. Direkt hinter der Tür würde eine Nachtschwester an der Theke sitzen. Sie stellte sich die Schwester vor. Eine stämmige Frau in mittlerem Alter, die Blut oder Gefahr nicht erschüttern konnte. Sie würde einen einzigen Blick auf die Wunde in Hopes Seite werfen. Im nächsten Moment würde Hope ins grelle Neonlicht des Untersuchungszimmers blicken, sowie die verhaltenen Stimmen eines Arztes und der Schwestern hören, die sich über sie beugten, um ihr das Leben zu retten. Wer hat Ihnen das angetan? Würde sie jemand fragen. Sie würden ein Klemmbrett zur Hand halten, um ihre Antwort festzuhalten. Ich selbst. Nein, im Ernst, wer war das? Die Polizei ist schon unterwegs und wird sie dasselbe fragen. Bitte sagen Sie es uns. Ich kann es nicht sagen. Wir haben Fragen, wir brauchen Antworten. Wieso sind Sie hier? Wieso sind Sie so weit von zu Hause weg? Was haben Sie diese Nacht getan? Das werde ich nicht sagen. Das ist nicht dasselbe wie das kann ich nicht sagen. Wir haben unsere Vorbehalte, unsere Zweifel. Falls Sie diese Nacht überleben, werden wir noch eine Menge Fragen an Sie haben. Ich werde sie nicht beantworten. Doch, das werden Sie. Früher oder später. Und dann wüssten wir auch noch gerne, wieso das Blut von jemand anderem an Ihrem Overall ist. Wie kommt das dahin? Hope ist die Zähne zusammen und fuhr geradeaus weiter. Sally parkte fast an derselben Stelle gegenüber von Michael O'Connells Wohnung, an der sie früher an diesem Abend schon mal gestanden hatte. Außer den anderen parkenden Autos in beiden Richtungen war die Straße leer. Es herrschte die Dunkelheit des Randbezirks, in dem die Nacht in jeden Winkel kroch, um die Schatten wie schwarze Tinte zusammenfließen zu lassen und das Licht abzuwehren, das aus den belebteren Gegenden der Innenstadt herüberdrang. Sie sah zuerst auf ihre Armbanduhr und dann auf die Stoppuhr, die für den ganzen Tag programmiert war. Sie atmete langsam ein. Die Zeit verging allzu langsam. Sally starrte zu der Fassade von Michael O'Connells Wohnhaus hoch. Seine Fenster blieben dunkel. Als sie nach rechts und links die Straße entlang blickte, wurde Sally heiß. Wie nah war er schon? Noch zwei Minuten? Zwanzig? Fuhr er überhaupt hierher? Sie schüttelte den Kopf. Bei umsichtigerer Planung hätten sie jemanden abgestellt, der ihn vom Haus seines Vaters an beschattet hätte, und sie hätten jeden seiner Schritte an diesem Tag verfolgt. Sie biß sich auf die Lippe. Andererseits hätte es einen von ihnen in Gefahr gebracht, da er O'Connell allzu nahe gekommen wäre. Deshalb hatte sie sich die Verzögerung ausgedacht. Die zeitliche Lücke zwischen seinem Abgang und seiner Heimkehr. Doch Scott hatte die Waffe gefährlich spät übergeben, und so konnte sie nicht wirklich einschätzen, wo O'Connell jetzt war. Entwicht tatsächlich die Luft aus seinem Reifen, wie Scott ihr versprochen hatte? Hatte ihn das genügend lange aufgehalten? Die Frage, was wäre, wenn, tönte ihr schrill von allen Seiten entgegen, wie die Dissonanz eines Symphonieorchesters mit verstimmten Instrumenten. Sie warf einen Blick auf den Rucksack mit der Waffe und wehrte sich gegen den Drang, ihn einfach in eine Mülltonne hinter dem Gebäude zu werfen. Die Chancen wären immer noch groß, dass die Cops ihn dort finden, doch mit Sicherheit ließ sich das nicht sagen, und in einer Nacht, an der so viele Zweifel nagten, musste dieser Teil absolut zwingend sein. Ein Moment lang starrte sie auf das Handy. Ihre Gedanken drehten sich um Hope. »Wo steckst du?« fragte sie stumm. »Ist alles in Ordnung?« Ihre Hände zitterten, und sie konnte nicht sagen, ob es aus Angst war, dass O'Connell sie erwischte und dadurch noch alles verdorben würde, oder aus Sorge um Hope. Sie versuchte sich, Hope vorzustellen und zu erahnen, was genau ihr passiert war, bemühte sich, in Scotts spärlicher Auskunft zwischen den Zeilen zu lesen. Doch jeder Schritt in diese Richtung erfüllte sie mit noch mehr Panik. O'Connell kam ihr mit jeder Minute, die sie verstreichen ließ, unaufhaltsam näher. Sie spürte es förmlich. Sie wusste, dass sie unverzüglich handeln musste. Und doch war sie von der Ungewissheit wie gelähmt. Hope war irgendwo da draußen und hatte Schmerzen. Auch das spürte sie. Und sie konnte nichts dagegen tun. Sie stieß einen langen, leisen Seufzer aus. Und dann packte Sally unter äußerster Aufbietung ihrer Willenskraft den Rucksack und stieg aus. Sie betete, dass die Nacht sie verhüllte, als sie mit gesenktem Kopf eilig die Straße überquerte. Sie wusste, dass sie nur irgendjemand zu sehen und später den Rucksack mit O'Connell und seiner Wohnung in Verbindung bringen musste, und sie flogen unweigerlich auf. Sie war klug genug, nicht zu rennen, sondern normal zu gehen. Blickkontakt mit einem Fremden wäre fatal gewesen. Irgendetwas, das sich in den nächsten Minuten irgendjemandem einprägen konnte, musste fatale Folgen haben. Für sie alle. Sie wusste, dass sie sich in diesem Moment zu bewähren hatte. Dass alles in der Schwebe hing. Der kleinste Fehler, den sie machte, hätte die schrecklichsten Konsequenzen für sie alle. Und möglicherweise auch für Ashley. Sie hatte die Mordwaffe in ihrem Besitz. Das Risiko war enorm. Sally flüsterte sich zu. Geh weiter. Als sie den Eingangsflur durchquerte, hörte sie Stimmen im Fahrstuhl, und so duckte sie sich ins Treppenhaus und rannte zwei Stufen auf einmal nehmend hinauf. Sie wartete hinter der Brandschutztür und versuchte daran zu horchen, doch, als sie merkte, dass das nicht möglich war, öffnete sie sie und lief den Flur entlang zu O'Connells Wohnung. Wie schon einmal an diesem Tag hielt sie Mrs. Abramowitz Schlüssel in der Hand. Eine schreckliche Sekunde lang stellte sie sich vor, er wäre drin und läge im Dunkeln auf dem Bett. Für diesen Fall musste sie sich etwas einfallen lassen. Wenn er nun tatsächlich zu Hause war, wenn er auftauchte, bevor sie fertig war, wenn er sie im Hausflur entdeckte, im Fahrstuhl, auf der Straße, was sollte sie dann sagen? Würde sie mit ihm kämpfen? Würde sie versuchen, sich zu verstecken? Würde er sie überhaupt erkennen? Ihre Hand zitterte vor lauter Fragen, als sie die Tür aufschloss. Sie trat hastig ein und machte hinter sich zu. Sie horchte auf Atemgeräusche, auf Schritte, die Toilettenspülung oder das Tippen auf einer Tastatur. Irgendetwas, das ihr sagte, dass sie nicht alleine war. Doch sie hörte nichts außer ihrem gequälten Atem, der mit jeder Sekunde die Verstrich lauter und schneller zu werden schien. Mach schon! Mach schon! Mach endlich! Du hast keine Zeit! Geduckt huschte sie durch die Diele, wagte nicht, Licht zu machen, verfluchte sich, als sie gegen eine Wand stolperte. Durch das Schlafzimmerfenster drang ein Schimmer von einer Straßenlampe, sodass sie gerade noch genug sehen konnte. Sie erblickte sich im Spiegel und hätte beinahe aufgeschrien. Sie schoss zum Kleiderschrank, machte in panischer Hass den Reißverschluss des Rucksacks auf und holte die Waffe heraus. Sie roch den beißenden Gestank nach Benzin, so wie's Gottes vorausgesagt hatte. Rasch kniete sie sich nieder, schob die Pistole wieder in den Stiefel und stopfte die Socke darüber, um den Geruch zu unterdrücken. Nachdem sie den Schuh wieder zurückgestellt hatte und hoffte, alles haargenau so hinterlassen zu haben, wie sie es in Erinnerung hatte, stand sie auf. Sally mahnte sich, langsam und umsichtig zu handeln, jeden Schritt voraus zu planen. Sie nahm den leeren Rucksack, sah sich noch einmal hektisch um, hoffte, dass man ihre Anwesenheit nicht bemerken würde, und machte auf dem Absatz kehrt. Wieder stolperte sie in der Dunkelheit. Sie versuchte sich von der Angst nicht überwältigen zu lassen. Sie wollte nicht gegen etwas stoßen oder gar etwas umwerfen und Lärm verursachen. Es durfte keinerlei Anzeichen dafür geben, dass an diesem Tag zweimal jemand Fremdes in der Wohnung gewesen war. Das war jetzt, sagte sie sich, während sie wartete, bis ihr Herzschlag sich ein wenig normalisierte, von allergrößter Bedeutung. Ihren Abgang zu verzögern, bereitete ihr Qualen. Als Sally die Tür erreichte, überkam sie eine gewaltige Panikattacke. »Er ist da«, dachte sie. Sie bildete sich ein, einen Schlüssel im Schloss zu hören. Sie glaubte, Stimmen, Schritte zu vernehmen. Sally zwang sich, die Streiche zu ignorieren, die ihr die Angst in diesem Moment spielte. Sie trat in den Flur. Sie sah nach rechts, nach links, und stellte fest, dass sie allein war. Dennoch zuckte ihre Hand, und sie glaubte, dass aus jeder Richtung verdächtige Geräusche drangen. Sie riss sich mit aller Macht zusammen und mahnte sich nicht, die Nerven zu verlieren. Wie schon einmal an diesem Tag schloss sie ab und lief zum Treppenhaus. Wieder durchquerte sie den Hausflur und trat ins Freie. Plötzlich durchflutete sie das Gefühl, es geschafft zu haben. Voller Erleichterung darüber, dass sie niemand bemerkt hatte, lief sie zu ihrem Wagen. Auf der Straße vor ihrem Fahrzeug entdeckte sie einen Gulli. Sie ließ Mrs. Abramowitz Schlüssel in den Rost fallen und hörte, wie er unten in schlammiges Wasser fiel. Erst als sie im Auto saß, die Tür zugemacht hatte und den Kopf anlehnte, traten ihr die Tränen in die Augen. Eine Sekunde lang glaubte sie, alles würde gut, und sie sagte sich, »Ihr kann nichts mehr passieren. Wir haben es getan. Ashley ist in Sicherheit.« In diesem Moment kam ihr Hope in den Sinn, und sie erfasste eine neue Woge der Panik, die aus einem tiefen, verborgenen Winkel ihres Bewusstseins aufzusteigen schien, und sie mit einer namenlosen Angst überschwemmte. Sally schnappte laut nach Luft und hielt den Atem an. Sie griff nach dem Handy und drückte Hoopes Nummer. Laut nach Luft und hielt den Atem an. Sie griff nach dem Handy und drückte Hoopes Nummer. Bei Scott stellte sich Erleichterung ein, als er in seiner Einfahrt schwenkte. Er stellte den Pick-up an seinen gewohnten Platz hinter dem Haus, wo er von der Straße aus oder von den Nachbarn schwer zu sehen war. Er nahm die Kleider, die er in dieser Nacht getragen hatte, stieg in den Porsche und fuhr erneut auf die Straße. Er ließ den Motor auffollen, um dafür zu sorgen, dass jeder, der noch auf war und fern sah oder las, ihn keinesfalls überhören konnte. Im Stadtzentrum war eine Pizzeria, die von Studenten frequentiert wurde. Kurz vor Mitternacht würde die Anwesenheit eines Professors nicht unbemerkt bleiben. Daran war auch nichts allzu Ungewöhnliches. Lehrer, die Hefte zu korrigieren hatten, versuchten oft, einen letzten Energieschub zu nutzen. Es war ein geeigneter Ort, um sich blicken zu lassen. Er parkte direkt vor dem Haus, und der Sportwagen fiel einigen jungen Männern auf, die in der Nähe des Fensters an einer Theke saßen. Der Wagen verfehlte nie seine Wirkung. Er bestellte eine Hühnchen- und Ananaspizza und bezahlte absichtlich mit seiner Kundenkarte. Falls er danach gefragt wurde, konnte er für die Stunden davor kein Alibi liefern. Zu Hause, Klausuren korrigiert, würde er sagen, und nein, ich gehe grundsätzlich nicht ans Telefon, wenn ich studentische Arbeiten durchsehe. Völlig ausgeschlossen wäre es allerdings in der fraglichen Zeitspanne vom Haus des alten O'Connell bis nach Boston und dann zurück nach West Massachusetts zu rasen, jemanden töten und dann eine Pizza essen gehen? Detective, das ist absurd. Es war nicht gerade ein wasserdichtes Alibi, aber immerhin etwas. Es hing entscheidend davon ab, ob Sally mit der Waffe wie geplant verfahren war. So viel hing davon ab, dass die Waffe an ihrem ursprünglichen Platz gefunden wurde, dass Gott vor innerer Anspannung fast laut gehustet hätte. Er nahm seine Pizza zu einem freien Platz an der Theke mit und aß langsam. Er versuchte nicht, an diesen Tag zu denken, befahl sich, nicht jede Szene im Kopf noch einmal durchzugehen. Doch während er auf seinen Teller starrte, stahl sich das Bild eines ermordeten Mannes in sein Bewusstsein. Als er glaubte, den unverwechselbaren Geruch von Benzin und dann den ekelerregenden Gestank von brennendem Fleisch in der Nase zu haben, wirkte er beinahe. Er sagte sich, du bist noch einmal in den Krieg gezogen. Er atmete durch, aß weiter und konzentrierte sich auf das, was er noch zu erledigen hatte. Er musste jedes Kleidungsstück, das er in O'Connells Haus getragen hatte, im Depot der hiesigen Heilsarmee loswerden, wo es in den Mühlen der Wohltätigkeit untergehen würde. Er erinnerte sich daran, ja nicht die Schuhe zu vergessen. Es könnte noch Blut an den Sohlen kleben. Der Karlauer entging ihm nicht. Wir haben alle Blut an den Seelen. Er schaute auf seine Pizza und sah, wie seine Hand zitterte, als er sein Stück zum Mund führte. Was habe ich getan? Er weigerte sich, die Frage zu beantworten. Stattdessen dachte er an Hope. Je mehr er sich in ihre Situation hineinversetzte, mit der Wunde in ihrer Seite, desto mehr begriff er, daß noch viel geschehen musste, bis er aufatmen konnte. Scott sah sich hektisch im Restaurant um und starrte die anderen späten Besucher an, die alle wegblickten oder höflich geradeaus, beziehungsweise am Fenster vorbei die Wand betrachteten. Einen Moment lang glaubte er, sie müssten ihn alle durchschauen, so als stünde ihm das Wort schuldig in einem grellroten Schriftzug ins Gesicht geschrieben. Er merkte, wie ihm das Bein krampfartig zu zucken begann. Es wird schiefgehen. Wir wandern alle ins Kittchen. Außer Ashley. Er versuchte, sie sich mit aller Macht vor Augen zu führen, um die Verzweiflung, die ihn zu überwältigen, drohte einzudämmen. Die Pizza schmeckte plötzlich staubtrocken. Er wollte allein sein und auch wieder nicht. Beides zugleich. Er schob den Pappteller weg. Zum ersten Mal erkannte Scott, daß das, was sie getan hatten, um Ashley die Sicherheit wiederzugeben, sie alle in einen Abgrund des Zweifels gestürzt hatte. Scott verließ langsam das Restaurant, kehrte zu seinem Wagen zurück und fragte sich, ob er je wieder ruhig schlafen würde. Er glaubte nicht. Hope saß noch in ihrem Leihwagen, doch sie hatte den Motor ausgemacht und die Lampen gelöscht. Ihr Kopf ruhte auf dem Lenkrad. Sie war auf den hintersten Teil des kleinen Platzes am Eingang zum Park am Meer gefahren, so weit wie möglich von der Hauptstraße entfernt, so versteckt, wie sie konnte. Sie fühlte sich innerlich leicht, aber erschöpft, und sie war sich nicht sicher, ob sie das Ende der Nacht erleben würde. Sie atmete flach und schwer. Auf dem Sitz neben ihr lag das Messer, das so viel Schaden angerichtet hatte. Ein billiger Kugelschreiber und ein Blatt Papier. Sie zermarterte sich den Kopf, ob es noch irgendetwas gab, das sie verraten konnte. Sie sah das Handy, sagte sich, daß sie es loswerden musste, und als sie danach griff, klingelte es. Hope wusste, daß es Sally war. Sie nahm es, legte es ans Ohr und schloss die Augen. »Hope«, meldete sich Sally, heiser vor Sorge. »Hope«, sie antwortete nicht. »Bist du dran?« Wieder reagierte sie nicht. »Wo steckst du? Wie geht es dir?« Es gab so viel, was Hope hätte sagen können, doch ihr kam kein Laut über die Lippen. Sie atmete schwer ein. »Hope, bitte sag mir, wo du bist!« Hope schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. »Bist du verletzt? Ist es schlimm?« »Ja.« »Hope, bitte so antworte doch!« flehte Sally. »Ich muß wissen, daß es nichts Schlimmes ist. Bist du auf dem Heimweg? Gehst du ins Krankenhaus? Wo bist du? Ich komme hin. Ich werde dir helfen. Sag mir nur, was ich machen soll.« »Du kannst nichts mehr tun«, dachte Hope. »Nein, rede einfach weiter.« »Es ist wunderbar, deine Stimme zu hören.« »Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?« »Unsere Fingerspitzen haben sich berührt, als wir uns die Hand geschüttelt haben, und ich dachte, wir stehen in Flammen, mitten in der Galerie vor allen Leuten.« »Kannst du nicht reden?« »Ist jemand in deiner Nähe?« »Nein, ich bin allein.« »Oder auch nicht.« »Du bist jetzt bei mir.« »Ashley ist bei mir.« »Catherine und mein Vater auch.« »Ich höre Nameless bellen, weil er auf den Fußballplatz will.« »Ich habe meine Erinnerungen.« Sally wollte in Panik ausbrechen, der geballten Angst nachgeben, die wie ein Hurrikan in ihr tobte. Doch sie schaffte es, sich an irgendeinem Anker in ihrem Innern festzuhalten und der Zerreißprobe standzuhalten. »Hope, ich weiß, dass du mir zuhörst. Ich weiß es. Ich werde reden. Wenn du etwas sagen kannst, dann sag bitte was. Sag mir nur, wo ich dich finde, und ich komme. Bitte.« »Ich bin an einem Ort, an den du dich erinnerst. Wenn du es verstehst, wirst du lächeln und weinen.« »Hope, es ist erledigt. Wir haben es hinter uns. Wir haben es geschafft. Es liegt alles hinter uns. Sie ist ab jetzt vor ihm sicher. Ich weiß es. Alles wird wieder so, wie es war. Sie hat ihr Leben zurück, und du und ich, wir haben unsers. Wir beide. Und Scott wird weiter unterrichten, und es wird alles so sein wie früher, als wir noch glücklich waren. »Ich habe dir so Unrecht getan. Ich weiß, ich war schrecklich. Ich weiß, es war schwer für dich, aber bitte, Hope, von jetzt an blicken wir nach vorn, du und ich. Bitte verlass mich nicht. Nicht, wenn du noch eine Chance hast.« »Das hier ist unsere einzige Chance.« »Bitte, Hope, rede mit mir.« »Wenn ich mit dir rede, bin ich nicht mehr in der Lage zu tun, was ich tun muss. Du wirst es mir ausreden. Ich kenne dich, Sally. Du bringst alle Überzeugungskraft und Beretsamkeit auf und deinen ganzen Witz, so wie früher. Das habe ich vom ersten Moment an dir geliebt. Und wenn ich nachgebe und mit dir rede, dann habe ich all deinen Argumenten, um mich umzustimmen, nichts mehr entgegenzusetzen.« Sally horchte in die Stille, während sie sich verzweifelt überlegte, was sie noch sagen konnte. Für das, was hier vor sich ging, hatte sie keine Worte. Dafür war es viel zu verzweifelt und albtraumhaft. Sie wusste nur, dass sie einen Satz, einen sprachlichen Ausdruck finden musste, um abzuwenden, was sie mit Entsetzen ahnte. »Hope, Liebste, bitte lass mich dir helfen.« »Das tust du schon. Rede weiter. Das macht mich stärker.« »Egal, was passiert ist, ich pauk uns da raus. Ich weiß, dass ich das kann. Vertrau mir. Dazu bin ich schließlich ausgebildet, da kenne ich mich aus. Kein Problem ist so groß, dass wir nicht einen Ausweg finden würden, wenn wir es zusammen angehen. Hat dieser Abend das nicht gezeigt?« Hope beugte sich zum Beifahrersitz herunter und nahm das Blatt und den Stift, die dort bereit lagen. Sie klemmte sich das Handy mit der Schulter ans Ohr, um weiter zuzuhören. »Hope, wir schaffen das. Wir können gewinnen. Ich weiß es. Sag mir, du weißt es auch.« »Das hier nicht. Zu viele Fragen. Wir wären alle in Gefahr. Ich muss das tun. Nur so kann ich sicher sein, dass wir außer Gefahr sind.« Sally schwieg. Und Hope schrieb auf das Blatt. »Es gibt zu viele traurige Dinge in meinem Leben.« Sie schüttelte den Kopf. Die erste Lüge von vielen, dachte sie. Sie schrieb weiter. »An dem College, das ich liebe, bin ich zu Unrecht beschuldigt worden.« Sally flüsterte. »Hope, bitte. Ich weiß, dass du dran bist. Sag mir, was los ist. Sag mir, was ich machen soll. Ich bitte dich inständig darum.« »Und die Frau, die ich liebe, liebt mich nicht mehr.« Hope schüttelte ein wenig den Kopf, als sie diese Worte schrieb. Sie biß sich auf die Lippe. Sie mußte eine Möglichkeit finden, anzudeuten, dass dies hier ein Haufen Lügen war, sodass Sally es merkte, nicht aber der Parkwächter, der die Zeilen finden, oder der Polizist, der sie lesen würde. Deshalb bin ich an diesen Ort gekommen, den wir einmal geliebt haben, um mich daran zu erinnern, wie es einmal war und wie es auch künftig gewesen wäre. Das weiß ich, wäre ich nur stärker. Sally, der die Tränen das Gesicht herunterliefen, gab etwas nach, das stärker war als das blanke Entsetzen. Es war das Gefühl der Unvermeidlichkeit. Sie will uns schützen. »Hope, liebste bitte,« stieß sie heiser zwischen vollkommen verzweifeltem Keuchen hervor. »Lass mich zu dir kommen und bei dir sein. Von Anfang an haben wir uns immer aufeinander verlassen. Wir haben uns gegenseitig geholfen und zergänzt. Lass mich das noch einmal tun, bitte.« »Tust du doch schon, Sally. Ich habe versucht, mich mit einem Messer zu erstechen, aber stattdessen fließt nur viel Blut, und es tut mir leid. Ich wollte eigentlich das Herz treffen, aber ich habe es nicht geschafft. Also wähle ich einen anderen Weg.« »Das ist es,« dachte Hope. »Der einzige Weg, der mir bleibt. Ich liebe euch alle und vertraue darauf, dass ihr mich ebenso in Erinnerung behalten werdet.« Sie war erschöpft. Sallies Stimme war nur noch ein Flüstern. »Hope, meine Liebste, bitte, egal wie schwer du verletzt bist, wir können doch einfach sagen, ich wäre das gewesen. Scott hat gesagt, du hättest ein Messerstich abbekommen. Dann sagen wir eben den Cops, das wäre ich gewesen. Sie werden uns glauben, ich weiß es. Du musst mich nicht verlassen. Wir können uns da rausreden, wir beide, zusammen.« Hope musste traurig lächeln. »Das war ein höchst verlockendes Angebot,« dachte sie. »Lügen wir uns doch um alle Fragen herum. Vielleicht würde es sogar funktionieren. Aber wahrscheinlich nicht.« Nur so können wir sicher sein. Sie wollte Lebewohl sagen, wollte all die Dinge sagen, die Liebhaber und Gefährten sich einander im Dunkeln zuflüstern, wollte etwas über ihre Mutter und Ashley sagen und über alles, was in dieser Nacht geschehen war. Doch sie tat es nicht. Stattdessen drückte sie nur die Austaste an ihrem Handy, und die Leitung war tot. In ihrem Wagen, der immer noch an der Straße vor Michael O'Connells Wohnhaus stand, gab Sally endlich den Emotionen nach, die sie zurückgehalten hatte, und sie schluchzte hemmungslos. Sie hatte das Gefühl, als ob sie schrumpfte, schlagartig kleiner, schwächer würde, und nur noch ein Schatten von dem Menschen, der sie gewesen war, als der Tag begann. Sie war nicht sicher, ob das, was sie getan hatte, den Preis wert war, den sie alle gezahlt hatten. Sie krümmte sich, trat mit den Füßen und drosch mit den Fäusten aufs Lenkrad ein. Irgendwann hörte sie auf und stöhnte, als hätte ihr jemand in den Magen geboxt. Sie schloss die Augen, wiegte sich vor und zurück und machte sich auf ihrem Sitz ganz klein. In ihrer völligen Agonie bemerkte sie nicht, wie Michael O'Connell lautfluchend, unverhohlen seine Wut herausließ, als er, bis zur Weißglut gereizt und voller ätzender Bitterkeit, blind für seine Umgebung nur wenige Meter an ihr vorbei zu seiner Haustür stapfte. Epilog »Nein, natürlich nicht. Es ist tödlich, weil es so normal ist.« »Sie sind direkt umgezogen, nicht wahr? Nachdem das alles passiert ist.« Sie nickte. »Das sehen Sie richtig.« »Wieso?« »Ich konnte mich nicht mehr darauf verlassen, dass ich dort, wo ich so viele Jahre lang für mich gelebt hatte, wirklich alleine war. Die Geister der Toten. Die Erinnerungen. Ich hatte Angst, den Verstand zu verlieren.« Sie lächelte. »Also, was haben Sie bei der Polizei erfahren?« »Dass es tatsächlich so gekommen ist, wie Sally vorhergesagt hat. Er hat es mir nicht explizit erzählt, ich habe es eher so erschlossen. Als die Polizei in Michael O'Connells Wohnung kam, fand sie die Mordwaffe in seinem Stiefel versteckt. Seine DNA hatte sein Vater unter den Fingernägeln. Zuerst hat er nur zugegeben, dass er da gewesen war und sich mit dem Alten gestritten hat, aber nicht, ihn getötet zu haben. Natürlich ist jemand, der die Herzmedikamente eines anderen in einem sadistischen Akt unter den Schuhsohlen zertritt, nicht ganz vertrauenswürdig. Und so haben Sie ihm nicht geglaubt. Keine Sekunde. Nein, Sie hatten ihn am Haken. Selbst ohne volles Geständnis. Und als Sie den Laptop, den er bei einem Laden in Reparatur gegeben hatte, beschlagnahmten und den wütenden Brief an den alten Haaren darauf fanden, na ja, Motiv, Mittel und Gelegenheit, alles vorhanden. Die heilige Dreifaltigkeit der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Hatte Sally es nicht so beschrieben, als sie den Plan entwarf? Ja, genau, bestätigte sie. Ich hatte mir gedacht, dass Sie Ihnen das erzählen würden. Aber das ist noch nicht alles, oder? Er hat versucht, es Ashley, Scott, Sally und Hope anzuhängen, aber eine Verschwörung, bei der so vieles höchst unwahrscheinlich ist, nicht wahr? Ja, erstens die Mordwaffe stehlen, sie an jemand anderen weiterreichen, bis sie schließlich in die Hände eines Dritten gelangt, bevor sie wieder in O'Connells Wohnung geschafft wird, dann ein Brand. Mal ehrlich, das ergibt doch keinen Sinn, nicht wahr? Richtig. Es ergab keinen Sinn. Gar nicht in Verbindung mit Hopes Selbstmord und den verzweifelten Abschiedszahlen, die sie hinterlassen hatte. Der Detekte verklärte mir, wenn man O'Connells Version glauben wollte, dann müsste man schlucken, dass eine zum Selbstmord entschlossene Frau unterwegs Halt macht, um an einem Ort, an dem sie noch nie gewesen war, einen Mann zu ermorden, den sie noch nie gesehen hatte, anschließend den weiten Weg nach Boston zurückzufahren, die Waffe in O'Connells Wohnung zurückzuschaffen und am Ende bis nach Maine zu fahren, wo sie, bevor sie sich ins Meer stürzt, einen Abschiedsbrief schreibt, der nichts von all dem erwähnt. Oder man hält vielleicht Sally für die Mörderin, aber die war zur Zeit des Mordes in Boston und hat zarte Dessous gekauft. Und Scott? Vielleicht war der es ja. Aber auf keinen Fall hatte er genug Zeit, die Tat zu begehen, dann nach Boston zu fahren und wenig später vor einem Stück Pizza in West Massachusetts zu sitzen, auch das nicht im Bereich des Wahrscheinlichen. Während ich sprach, sah ich, wie ihr Tränen in die Augen stiegen. Sie schien immer aufrichter auf ihrem Sessel zu sitzen, als drehte jedes meiner Worte eine Schraube in ihrem Gedächtnis noch ein Stück fester. »Ergo?« fragte sie, doch diesmal klang ihre Stimme erstickt. »Ergo, passiert irgendwann genau das, was Sally vorausgesagt hat. Michael O'Connell bekannte sich des Mordes im Affekt schuldig. Offenbar war er beim Prozess fest entschlossen, sich tapfer zu schlagen, und so beteuerte er bis zur letzten Minute seine Unschuld. Doch als die Cops ihm erklärten, dass dieser Schnüffler, Murphy, mit einer Waffe des gleichen Kalibers erschossen worden sei, und dass sie sich auch bei diesem Fall für ihn interessieren könnten, entschied er sich für die elegantere Lösung. Natürlich war das ein Bluff gewesen. Die Schüsse, an denen Murphy gestorben war, hinterließen derart verformte Kugeln, dass sie für einen ballistischen Vergleich nicht taugten. Das weiß ich von der Polizei. Aber die Drohung erwies sich als nützlich. Zwanzig Jahre bis lebenslänglich. Die erste Anhörung wegen vorzeitiger Haftentlassung nach achtzehn Jahren. »Ja, ja«, sagte sie, »das wissen wir.« »Demnach haben sie erreicht, was sie wollten.« »Meinen Sie?« »Sie sind damit durchgekommen.« »Wirklich?« »Na ja, wenn ich glaube, was ich von Ihnen weiß, dann schon.« Sie erhob sich, lief im Zimmer auf und ab, ging zu einer Anrichte und goss sich einen Drink ein. »Nicht zu früh dafür, denke ich,« murmelte sie. Ich bemerkte, wie ihre Augen feucht wurden. Ich sah ihr schweigend zu. »Sie sind damit durchgekommen,« sagen Sie. »Wirklich?« »Sie kommen nicht vor Gericht,« stellte ich klar. »Aber glauben Sie nicht, dass wir in uns richterliche Instanzen haben, vor denen Schuld und Unschuld anders abgewogen werden?« »Kommt überhaupt einer von Ihnen, besonders aber Scott und Sally, mit irgendetwas durch?« Ich antwortete nicht. Vermutlich hatte sie recht. »Meinen Sie nicht, dass Sally allein im Dunkeln liegt und die Nächte durchweint, wenn sie neben sich, da, wo einmal Hope gelegen hatte, Kälte spürt und die Last, die Scott jetzt auf seinen Schultern trägt? Ahnen Sie, wie wenig er die Ereignisse jener Tage auch nur eine Sekunde vergessen kann. Verfolgt ihn dieser Geruch von verbranntem Fleisch und Tod vielleicht mit jeder Brise, die ihm entgegenschlägt? Kann er all diesen eifrigen jungen Menschen an seinem College ins Auge sehen, während er weiß, was für eine Lüge er mit sich herumschleppt?« Sie legte eine Pause ein und fragte, »Soll ich fortfahren?« Ich schüttelte den Kopf. »Denken Sie eingehen darüber nach. Sie werden bis an Ihr Lebensende für das, was Sie getan haben, bezahlen.« »Ich sollte mit Ihnen reden,« wiederholte ich. Sie gab einen tiefen Seufzer von sich. »Nein, wirklich,« beharrte ich. »Ich sollte Scott und Sally befragen. Selbst wenn Sie nicht mit mir reden wollen, sollte ich es wenigstens versuchen. Meinen Sie nicht, Sie sollten sie mit Ihren Albträumen alleine lassen? Sie sollten vor allem befreit sein. Von einem... Ja, mag sein. Aber sind Sie das wirklich?« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie nahm einen tiefen Schluck von Ihrem Drink. »Jetzt sind wir also kurz vor dem Ende, nicht wahr? Ich habe Ihnen eine Geschichte erzählt. Was habe ich am Anfang zu Ihnen gesagt? Eine Geschichte über Mord? Ja, so haben Sie sich ausgedrückt. Sie lächelte trotz der Tränen. Aber da habe ich mich geirrt. Besser gesagt, ich habe Ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Nein, ganz und gar nicht. Es ist eine Liebesgeschichte. Ich muss wohl erstaunt geguckt haben, doch sie ignorierte mich und ging zu einem Sideboard, um eine Schublade aufzuziehen. Darauf läuft es hinaus. Eine Liebesgeschichte von Anfang an. Wäre irgendetwas von all dem passiert, wenn es in Michael O'Connells Kindheit und Jugend einen einzigen Menschen gegeben hätte, der den Jungen liebte, so dass er den Unterschied zwischen wahrer Liebe und Obsession begriffen hätte? Und haben nicht Sally und Scott ihre Tochter so geliebt, dass sie alles, wirklich alles getan hätten, um sie vor Schaden zu bewahren, egal welchen Preis sie dafür zahlten? Und Hope hat sie Ashley nicht auf ganz besondere Weise geliebt, viel mehr als irgendjemand ahnte? Und sie liebte auch Sally, viel tiefer als selbst Sally wusste. Und sie hat ihnen allen ein Geschenk gemacht. So etwas wie Freiheit, nicht wahr? Geht es nicht bei all dem, was von dem Tag an, als Michael O'Connell in ihr Leben getreten ist, geschehen ist, im Grunde immer nur um Liebe? Zu viel Liebe. Nicht genug Liebe. Doch wenn alles gesagt ist, Liebe. Ich antwortete nicht. Ich sah, dass sie während sie sprach, einen Schreibblock aus einer Schublade zog, um ein paar Zeilen zu notieren. Sie haben, erklärte sie plötzlich, noch einige Dinge zu erledigen, um das Ganze richtig zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich noch jemanden gibt, dem Sie Fragen stellen sollten. Letzte wichtige Informationen, die Sie einholen und, nun ja, weitergeben sollten. Ich zähle auf Sie. Was ist das? Wollte ich wissen, als sie mir den Zettel reichte. Nachdem Sie das Nötige getan haben, seien Sie um diese Zeit an diesem Ort, und Sie werden verstehen. Ich nahm den Zettel, warf einen Blick darauf und steckte ihn in die Tasche. Ich habe ein paar Fotos, sagte sie. Ich bewahre sie heute meistens in der Schublade auf. Wenn ich sie hervorhole, muss ich immer nur weinen und weinen, und das ist nicht gut, nicht wahr? Ja, trotzdem sollten Sie sich ein, zwei ansehen. Damit drehte sie sich wieder zu dem Sideboard herum, öffnete eine weitere Schublade, schob einige gerahmte Bilder beiseite und zog schließlich eines heraus. Sie betrachtete das Bild mit feuchten Augen. »Hier«, sie reichte mir das Foto mit wankender Stimme, »das ist so gut wie jedes andere. Es ist nach den Bundesjugendmeisterschaften entstanden, wenige Wochen vor ihrem achtzehnten Geburtstag. Auf dem Bild waren zwei Menschen, ein dreckverschmiertes, aber strahlendes junges Mädchen, das eine goldene Trophäe in die Höhe hielt, und ein deutlich älterer Mann, der eindeutig ihr Vater war und seinerseits sie in die Höhe hielt. Beide Gesichter strahlten vor Freude über einen hart errungenen Sieg. Ich starrte auf das Bild. Das Foto schien zum Leben zu erwachen, und einen Moment lang konnte ich die Jubelrufe und die aufgeregten Stimmen hören, sowie die Freudentränen sehen. »Ich habe die Aufnahme gemacht«, erzählte sie, »aber ich wünschte, ich wäre selbst mit drauf«, wiederholte sie Tiefluft. »Sie haben Ihre Leiche nie gefunden, wissen Sie«, sagte sie. Es dauerte einige Tage, bis jemand ihren Wagen entdeckte und den Brief auf dem Armaturenbrett fand. Einen Tag danach gab es ein heftiges Unwetter, einen von diesen klassischen spätherbstlichen Nordweststürmen, sodass sie keine Taucher ins Wasser schicken konnten, um nach ihr zu suchen. Der Sog der Ebbe war im November sehr stark und muss sie meilenweit ins offene Meer getrieben haben. Zuerst konnte ich es kaum ertragen, doch mit der Zeit begriff ich, dass es vielleicht besser so war. Es gab mir die Möglichkeit, mich an so viele glücklichere Zeiten mit ihr zu erinnern. Sie haben mich gefragt, weshalb ich ihnen diese Geschichte erzählt habe. Ja, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil sie tapferer war, als es irgendjemand hätte von ihr erwarten dürfen, und jemand sollte das wissen. Catherine lächelte durch ihre Tränen hindurch und zeigte dann auf meine Tasche, in die ich den Zettel gesteckt hatte. »Und der zweite Grund?«, fragte ich. »Den müssen Sie schon recht bald selbst herausfinden.« Wir schwiegen beide, dann lächelte sie. »Eine Liebesgeschichte«, sagte sie. »Eine Liebesgeschichte über den Tod.« Die Ausstattung variiert mit dem Alter des Gefängnisses und mit dem Budget, das der Bundesstaat für eine moderne Strafvollzugstechnologie bereithält. Aber wenn man sich die Scheinwerfer, die Bewegungsmelder, die Sensoren, Elektronen, Augen- und Videomonitore wegdenkt, dann läuft Gefängnis immer noch auf eins hinaus. Schlösser und Gitter In einem Vorraum wurde ich zuerst mit einem Scanner und dann auf die altmodische Art gründlich abgetastet. Ich musste ein Papier unterschreiben, auf dem ich versicherte, vom Staat keine außergewöhnlichen Maßnahmen zu meiner Befreiung zu erwarten, falls ich als Geisel genommen wurde. Meine Aktentasche wurde gefilzt, mein Notizblock durchblättert, um sicherzugehen, dass ich nicht zwischen den Seiten etwas hineinschmuggelte. Dann wurde ich durch einen langen Korridor und anschließend eine elektronische Schleuse geführt, deren Gitter hinter mir zuschnappten. Die Eskorte brachte mich in einen kleinen Raum, der, wie man mir erklärte, direkt an die Gefängnisbibliothek grenzte. Gewöhnlich diente er den Unterredungen zwischen Insassen und ihren Anwälten, doch ein Schriftsteller auf der Suche nach einer Story schienen ihre Kriterien ebenfalls zu erfüllen. Der Raum verfügte über helle Deckenlampen sowie ein Fenster mit Blick auf einen glitzernden NATO-Draht und einen leeren blauen Himmel. Das Mobiliar beschränkte sich auf einen stabilen Metalltisch und billige Klappstühle. Mein Begleiter deutete auf einen der Stühle, dann auf die Nebentür. »Herr, komm gleich. Denken Sie dran, Sie können ihm eine Schachtel Zigaretten geben, falls Sie welche mitgebracht haben, aber sonst nichts. In Ordnung? Sie können ihm ruhig die Hand schütteln, aber mehr Körperkontakt ist nicht erlaubt. Laut dem obersten Gericht des Bundesstaates sind wir nicht befugt, Ihr Gespräch mit anzuhören, aber die Kamera da«, er zeigte in die Ecke gegenüber, »na ja, die zeichnet Ihre ganze Begegnung auf, einschließlich dieser Instruktionen, die ich Ihnen gerade gebe. Alles klar?« »Sicher«, sagte ich. »Könnte schlimmer sein. Wir sind um einiges netter als manch anderer Bundesstaat. Möchte nicht unten in Georgia, Texas oder Alabama am Knast sein.« Ich nickte, und der Wärter fügte hinzu. »Wissen Sie, der Monitor dient auch zu Ihrem Schutz. Wir haben hier ein paar Kerle einsitzen, die Ihnen mal ebenso die Kehle aufschlitzen, wenn Sie ein falsches Wort sagen. Deshalb die strenge Überwachung von solchen Besuchen. Ich werde es mir merken. Aber keine Sorge, O'Connell ist bei uns fast so was wie ein Gentleman. Nur, dass er aller Welt ständig klarmachen will, er wäre unschuldig und so.« »Das behauptet er?« Der Wärter lächelte, als die Nebentür aufging und Michael O'Connell in Handschellen, blauem Denim-Arbeitshemd und dunklen Jeans hereingeführt wurde. »Sagen Sie alle«, meinte der Wärter, während er dem Gefangenen die Handschellen aufschloss. Wir schüttelten uns die Hand und setzten uns einander gegenüber an den Tisch. Er hatte sich einen struppigen Bart stehen und das Haar zu einem Crewcut stutzen lassen. Er hatte ein paar Falten um die Augen, die vor ein paar Jahren wohl noch nicht dagewesen waren. Ich legte einen Notizblock vor mir auf den Tisch und spielte mit einem Bleistift, während er sich eine Zigarette anzündete. »Schlechte Gewohnheit«, sagte er, »habe ich erst hier drinnen angefangen.« »Können Sie umbringen«, er zuckte die Achseln. »Hier drinnen ist das meine geringste Sorge. Gibt eine Menge anderer Möglichkeiten, umzukommen.« »Verflucht, Sie sind einem schielenden Trottel in die Augen und der geht Ihnen an die Gurgel. Und jetzt erzählen Sie mir, weshalb Sie kommen.« »Ich befasse mich mit dem Verbrechen, dem Sie das hier verdanken«, begann ich vorsichtig. »Seine Augenbrauen gingen ein wenig in die Höhe.« »Tatsächlich?« »Wer schickt Sie?« »Niemand. Ich interessiere mich einfach dafür.« »Und wie sind Sie darauf gekommen?« »Ich wusste nicht recht, was ich antworten sollte.« Ich wusste, dass die Frage kommen musste, hatte mir aber keine Antwort zurechtgelegt. Ich lehnte mich ein wenig zurück und erklärte, »ich habe ausgerechnet auf einer Cocktailparty etwas aufgeschnappt, und das hat meine Neugier geweckt.« »Habe mich dann ein bisschen umgesehen und gedacht, ich rede mal mit Ihnen.« »Ich war's nicht, wissen Sie. Ich bin unschuldig.« Ich nickte nur und hoffte, er würde weiterreden. Er wartete auf meine Reaktion, während er einen langen Zug von seiner Zigarette nahm und den Rauch in meine Richtung blies.« »Schicken die Sie her?« »Wen meinen Sie?« »Scott, Sally, vor allem Ashley.« »Haben die Sie hergeschickt, um sich zu vergewissern, dass ich noch hier bin, hinter Gittern?« »Nein. Mich schickt niemand. Ich komme aus eigenem Antrieb. Ich habe diese Leute nicht mal kennengelernt.« »Sicher!« Er schnaubte verächtlich. »Klar doch. Wie viel zahlen die Ihnen dafür?« »Niemand bezahlt mich.« »Aber klar, Sie machen das kostenlos. Die verdammten Mistkarle, man sollte meinen, dass Sie mich wenigstens jetzt in Ruhe lassen.« »Sie können glauben, was Sie wollen.« Er schien ein Moment angestrengt nachzudenken, dann beugte er sich vor. »Sagen Sie«, fragte er langsam, »was hat Ashley gesagt, als Sie sich mit Ihnen getroffen haben?« »Ich habe mich mit niemandem getroffen.« »Das war gelogen, und ich wusste, dass er es wusste.« »Beschreiben Sie sie mir.« Wieder beugte er sich vor, als trieben ihn seine eigenen Fragen halb über den Tisch, und auf jedes Wort legte er eine eindringliche Betonung. Was hatte sie an? Hat sie Ihr Haar abgeschnitten? Erzählen Sie mir von Ihren Händen. Sie hat schlanke, zarte Finger, und Ihre Beine, immer noch lang und sexy. Aber vor allem möchte ich wissen, was sie mit Ihrem Haar gemacht hat. »Sie hat es doch nicht etwa abgeschnitten oder gefärbt.« »Ich hoffe nicht.« Sein Atem beschleunigte sich, und einen Moment lang dachte ich, er sei sexuell erregt. »Ich kann es Ihnen nicht sagen«, erwiderte ich. »Ich habe Sie noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung, von wem Sie reden.« Er atmete langsam aus. »Wieso verschwenden Sie meine Zeit mit Lügen?« Dann ignorierte er seine eigene Frage und sagte, »Na ja, wenn Sie sie sehen, dann verstehen Sie, was ich meine.« »Ganz bestimmt.« »Verstehe ich, was?« »Wieso ich Sie niemals vergessen werde.« »Selbst hier drinnen, über die Jahre?« Er lächelte. »Selbst hier drinnen, über die Jahre.« »Ich habe Sie immer noch aus der Zeit, wo wir zusammen waren, genau vor Augen. Es ist, als wäre Sie immer bei mir. Ich spüre sogar noch Ihre Berührung.« Ich nickte. »Und die anderen Namen, die Sie erwähnten?« Wieder lächelte er, aber ganz anders. Es war das gerissene Grinsen eines Jägers. »Die werde ich auch nicht vergessen.« Er verzog den Mund. »Die waren das, wissen Sie. Ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, nur, dass Sie es waren. Denen verdanke ich den Knast, da können Sie Gift draufnehmen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Sie denke. Keine Stunde. Keine Minute. Ich werde nie vergessen, was die mit mir gemacht haben.« »Aber Sie haben sich doch schuldig bekannt, vor Gericht. Sie haben vor einem Richter einen Eid geschworen, die Wahrheit zu sagen, und haben sich zu der Tat bekannt.« »Das waren rein taktische Überlegungen. Mir blieb keine andere Wahl. Ich hätte fünfundzwanzig Jahre bis lebenslänglich bekommen. Durch das Schuldbekenntnis habe ich die Sache um sieben Jahre oder mehr verkürzt, und außerdem das Recht auf Anhörung wegen vorzeitiger Haftentlassung. Wenn ich dann rauskomme, werde ich einiges zurechtrücken.« Wieder lächelte er. »Nicht ganz, was Sie erwartet haben. Ich hatte eigentlich keine konkreten Erwartungen.« »Wir sind füreinander bestimmt, Ashley und ich. Daran hat sich nichts geändert. Dass ich jahrelang sitze, ändert nichts daran. Das ist nur ein bisschen Zeit, die verstreichen muss, bevor das Unausweichliche geschieht. Nennen Sie es Schicksal oder Vorsehung. Aber so ist es nun mal. Ich habe viel Geduld. Und dann finde ich sie.« Ich nickte. Ich glaubte ihm. Er lehnte sich zurück und sah zur Überwachungskamera hoch, drückte seinen Zigarettenstummel aus, zog eine verkrumpelte Packung aus seiner Hemdtasche und zündete sich noch eine an. »Es ist eine Sucht«, erklärte er und ließ den Rauch in kleinen Schüben zwischen den Lippen entweichen. »Fast unmöglich, davon loszukommen«, heißt es zumindest. »Schlimmer als Heroin oder selbst Kokain.« Er lachte. »Wahrscheinlich bin ich sowas wie ein Junkie.« Dann starrte er mich über den Tisch hinweg an. »Sind Sie schon mal süchtig gewesen? Nach irgendetwas oder jemandem?« Ich reagierte nicht. »Schweigen ist auch eine Antwort.« »Sie wollen wissen, ob ich meinen Vater umgebracht habe.« »Nein, ich habe es nicht getan«, sagte er steif und mit einem süffisanten Grinsen. »Sie haben den falschen Mann erwischt.« Ich müsse eine Information weitergeben. Das hatte sie gesagt, da war ich mir ganz sicher. Ich brauchte nicht lange, um zu begreifen, was sie meinte. Ich bog in die Einfahrt, stellte den Wagen ab und stieg aus. Es war inzwischen heißer geworden. Ich konnte mir denken, dass es an einem heißen Nachmittag wie diesem besonders mühsam sein musste, die Räder eines Rollstuhls zu bewegen. Ich klopfte an Will Goodwins Tür, trat zurück und wartete. Das Blumenbeet, das ich vor Wochen gesehen hatte, stand inzwischen in voller Blütenpracht, in fein säuberlich geordneten Reihen, wie bei einer Militärparade. Ich hörte das Quietschen der Reifen auf dem Holzfußboden. Dann öffnete sich die Tür. »Mr. Goodwin! Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern, aber ich war vor ein paar Wochen schon mal hier.« Er lächelte. »Sicher, der Schriftsteller. Hätte nicht gedacht, sich jemals wiederzusehen. Noch Fragen?« Goodwin grinste. Ich bemerkte seit meinem letzten Besuch einige Veränderungen. Sein Haar war zotteliger, und die Delle in seiner Stirn, wo ihn das Rohr getroffen hatte, schien sich ein wenig gefüllt zu haben und wurde von seinen Locken kaschiert. Er hatte sich ein Bart stehen lassen, der sein Gesicht so rahmte, dass sein Kinn entschlossen wirkte. »Wie geht's Ihnen?«, fragte ich. Er deutete mit einer Handbewegung auf den Rollstuhl. »Ich habe tatsächlich ein paar Fortschritte gemacht, Mr. Schriftsteller. Jeden Tag kommt ein bisschen von meiner Erinnerung zurück. Natürlich nicht an den Überfall. Da kommt gar nichts. Und es wird vermutlich auch so bleiben. Aber die Schule, das Studium, Bücher, die ich gelesen, Seminare, die ich besucht habe, also davon kommt jeden Tag wieder was zum Vorschein. Folglich habe ich, soweit das möglich ist, ein wenig Auftrieb. Kann wieder ein bisschen an die Zukunft denken. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Er lächelte, richtete sich im Sitzen ein wenig auf und lehnte sich dann zu mir vor. »Aber deshalb sind Sie nicht hier.« »Nein.« »Sie haben etwas in Erfahrung gebracht in Bezug auf den Überfall.« Ich nickte. Seine witzelnde, umgängliche Art schlug augenblicklich um und er lehnte sich noch weiter vor, um mit Nachdruck zu fragen. »Was? Sagen Sie es mir. Was haben Sie rausgefunden?« Ich zögerte. Ich wusste, was ich mit dem, was ich tat, bewirken konnte. Ich fragte mich, ob sich ein Richter so fühlte, wenn er den Urteilsspruch von der geschworenen Bank hörte. »Schuldig. Zeit zur Urteilsverkündung.« Ich weiß, wer Sie verletzt hat. Ich betrachtete sein Gesicht. Es war, als fiel ein Schatten über seine Augen und verdunkelte den Raum zwischen uns. Schwarze Düsternis und blanker Hass. Seine Hand zitterte, und ich sah, wie er die Lippen zusammenpresste. »Sie wissen, wer mir das angetan hat.« »Ja, das Problem ist nur, dass Sie mit dem, was ich herausgefunden habe, nicht zur Polizei gehen können, um Anzeige zu erstatten, und vor Gericht würde es erst recht nicht genügen.« »Aber«, seine Tonlage war höher, seine Stimme gepresst, »Sie wissen es trotzdem. Sie wissen es und sind sich sicher.« »Ja, ich bin mir absolut und vollkommen sicher. Es besteht nicht der geringste Zweifel, aber, wie gesagt, ich kann Ihnen nicht die Art von Information bieten, mit der ein Cop etwas anzufangen weiß.« »Sagen Sie es mir«, er sprach fast im Flüsterton, doch die Forderung war von erschreckender archaischer Eindringlichkeit. »Wer hat mir das angetan?« Ich griff in meine Aktentasche und zog eine Kopie der Polizeifotos von Michael O'Connell heraus, die ich ihm reichte. Zwei Gründe, hatte Catherine zu mir gesagt, und das hier war der zweite. »Das ist er«, »Ja«, »Wo ist er?« »Ich reichte ihm noch ein Blatt.« »Er sitzt im Gefängnis, das hier ist die Adresse, seine Gefangenennummer, ein paar Einzelheiten zu der Haftstrafe, die er verbüßt, und das voraussichtliche Datum seiner ersten Anhörung wegen Haftentlassung. Bis dahin vergehen noch Jahre, aber besser, Sie haben es jetzt.« »Hier noch eine Telefonnummer, bei der weitere Informationen eingeholt werden können, falls gewünscht.« »Und Sie sind sich ganz sicher?« »Ja, hundertprozentig.« »Wieso sagen Sie mir das?« »Ich dachte, Sie haben ein Recht darauf.« »Und woher wissen Sie es?« »Bitte fragen Sie mich das nicht.« Er schwieg. Dann nickte er. »In Ordnung. Ich ahne es. Geht in Ordnung.« Will Goodwin betrachtete erst das Foto, dann das Blatt Papier. »Es ist hart da in diesem Gefängnis, oder?« »Ja, die machen ihm das Leben nicht leicht.« »Da drin kann einem so ziemlich alles passieren.« »Das ist richtig. Man kann für ein Päckchen Zigaretten umgebracht werden.« »Hat er mir selbst gesagt.« Er nickte. »Ja, kann ich mir vorstellen.« Ein Moment lang ging sein Blick an mir vorbei. Dann fügte er hinzu. »Das ist etwas, worüber man nachdenken muss.« Ich trat zurück, um zu gehen, doch etwas hielt mich fest. Ein Moment lang war mir schwindelig, und meine Körpertemperatur schien steil nach oben zu klettern. Ich fragte mich, was ich gerade getan hatte. Ich sah, wie Will Goodwin kerzengerade dasaß und wie sich die Muskeln an seinen Armen spannten. »Danke«, sagte er langsam, doch mit dem ganzen Gewicht der Grausamkeit, die er erlitten hatte. »Danke, dass Sie an mich gedacht haben, und danke, dass Sie mir das hier gegeben haben.« »Dann gehe ich mal.« »Doch, was ich bei ihm zurückließ, würde nie mehr von mir weichen.« »Nur noch eine Frage«, hielt er mich plötzlich zurück. »Sicher, was denn?« »Wissen Sie, weshalb er das getan hat?« Ich holte Tiefluft. »Ja.« Wieder verdüsterte sich sein Gesicht und seine Unterlippe zuckte. »Und warum also?« Er brachte die Frage nur mühsam heraus. »Weil Sie das falsche Mädchen geküsst haben.« Er schwieg und stieß die Luft heraus, als hätte er einen Schlag auf die Lunge bekommen. Ich sah, wie meine Auskunft in ihm arbeitete. »Wegen eines Kusses.« Ja, eines einzigen Kuss. Er schien zu schwanken, als stürmten plötzlich ein Dutzend andere Fragen auf ihn ein, die er auch noch stellen wollte. Doch er tat es nicht. Stattdessen schüttelte er nur kaum merklich den Kopf. Ich sah jedoch, wie er mit der Hand das Rad seines Rollstuhls so festpackte, dass seine Fingerknöchel weiß verfarbten, und wie sich in seinem Innern die eisigste Wut anstaute, die ich je für möglich gehalten hätte. Der Zettel, den Catherine mir gegeben hatte, führte mich zu einer Straße vor einem großen Kunstmuseum in einer Stadt, die weder New York noch Boston war. Es war kurz nach fünf Uhr Nachmittag. Es herrschte reger Verkehr, und auf den Bürgersteigen strebten die Passanten nach Hause. Eben ging die Sonne hinter den Bürogebäuden unter, und es ertönten die Eröffnungstakte der großstädtischen Abendsymphonie. Ich hörte Autohupen, ächzende Busmotoren und das Stimmgewirr von Leuten, die es eilig hatten. Ich stand auf der obersten Stufe einer ausladenden Treppe, und der Menschenstrom teilte sich um mich wie um einen Fels in der Brandung. Ich starrte geradeaus die breiten Stufen hinauf und glaubte im Grunde nicht, dass ich sie erkennen würde. Doch als ich sie sah, hatte ich keinen Zweifel. Ich weiß nicht, wieso. Viele andere Frauen verließen um diese Zeit das Museum, und sie alle wirkten zum Beginn des Feierabends gelöst und entspannt. Sie waren alle bemerkenswerte, zauberhafte Erscheinungen. Doch für Ashley galt das alles noch viel mehr. Sie war von mehreren anderen jungen Leuten umgeben, die beim Verlassen des Gebäudes die Köpfe zusammensteckten, lebhaft miteinander redeten und sich auf irgendein Abenteuer freuten, das sie in ein, zwei Tagen vor sich hatten. Es schien, als fingen sich das letzte Tageslicht und die milde Brise in ihrem Haar, und als trügen sie ihr Lachen weiter. Als sie an mir vorbeischwebte, hätte ich gerne ihren Namen geflüstert und sie gefragt, ob das, was sie vor sich hatte, die Ereignisse der Vergangenheit wert sei, doch ich wusste, dass dies die unfairste Frage war, die man sich denken konnte, da die Antwort in der Zukunft lag. Also sagte ich nichts und sah ihr nur hinterher. Ich glaube nicht, dass sie mich überhaupt wahrgenommen hat. Ich versuchte in ihrer Stimme, in ihrem Gang, etwas auszumachen, das ich wissen musste. Ich glaubte einen Moment, es gesehen zu haben, doch sicher war ich mir nicht. Und während ich sie mit den Augen verfolgte, tauchte Ashley im Gewühl der Menschenmassen unter, entschwand in ihr eigenes Leben. Falls es tatsächlich Ashley war. Genauso gut hätte es Megan oder Sue oder Katie oder Molly oder Sarah sein können. Ich fand, das sei letztlich egal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.